Erfolg Hörspiel in vier Teilen Nach dem Roman von Leon Feuchtwanger Bearbeitung Jochen Kittner Musik Peter Zbettkopf Regie Hartmut Kirste Erster Teil Justiz In der staatlichen Sammlung moderner Meister in München hing ein Jahr nach dem ersten großen Krieg mehrere Monate hindurch im Saal Römisch 6 ein großes Gemälde, vor dem sich oft Leute ansammelten. Es stellte dar einen kräftigen Mann in mittleren Jahren, der ein starkes Lächeln um die festen Lippen aus langen, tiefliegenden Augen auf eine Schar älterer Männer schaute, die gekränkt vor ihm standen. Die Gesichter verschieden, offen, verkniffen, gewalttätig, behaglich, doch wiedergehalten von Aussehen. Überzeugt von sich und ihrer Sache? Beleidigt? Ja, erbittert. Die Menschen des Bildes muteten bekannt an und fremd zugleich. Welchem Volk und welcher Zeit sie angehörten, erkannte man nicht. Suchte man im Katalog, so fand man unter der Nummer 1437, als den Maler einen Franz Landholzer, als Bezeichnung des Bildes Josef und seine Brüder oder Gerechtigkeit. Der Erwerb des Bildes durch den Staat hatte Lärm gemacht. Der Maler sei ein Sonderling, hieß es. Lebe vagabundierend auf dem Land, habe unangenehme, aggressive Manieren. Die zünftige Kritik wusste nicht viel damit anzufangen. Die seltsam, außermodische, klobige Art der Malerei brachte manchen Kritiker auf. Auch der Untertitel Gerechtigkeit wirkte aggressiv. Aber viele Beschauer kamen immer wieder vor das Bild zurück. Viele dachten über den Gegenstand nach. Den Spaß, den Josef mit seinen Brüdern macht. Nachdem sie ihn verkauft haben und nachdem er ein großer Herr geworden ist. Ernährungsminister des reichen Landes Ägypten. Sie kommen zu ihm, erkennen ihn nicht und wollen ein Getreidegeschäft mit ihm machen. Er aber lässt den Heimkehrenden einen silbernen Becher in ihr Gepäck hinein praktizieren und die Unschuldigen verhaften. Worauf sie mit Recht empört sind und beteuern, sie seien anständige Leute. Diese anständigen Leute also hatte der Maler des Bildes Nummer 1437 gemalt. Sie stehen da und verlangen ihr Recht. Sie haben vergessen, dass sie einmal einen gewissen Knaben verkauft haben, der ihr Bruder war, denn das ist lange Jahre her. Sie sind sehr empört, aber sie benehmen sich würdig. Und der Mann lächelt sie an aus seinen langen Augen. Und die Polizisten im Hintergrund stehen dienstwillig und etwas stumpf. Und das Bild heißt Gerechtigkeit. Übrigens verschwand Nummer 1437 nach einigen Monaten wieder aus der staatlichen Galerie. Ein paar Zeitungen brachten Glossen über dieses Verschwinden. Viele Besucher vermissten Josef und seine Brüder mit Bedauern. Aber dann verstummten die Zeitungen. Allmählich verstummten auch die Fragen der Besucher. und das Bild wurde, wie sein Maler, vergessen. In der Tiroler Weinstube, neben dem weltberühmten Bräuhaus, im Nebenzimmer, wo der Viertelliter Wein zehn Pfennig mehr kostet, sitzt der Kultusminister des Landes Bayern, Dr. Franz Flaucher unter lauter Vertrauten. Schwer, breit, den Dackelwaldhahn zu seinen Füßen, fühlt er sich an diesem Juniabend sehr gehoben. Hat man doch endlich den Mann ausgerottet, der ihm die Freude an seiner Berufung vom ersten Tag an vergelt hat. Dr. Martin Krüger, Subdirektor der staatlichen Galerien. Ein rechtes Gewächs der übelen Zeit nach dem Krieg. Noch während der Revolution ins Amt gekommen, pochend auf lebenslange Anstellung und einen weithin klingenden Namen als Kunsthistoriker, hat dieser Mann gegen alle christlich und gesunden Vorhaltungen seine Franz Flauchers Gemäldesammlungen mit provozierenden, degadenten Schweinereien verhunzt. Ein Skandal nach dem anderen. Dem ganzen Gift der gehetzten, genussgierigen Epoche. Er, der Minister, ist dazu da, die alten, wohlbegründeten Anschauungen und Gebräuche zu verteidigen. Fernzuhalten seiner schönen Residenz, jene modisch sich brüstende Lebsucht, die die großen Städte der Epoche so scheußlich verunstaltet. Der Akt. Wie er an diese Bilder nur denkt, überkommt ihn ein fast körperlicher Ekel. Ein Selbstporträt auch noch. Sich selber zur Schau gestellt. Wie eine Dirne. Ist das nicht der Gipfel der Schamlosigkeit. Endlich. Die von innen her zufrieden ist, Doktor Flaucher, über den Untergang der Schlechten und den Sieg seiner guten Sache. Morgen ist es an dem. Jetzt wird die Schlawiner nicht nur aus dem Amt entfernt, sondern gleich ein für allemal beseitigt. Ein bitterer Tropfen nur esst in seinem Wein. Eben tritt sein Kollege von der Justiz ein, lärmend begrüßt, der Minister Doktor Otto Klenk. Wie der groß in der Tür steht, wird die Laune des Doktor Flaucher herabgestimmt. Denn der Minister Doktor Franz Flaucher missbilligt den Minister Doktor Otto Klenk. Den ganzen Mann und alles, was ihm gehört. Es ist hergebracht seit den Nachkriegswirren, dass die besseren Köpfe der herrschenden Schicht sich von der Regierung des kleinen Landes zurückhalten. Sie schicken subalterne Leute ins Kabinett. Bäuerische Rundschädel begnügen sich, aus dem Hintergrund zu dirigieren. Man hatte sich gewundert, dass Otto Klenk von großbürgerlicher Herkunft ein guter Kopf ins Kabinett eintrat. Aber er fühlt sich sauwohl darin, frisch, wie auf seiner Jagd im Gebirg, rauft sich voll Passion herum, treibt volkstümliche Justizpolitik. Ein Großkopferter. Schon von den Eltern und Ureltern her. Was war es so einer vom Wesen eines Beamten? Ich, Franz Flaucher. Er, Franz Flaucher, kleiner Leute Kind, hat wahrlich jeden Zoll seines Weges von der Wiege bis zum Ministersessel mit Schweiß und hinuntergewirkten Demütigungen bezahlen müssen. Wie viel Nachtwachen, wie viel Selbstüberwindung, Beharrlichkeit, Schlauheit, um nicht stecken zu bleiben. Wie viel bescheidene Bittgänge um klerikale Stipendien und wie viel Lippen zusammenpressen und vor den Leidhammeln der Partei, während man es doch besser weiß, immer wieder zu kuschen, damit nicht eines anderen bessere Gehorsam dieses anderen bessere Eignung zum Minister erweise. Mit tiefem Misstrauen sieht er, wie der riesige Mann mit dem rotbraunen Schädel die Pfeife wie stets im Mund am Tische Platz nimmt. Grüß Gott. Bärenhafter Anmut, behagliche Witze reißt, den oder jenen der Tafelrunde bald gutmütig, bald giftig, grün anolkend. Eins wieder, der Kerl. Dass er den Sieg über den Krüger eigentlich dem verdankt, ausgerechnet dem erbittert ihn. Kein Zweifel, das Werkzeug hat ihm der Klenk in die Hand geliefert. Der hat die ausgezeichnete Idee gehabt, hat den Prozess auffahren lassen. Den gottgesandten Mein-Eids-Prozess gegen einen Mann von verderbten Kunstanschauungen, der sich jetzt doch im bürgerlich-sittlichen Leben als faul und angefressen erweist. Hat den Feind, den er, Flaucher, so zäh und vergeblich bekämpfte, fast mühelos erledigt. Der Minister Dr. Flaucher seufzt, rülpst, duckt den wulstigen Schädel. Er denkt an die Einwände, die ihm die Kabinettskollegen am Anfang gemacht haben. Kunstprestige. An der Spitze natürlich auch wieder der Klenk. Als ob es auf dieses damische Kunstprestige ankäme. und knurrt so laut, dass der Dackelwaldmann unruhig wird. Natürlich, der Klenk. Der muss natürlich Krumm haben, statt Sinkrecht. Dass man lange, so lang, hat warten müssen, den verhassten Mann wegzujagen, das frisst ihm heute noch an der Seele. Der Klenk wollte die Sache leise abmachen, elegant, nicht groß aufziehen wie der Flaucher. Herr Klenk. Scheißle, ihr Lackl, schicken einem die Schwarzen jetzt ins Kabinett. Schließlich ist es keine Kulturtat, einen Mann vom Direktorensessel der Staatsgalerie ins Zuchthaus zu schicken, weil er einmal abgeschworen hat, mit einer Frau geschlafen zu haben. Nein, nein, ich lach oft. Aber drei Jahre gibt es dafür. Ihn, Klenk, haben auch die missliebigen Bilder nicht gestört. Na, mehr seit der Grieger Subdirektor bleiben können, bis er schwarz wird. Er selber hat Sinn für Bilder. Bloß frech werden, Herr Doktor. Das hätten Sie nicht sollen. Sich mokieren, die Regierung kann's ja mal schlägen. Das, Herr Doktor Krüger, lass ich Otto Klenk mir nicht gefallen. Wenn's um bayerische Dinge geht, mein Lieber, da können wir keinen Genierer. Aber muss man sich darum dick tun wie der Flaucher, der trübe Idiot? Ein trauriger Hund. Er blökt in die Welt hinaus, lässt eine Zeitung und Trompeten von dem Fall Krüger. Wirklich ein rechter Esel. Der Minister Doktor Klenk klopft an seiner Pfeife herum, lächelt, vergnügt. Er hat einen Spaß vor. Das Hochgefühl des Ministers Doktor Flaucher ist fort. Endgültig futsch. Genau kennt er die scheinheilige, hinterhältig frotzelnde Art des Klenk. Der hat einen Referenten geschickt nach dem Gut des Doktor Bichler, hat vertraulich die Meinung einholen lassen dieses großen Bauernführers, eines heimlichen Regenten im Lande Bayern. Das jetzt dem Flaucher zu versetzen, den Hauptspaß muss er sich gönnen. Stumm über seinem Glas sitzt der Flaucher, den leise winselnden Was geht denn, dem klingt diese Dinge? Politik ist dem nix aus eine Gaudi, sogar der Prozess. Was einen die Entfernung des Schädlings Krüger so angehen kann, wie die Heilung einer nassen Flechte, dafür hat so ein Mensch kein Organ. Ein unernster Mensch. Übrigens, Kollege, ich habe Ihnen noch etwas zu sagen. Vertraulich. Ja. Bitte. Bitte. Wissen Sie, was er gesagt hat, der Ökonom Bichler? Esel, hat er gesagt. Esel. Esel. Schlechthin und unmissverständlich. Können Sie nicht vielleicht... Sie wissen ja, Herr Kollege, dass ich auch in diesem Punkt Ihre Meinung keineswegs teile. Aber ich habe... Esel. Eine geschmolzene Gekalierung, finden Sie nicht auch? Ja, aber... Diese Esel in München, sagt er, die immer zeigen wollen, dass sie die Macht haben. Aber wenn es doch die Wahrheit ist... Als ob es auf den Schein der Macht ankehnt. Und nicht auf ihren tatsächlichen Besitz. Können Sie denn nicht ein bisschen leiser sein? Ah ja, Kollege, eben das habe ich Ihnen auch schon gesagt. Aber ich... vergnügt nach diesem gelungenen Spaß... trüb die dicken Schultern noch runder und schlaffer als sonst, kehren die zwei Minister aus dem gekachelten Raum zurück. Aus dem Schankraum leben an, erklingt mit gerührtem Behagen die Münchner Stadtwille. Solang der alte Peter am Petersberg stehe. Solang die grüne Isar durch die Münchner Stadt gehe. Solang höre die Gemütlichkeit in der Münchner Stadt nicht auf. Können Sie bitte das Fenster öffnen? Sehr wohl, Herr Landesgerichts. Und schalten Sie dann den Fendi-Laser ein. So wie ein Dampfbad da herren. Der Landesgerichtsdirektor Dr. Hartl, jovialer, blonder Herr, noch nicht 50, leicht beglatzt, beliebt eine elegante, schmissige Prozessführung, fühlt sich als großer Herr. Es gibt unter den bayerischen Richtern nicht viele, die einen Prozess, auf den die Augen des Reichs gerichtet sind, halbwegs mit Anstand führen können. Herr Latzenberger, jetzt erzählen Sie uns das Ganze bitte von vorn. Jawohl, wie ich schon angegeben habe, habe ich in meiner Eigenschaft als Chauffeur, das heißt Besitzer eines Mietsautos, auch Troschke, wie man sagt, habe ich gesehen, beziehungsweise die Beobachtungen gemacht, um welche man mich jetzt gefragt hat auf der Polizei. Was denn für Beobachtungen, Herr Ratzenberger? Ja, weil ich mich noch deutlich erinnere an die seinerzeitige Nacht. Vielleicht sagen Sie uns erst einmal das Datum. Jawohl, die Nacht vom Donnerstag, den 23. Februar zum Freitag, den 24. vor drei und einem halben Jahr. Da haben Sie also eine Fuhre gehabt? Jawohl. Wohin ging es denn? In die Katharinenstraße von der Wiedenmeierstraße. Katharinenstraße 94. Aha. Und wen haben Sie denn gefahren, Herr Ratzenberger? Sehen Sie den vielleicht im Gerichtssaal? Jawohl. Der Herr war es, der Herr Doktor, mit einer Dame. Und wie Sie dort angekommen sind? Dort ist er ausgestiegen und mit der Dame in das Haus hineingegangen. Er ist also geblieben. Ja. Nicht wieder zurückgefahren. Wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben, Sie stehen jetzt selber unter Eid. Lautlos, dann hört man den eigentlich nichtssagenden Satz, mit dem der kleine untersetzte, schnauzbärtige Mensch den beklagten Krüger entscheidend belastet. Nein, das müssen Sie doch wissen. Da er in dem Disziplinarverfahren gegen die jetzt verstorbene Anna Elisabeth Heider unter Eid das Gegenteil bezeugt hat, liegt, wenn die Aussage des Chauffeurs für glaubwürdig befunden wird, mein Eid vor. Die folgenden Fragen nimmt Dr. Hartl der Verteidigung loyalerweise ab. Herr Ratzenberger, jetzt besinnen Sie doch ganz genau. Wie wollen Sie denn das alles heute noch wissen? Ja, freilich weiß ich's. Ist das nicht unwahrscheinlich? Sie müssen noch in der Zwischenzeit mehrere tausend Personen befördert haben. Wo es meine einzige Fuhre war und ich sonst die ganze Nacht umsonst gestanden wäre, in der Saugelten, da war es ja so unheimlich Eis. Ja, ist schon gut. Aber Sie können sich doch im Datum irren oder in Personen. Nein, in dem Fall nicht. Ja, wieso denn nicht, Herr Ratzenberger? Ja, nein, der 23. Februar, das ist doch mein Geburtstag. Aha, und da haben Sie trotzdem Tints getan? Ja, ich wollte nicht, aber dann bin ich halt doch losgefahren, weil nämlich, wo nachher diese Kälte kam und die Rechnung für das elektrische nicht zahlt gewesen ist, da hat meine alte Dermaus in mich hineingebläht, bis ich eben doch losgefahren bin und ein Fest ist gewesen in der Wiedenmeierstraße. Ach, das erinnern Sie sich auch? Jawohl, das viele Licht. Jetzt sagen Sie auch, Herr Ratzenberger, wieso haben Sie überhaupt darauf geachtet, dass der Dr. Krüger mit der Dame ins Haus gegangen ist? Ja, dafür interessiert sich ein jeder Troschkenfahrer sehr. Ach so? Ja, weil die Herren, wenn sie eine Dame nach Haus begleiten und mit ihr hinaufgehen, dann lassen sie sich meistens nicht lange herausgeben. Das gibt ein anständiges Drück. Und wieso haben Sie den Angeklagten eigentlich so genau gesehen in der Dunkelheit, dass sie ihn noch nach drei Jahren wiedererkennen, mit aller Bestimmtheit wiedererkennen? Ja, ich bitte Sie, einen Mann wie den Herrn Doktor, den kennt man eben wieder. Die Hälse recken sich, Langlians werden vors Auge gestiehlt, besonders die beschauenden Angeklagten, sein massiges Gesicht, die breite Stirn mit dem tief hereingewachsenen strahlend schwarzen Haar, die grauen Augen mit den dicken finsteren Brauen darüber, den geschwungenen schmeckerischen Mund. Es ist richtig, dieses Gesicht ist leicht zu merken. Der Einwand, das unmöglich sich ein Chauffeur nach mehr als drei Jahren so minutiös genau erinnern könne, ist widerlegt. Das herausfordernde Lächeln hätte der Verteidiger Dr. Geier gern von diesem Gesicht gestrichen. Hagerer, rotblonder Herr, dünne, gekrümmte Nase in dem nervösen, nur mit Anstrengung beherrschten Gesicht, sitzt er da, voll Spannung und Geladenheit wie ein angekurbeltes Auto zitternd vor der Abfahrt, lässt die scharfen Augen nicht von dem Chauffeur. Sie sind gelernter Mechaniker? Freile, warum? Haben die Stellung oft gewechselt? waren im Krieg meist in der Etappe? Wurden nach einer Verletzung vom Dienst befreit? Warum? Wer hat sie da protegiert? Mich. Wie sind Sie zu der Autodroschke gekommen? Kauft habe ich es halt. Doch von dem Geld, das Ihre Frau kurz vor der Eheschließung geerbt hat? Ja, das ist üblich, wenn man schon heiratet. Und Sie dann verprügeln jeden zweiten Tag? Das ist auch üblich? Ich? Herumraufen tun Sie sich auch sonst ganz gern, Herr Ratzenberger. Haben Sie nicht Ihren eigenen Bruder bei einem Streit am Kopf verletzt? Nein, unterbrühe. Nachdem er Ihnen betrügerische Machenschaften nachgewiesen hatte? Sind Sie nicht mehrmals von den Besitzern privater Wagen angezeigt worden? Ja, Herrschaft zeigten die Hame auch körperlich bedroht hatten? Weil sie nicht fahren können alle miteinander die Haufen die Geselchten. Sind Sie immer so reizbar? Seit dem Krieg, nicht wahr? Ich muss schon bitten, es geht zu weit. Nein, nein, Herr Staatsanwalt, wir wollen doch die Verteidigung nicht einschränken. Wie war das mit Ihrem Selbstnordversuch? Das weiß ich nicht mehr. Laut Polizeibericht sind Sie eines Tages aus dem Fährboot über die Isar mit dem Ausruf Adieu schöne Gegend ins Wasser gesprungen, aber wieder aufgefischt worden. Das weiß ich nicht mehr. Beiläufig wundert mich, dass man einem so nervösen Mann die Wie viel trinken Sie so am Tag? Bier. Zwei Liter? Drei Liter? Nein, schon. Oder auch mehr? Schon. Fünf? Auch sechs? Ja, ja, schon auch. Wenn Sie feiern wie damals noch mehr, wollen Sie nicht zugeben, dass Sie auch in der Nacht so betrunken waren wie vor kurzem, weil Sie sogar einen Fahrgast verprügelten? Ja, beleidigt hat er mich doch, der Schlawiner. Nur weil der Ihnen kein Trinkgeld gab? Und beleidigt las ich mich nicht von kann so einen Lacken von so einem Scherden und von Ihnen auch nichts. Herr Ratzenberger, beruhigen Sie sich jetzt, beruhigen Sie sich doch endlich. Ist es richtig, dass man Ihnen danach die Konzession entziehen wollte? Also so geht das wirklich nicht. Was hat das noch mit der Sache zu tun? Das sehen Sie nicht? Sie wissen genau, dass das Verfahren niedergeschlagen worden ist. Und warum? Wegen Geringfügigkeit. Tatsächlich? Weil sich die Angaben des Fahrgastes dann doch als nicht stichhaltig erwiesen haben. Ich hätte das gern von dem Zeugen Sie wissen, dass Sie unter Eid stehen. Woran haben Sie sich in Wahrheit erinnert, als man Sie zum ersten Mal nach den Vorfällen vor dreieinhalb Jahren befragte? Nein, Herr Richtanwalt, alles was recht ist, das ist mir doch zu weit hergeholt. Steig das aus dem Protokoll, bitte. Aber da ist eine Mauer. Nicht erfährt das Gericht, ob da Fäden gehen von der Polizei zu den Justizbehörden, von den Justizbehörden zum Kultusministerium. Nur die Oppositionspresse und einige auswärtige Zeitungen stellen nachdenkliche Betrachtungen an über die Zusammenhänge zwischen dem Gedächtnis des Chauffeurs Franz Xaver Ratzenberger und der offiziellen Kunstpflege des Landes Bayern. Im modischen grauen Anzug den schönen ererbten Elfenbeinstock leicht schwingend verlässt der Kommerzienrat Paul Hessreiter einer der Geschworenen des Prozesses Krüger seine Villa ruhig gelegen in der Nähe des Englischen Gartens. Da heute die Verhandlung erst auf 11 Uhr angesetzt ist benutzt er den Morgen zu einem Spaziergang. Mit umständlicher Munterkeit dankt er für den Grüßen. Denn Paul Hessreiter Inhaber der ausgezeichnet gehenden Fabrik Süddeutsche Keramiken Ludwig Hessreiter und Sohn mit 42 Jahren noch jung elegant ein famoser Gesellschafter gefällig jedermanns Spezi einer der fünf eingeborenen Lebemänner der Stadt Paul Hessreiter ist ein Mann dem man in Schwabing mit Wohlwollen nachschaut. Aber trotz des blanken Himmels und der leichten frischen Luft der bayerischen Hochebene fühlt er sich heute nicht so vergnügt und befriedet mit sich und der Welt und seiner Stadt wie sonst. Ist es doch dieser damische Prozess? Eine unsympathische Geschichte unsympathisch wirklich. Mitglied des feudalen Herrenklubs hat er die politischen Hintergründe natürlich von Anfang an gekannt. Verfliegste Neugier. Jetzt hab ich's. Jetzt kann er die schönen Junitage unbehaglich im Justizpalast versitzen. Aus schleierigen Augen beschaut Herr Hessreiter seine Vaterstadt München angestrengt, bekümmert, beschäftigt. Die Beine der flanierenden Frauen, die die Mode der Zeit bis hoch hinauf freigibt. Bei den Springbrunnen der Universität in Steingehauen friedlich vier Männer altgriechischen Gepräges. Dazwischen Studenten, über trainierten Körpern, skrupellose Gesichter, entschlossen zum Rekord. Dabei doch sonderbar schlaff, als seien sie Autoreifen, noch gespannt, aber schon angestochen, sodass sogleich die Luft entweichen wird. Die Feldherrnhalle, den schönen Stil vollen Bau, den die Handel immer wieder mit neuen gräueln militärischen Denkmännern verhunzen müssen. Kleine Trupps von Landsknechten, illegalen, doch vom Staat geduldeten Wehrverbänden der Nationalen, die die Straßen unsicher machen. Kinder und Frauen, die beim Hofgarten dicke Tauben füttern. Wie kommt es in Mitten einer ehrfurchtsvollen Gruppe der General Fesemann, ein Feldherr des großen Krieges noch in Fleisch und Blut? Wie kommt es, dass alles, was faul und schlecht ist im Reich und sich anderswo nicht halten kann, jetzt magisch angezogen nach München flüchtet? Bekümmert sich das fleischige Gesicht des eleganten Herrn aus? Ein Kavaliers Eid ermalmt, die Schläfen zucken. Nein, deswegen einen Mann zu Fall bringen, das ist einfach ungehörig. Da er einen Teil des Geldes, das ihm der Kitsch seiner keramischen Fabrik jetzt ins Haus schwemmt, für ernsthafte Kunst auszugeben pflegt, ist er einige Male mit dem Manne Krüger zusammengetroffen. Ein bisschen ein Gigerl, ein Krampfbruder. Aber muss man ihn, muss man überhaupt einen, weil er ein paar Bilder aufgehängt hat, die ein paar Trottel nicht passen, gleich ins Zuchthaus schicken. Er sieht nach der Uhr. Halb zehn. Geht rum, schreitet dann aus, fast ungebührlich schnell, denn nur ein paar Straßen weiter, der Herr Hesseleiter. Das ist noch eine Schreide. Sie wollen sehen die Bilder, nicht wahr? Kommen Sie. Nur ein paar Straßen weiter, in der Galerie Novotny, hängen jetzt die Bilder, die dem Dr. Krüger die Feindschaft der Gutgesinnten zugezogen haben. Der Fenster, schauen Sie nicht hin. Haben Sie eingeschlagen heute Nacht. Der Galeriebesitzer führt den verständigen, sehr solventen Besucher persönlich. Die Polizei, was sagt Sie, nehmt den Schutz ab. Ist das eine Art? Also ich muss behalten meine Hauspolizei. Aber die Bilder, was soll ich Ihnen sagen? Die Aktion der Bayerischen Regierung hat die Bilder erst in Sicht gebracht. Über Nacht sind die Maler in Mode. Die Herren von der Akademie ärgern sich green und gelb. Herr Hessreiter, nur durch den kleinen beweglichen Herrn können zarte Nerven schon irritieren. Aber du lieber Gott. Aber du lieber Gott, die jetzt zu schockierten Herren haben doch sonst in vielen Fällen ganz robuste Nerven gezeigt, haben den Krieg und die Wirren danach ohne merkbare Erschütterung überstanden. Nur merkwürdig. Weil der Gretin von einem Franz Flaucher den Krüger nicht riechen kann, haben diese unbekannten Maler jetzt Erfolg. Merkwürdig. Nein, gut eingerichtet ist das nicht. Irgendetwas stimmt da nicht. Fräulein Heider, welcher Jammer? Wenn ich doch nur mehr hätte zu verkaufen. Der Akt, das Selbstporträt der Anna Elisabeth Heider. Was ist hier da? Stark sogar. Sie hat nur nichts mehr von dem Aufsehen, das ihr Bild jetzt macht. Sie ist tot. hat sich umgebracht auf üble Weise. Nichts mehr ist da von ihr, außer diesem unappetitlichen Prozess und diesem einen Bild, das Martin Krüger gerettet hat, weswegen jetzt sechs Münchner auf einer geschworenen Bank sitzen. Also was soll daran aufreizend sein? Die Frau blickt mit einem verlorenen und gleichwohl gespannten Ausdruck. Der nicht übermäßig schlanke und gewiss nicht geschmeichelte Hals ist auf hilflose und rührende Art gereckt. Die Brüste und Schenkel schwimmen weich in der milchig zarten Luft des Bildes und scheinen doch fest. Das Ganze ist anatomisch exakt und zugleich poetisch. Was wollten Sie für den angemessenen Preis? Der Preis? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht Herr Norwood nennt einen hohen Betrag. Ich kaufe das Bild. Sie kaufen es? Selbstverständlich, Herr Hessleit. Ich werde es Ihnen zugleich lassen. Im Auftrag eines Freundes. Eines Freundes? Und wäre Ihnen verbunden, wenn Sie vorläufig nichts davon verlauten ließen? Ja, selbstverständlich. Verstehe vollkommen. Kein Sterbenswort. Ich versichere Sie, Sie können sich verlassen auf mich. Dann geht Herr Hessreiter verdrossen, sich wegen seiner Feigheit beschimpfend, aber doch befriedigt wegen seines Mutes zu dem Kauf. Wenn der Mut in der Brust seine Spannkraft übt. Dem Kauf, mit dem er sich verschmitzt und tapfer vor sich selbst und der Welt salviert. als vorurteilslos und europäisch erwiesen hat. Geht trägefedernd mit langsamer Eleganz in den Justizpalast, wo wegen eines Kavalierseides verhandelt wird. Eine Verstrickung, in die viele Männer jeden Tag kommen können und setzt sich auf seinen geschworenen Platz. Frau Hofrat Berat, jetzt sagst dem Gericht doch einmal was über die Zwistigkeiten, die sie mit ihrer Mieterin gehabt haben. Untermieterin? Ja. Eigentlich soll man ja über Tode nichts Schlechtes sagen. In dem Fall, Frau Hofrat. Das Fräulein war schlampig und dreckig, überhaupt vollkommen verwahrlost. Kommen und gangen ist sie zu ganz unregelmäßigen Zeiten, an keinerlei Ordnung hat sie sich gehalten. Augen zum Fürchten hat's gehabt, unpünktlich die Miete bezahlt hat's, ständig ein Lärmen ist in dem Atelier gewesen, Negermusik hat's gespielt, bis in die Nacht mit ihren Besuchen. Den Sonntag verdorben hat's einem Christenmenschen, wenn sie sich nur gezeigt hat in ihrem löchrigen Gewand, als ob sie überhaupt nichts mehr anderes zum Anlegen hätte. Darum hat sie sie nackert gemalt. Also Besuche hat's gehabt, haben sie gesagt. Zweideutige Besuche. Und der Herr Dr. Krüger? Mit dem war's ja am ärgsten. Der Angeklagte nimmt die belastende Aussage mit blicklosem Hochmut zur Kenntnis. Sie wollen den Dr. Krüger also wirklich jeden Tag gesehen haben? Frau Hofrätin? Herr Dr. Geier. Am Anfang jedenfalls, so war ich hier stehe. Am Anfang? Sie haben ihn selber gesehen? Und die Nachbarn. Das ganze Haus hat Anstoß genommen. Und woraus, niedrige Frau, haben Sie eigentlich entnehmen können, dass die Beziehungen zwischen den beiden mehr als freundschaftliche waren? Ja, wie soll man sagen, wie es zusammen gelacht haben, zum Beispiel. Gelacht? Ja, gelacht. Auf so eine vertrauliche Art intim eben. Und angefasst hat er sie am Arm. Am Arm? Ja, am Arm, auch an der Schulter und am Nacken, wie es eben zwischen nicht intim stehenden nicht üblich ist. Und ein Kreischen ist aus dem Atelier gekommen und ein Geflüstung, kleine Schreie, überhaupt eben anstößige Laute. Das wollen Sie alles genau gehört haben? Ja, das habe ich selber mit anhören müssen. War das denn so ohne weiteres möglich? Ihr Zimmer liegt doch gar nicht direkt neben dem Atelier. Ja, das ist schon richtig, aber bei angespannten Aufmerksamkeit in der Nacht, wenn man noch dazu so ein gutes Gehör hat wie ich, da hat man es wohl hören müssen. Hören müssen oder können? Bitte bereuen hat man es müssen, dass man nicht einen ordentlichen Mieter hereingenommen hat. Da können Sie fragen, wen Sie wollen, den Herrn Huber, den Postsekretär oder den Blechner Meister Amitsrieder, der sein Geschäft in Partei hat. Wissen Sie, was sie dem angetan hat? Eine Katze hat sie ins Haus gebracht, so eine aufgelesene Struppige, die dann sein Katzerl mit der Reude angesteckt und die 5 Mark. Ist das nicht die Höhe? Gibt sie noch am Tag vor ihrem Tod einem Wächter in der Staatsgalerie vor lauter Verstörung 5 Mark drin Geld? Was wir dafür noch alles hätten richten können, wo sie zwei Monats schuldig geblieben ist, ganz abgesehen einmal von der Gasrechnung, die natürlich am Ende ganz unmäßig hochgelaufen ist und die ich jetzt bezahlen kann. Der Rechtsanwalt und Landtagsabgeordnete Dr. Siegbert Geier lässt sich auch an dem verhandlungsfreien Sonntag pünktlich von seiner Haushälterin wecken. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Über jede Stunde auch dieses Sonntags ist verfügt. Es ist 8 Uhr und das Bad ist schon hergerichtet. Und der neue Anzug, wenn Sie den anlegen möchten, wo er Ihnen doch viel besser steht und der Alte nicht mehr zu anschauen ist. Schon gut, schon gut, schon gut, danke. Im Badedamm erlaubt er sich gelöste Gedanken, entspannt, der scharfen Logik, zu der er sich diszipliniert hat. Wird er heute Ruhe finden, um weiter zu arbeiten an dem Buch Die Geschichte des Unrechts im Lande Bayern? Das kleine Buch, Vorarbeit zu dem großen Werk, das er einst schreiben wird, Recht, Politik, Geschichte. Es wird ein gutes Buch werden. Das Material ist gesammelt. Ein wichtiges Buch. Es wird auch auf bessere Leute wirken als auf Richter und Abgeordnete. Vielleicht sogar gelangt es einmal an einen, der seine Gedanken in die Tat umsetzt. Der Anwalt Dr. Geier schaukelt in der Wanne, seine Glieder schwimmen mild in dem warmen, grünlich-hellen Wasser. Ich sollte die Arbeit im Fluss halten, mich zurückziehen für einige Zeit. Oder soll er zeitlebens hin und her hetzen zwischen Advokaterei und kleiner Tagespolitik in dieser trägen Stadt München, in diesem unbeträchtlichen, ungewöhnlich erkenntnislosen Land. Die Arbeit verlangt den ganzen Mann. Heimlich, nicht jetzt, weiß er, dass er das große Werk nie schreiben wird. Dass er ein Fremder zwischen den Söhnen der bayerischen Hochebene verbissen in seine albernen Kämpfe mit diesem Duodets Diktator Klink, dass er seine große Aufgabe lächerlich umsetzen wird in scheinbare Erfolge in zwergige Geschäftigkeit. Ah, theoretische Spindisiererei. Albern. Herr Doktor? Er überfliegt die Zeitungsberichte zum Fall Krüger. Schon hat er unter dicken Brillengläsern wieder die raschen, nüchternen, erkennerischen Augen wie im Gerichtssaal. So, Herr Doktor, das Frühstück war Gericht, gell? Ja, Dankeschön. Aber jetzt essen sie nicht wieder so schnell. Das tut ihnen nicht gut. Ja, und müssen sie denn schon wieder rauchen vor dem Frühstück? Mei, und der Anzug. Jetzt haben sie schon wieder den alten Anzug an, den dreckenden unmöglichen. Müssen sie denn so geschlamperd rumlaufen, dass er schand ist? Und sie sind doch ein so gebildeter her. Aber mei, da kann man reden und reden und reden, es nutzt überhaupt nichts. Doktor Geier frühstückt hastig, nervös, unachtsam, große Brocken in den Mund schiebend, heftig kauend, von billigem, blau gemustertem Geschirr der süddeutschen Keramik in Ludwig Hessreiter und Sohn. Plötzlich Delmeier. Ein neues Zeitungsblatt umschlagend hat er jenes schreckhafte zusammenzucken wie im Gerichtssaal. Ein Zeichner hat gut und frech die Köpfe der Geschworenen porträtiert, vorne an das windige, arrogante, hagere Gesicht dieses Versicherungsagenten. Wo Delmeier ist, ist Erich nicht fern. Tage hindurch muss er dieses Gesicht nun Stunde für Stunde sehen. Es wirft ihn immer wieder aus seinem nicht leicht erkämpften Gleichmut. Erich. Der Komplex Erich ist überdacht, geklärt, ausgesprochen. Alles ist abgelebt, erledigt. Aber wenn der Junge einmal leibhaft hier hintreten wird, und einmal wird er hier stehen, wird eben nichts erledigt sein. Dann mit einem Ruck reißt er die Augen weg. Gebietet sich nicht mehr an den Delmeier zu denken. Schon gar nicht an den Freund und Genossen des Delmeier. Erich. Der Junge. Mein Sohn. Herr Doktor. Ja, was ist? Das war ein Absurd für Erner. Ja. Wie jetzt Johanna Krein, die Freundin des angeklagten Krüger ins Zimmer tritt, im rahmfarbenen Kostüm, das den sportlich kräftigen, eben gewachsenen Leibgut umschließt, packt den Anwalt wie immer ihre Ähnlichkeit mit einer, an die er nicht denken will. Grüß Gott. Guten Morgen. Darf ich das Fenster aufmachen? Ja, aber selbstverständlich, bitte. Das bräunliche Haar eigensinnig gegen die Mode geknotet, dunkle braun über ihren großen, grauen, unvorsichtigen Augen. Na bitte, frühstück uns doch weiter. Ja. Leider kann ich Ihnen nichts Gutes berichten. In seinem Ei löffelnd, krünend, zusammenscharend, brotbrechend, nur manchmal mit scharfem, schwähmendem Blick, setzt Dr. Geier Johanna Kreien die Prozesslage auseinander. Und die Aussage des Ratzenberger. Hat den Prozess so gut wie ausgeschlossen gemacht? Die Glaubwürdigkeit dieses Chauffeurs anzuzweifeln hätte vielleicht vor einem anderen Gericht Sinn. Ja, und meine Aussage? Ihre, Ihre Aussage. Sie wollen also bekunden, dass Martin Krüger an der fraglichen Nacht vom 23. zum 24. Februar zu Ihnen kam und sich zu Ihnen in Ihr Bett legte? Ja. Ich brauche nicht zu sagen, dass damit nicht viel gewonnen ist. Die Tatsache, dass Dr. Krüger in dieser Nacht bei Ihnen war, entkräftet an sich nicht die Aussage des Chauffeurs. Sie wollen sagen, man kann ihm zutrauen? Man wird ihm zutrauen. Johanna schweigt. Senkrecht stehen über der Nase drei kleine angestrengte Falten in der sonst sehr glatten Stirn. Der Anwalt zerkrümelt Brot. Ich halte es für Richtige von Ihrer Aussage abzusehen. Die Anklage wird sich selbstverständlich auf den Standpunkt stellen, dass er eben bei Frau dann Heider und bei Ihnen war. Packt Sie plötzlich mit den Augen. Die Aussage wird für Sie nicht angenehm sein. Man wird Sie nach Details fragen. Ich stelle ein Heim von der Aussage abzusehen. Ich möchte aussagen. Ich kann mir nicht denken. Sie leben doch lange genug in dieser Stadt. Dr. Krüger selbst wünscht die Aussage übrigens nicht. Ach, das. Das ist eine Geste. Nun gut. Ich will mich natürlich bemühen, alles aus Ihrer Aussage herauszuholen, was möglich ist. Tapfer sind Sie ja. über die Peinlichkeiten sind Sie sich im Klaren? Ja, das werde ich aushalten. Erinnern Sie sich vielleicht, wann in dieser Nacht Dr. Krüger zu Ihnen kam? Die genaue Uhr. Was ist lang her? Das ist mir nicht unbekannt. Aber sehen Sie, der Chauffeur Ratzenberger zum Beispiel kann sich trotzdem an die genaue Zeit erinnern. Zwei Uhr. So steht es jedenfalls im Protokoll. Wenn ich mich also erinnern sollte, dass Martin schon um zwei Uhr zu mir kam... Dann hätte Ihre Aussage Sinn. Ja. Ich werde meine Erinnerung überprüfen. Wahrscheinlich wird man selbst dann dem Chauffeur mehr glauben als Ihnen. Alles in allem stelle ich noch einmal anheim, um der Aussage abzusehen. Ich ruf Sie an. Der Rechtsanwalt und Abgeordnete Geier schaut ihr aus dem Fenster nach, wie sie fest und kräftig durch die Junisonne schreitet. Ein großes bayerisches Mädchen, entschlossen ihrem unbesonnenen Freund, auch mit Gefahr aus seiner blöden Geschichte herauszuhelfen. Er setzt sich zurück an den die Zeitungen unordentlich überdeckten Giften, erbarmungswürdig schlaff. Das Zeitungsblatt mit den Köpfen der Geschworenen liegt noch aufgeschlagen. Aber er will ja nicht daran denken. An den Jungen nicht. An die Mutter des Jungen nicht. Alice. Alice Bornhag, eine Norddeutsche, verstorben vor längerer Zeit. Am gleichen Sonntag fährt der Minister Otto Klenk durch das grün und gelbe bayerische Alben Vorland den Bergen zu. Schön ist das Land. Fest und greifbar steht alles in der klaren kräftigen Luft. Wind und Sonne dieses Landes gerben Haut und Seele. Er wird einen Gang durch seine Jagd machen. Er freut sich auf die derbe Kost, die die Veronika ihm vorsetzen wird. Die Veronika, von der er einen Sohn hat. Herr Simon, der Babs, die ihm dort jetzt den Haushalt führt. Herr Ratzbub, ein rechte Dickseeler. Er schlägt mir nach. Man hat ihn in der Filiale der Staatsbank in Allertshausen runtergebracht. Aber anstatt dort Karriere zu machen, tut er nicht gut. Ihm Klenk gefällt das. Er stolz. Ein Marterl, eine bisher noch nie bemerkte Gedenktafel am Wegrand, ist ihm aufgefallen. Interessiert betrachtet er die naive Bauernmalerei, die darstellt, wie ein ehrengeachteter, 54-jähriger Ökonom auf sehr fahrige Art mit seinem Heuwagen in die Tiefe stürzt, liest schmunzelnd die pfiffig derbe, klobig versifizierte Inschrift. Da richte ein Bauer brav und ehrgeacht. Gott werde sich seiner Erbarmen, da er ein Weib gehabt habe, das ihm schon auf Erden sogar das Wirtshaus zur Hölle gemacht habe. So sind's meine Landsleid. Dr. Klenk interessiert sich sehr und von innen her für diese bayerischen Kulturdinge. Beiläufig fällt ihm ein, dass auch die Zahl der Rohheitsverbrechen nach der letzten Statistik südlich der Donau höher ist als irgendwo sonst im Rhein. Wie da, sagen wir, darauf hört sie nix. Die fäuchtet an, was da steht. Do, do liegt a Bauer brav und er geachtet. Einen golden Humor haben diese bayerischen Ureinwohner. Ein komfortabler Tourenwagen hält neben dem Seinen irgendwelche neugierige exotischen Aussehens. das ist weiter. Viele Fremde kommen jetzt ins Land. Das ist breite Schlawine. Er hat einen Aussatz gelesen, unlängst, der sich intensivierende Verkehr müsse notwendig so etwas wie eine neue Völkerwanderung zur Folge haben. Er wird erfreulicherweise diese schönen Zeiten kaum mehr erleben. Unvermittelt der Kaya fast körperlich vor sich sieht er den rotblonden dünnhäutigen Kopf. Das mischt er sich ein. Den wenn ich was kommen krieg, was wäre ich um die Mahlzeit. Er beißt stark auf das Mundstück seiner Pfeife. Logik Menschenrechte Reichseinheit Demokratie 20. Jahrhundert Schorn was versteht sein Saujus von dem was in Bayern und für Bayern recht ist. Schnaubt durch die gepressten Lippen knurrt wie ein aufgeregtes Tier gegen den Feind. Hat den jemand gerufen? Hier will niemand besser gemacht werden. Hexos wenn so ein damischer Hammer reinschmeckt mit einem Papierschel und dann wird das Bier sauer. Der Wagen gleitet an den schönen langgestreckten See entlang. Hügelige Ufer, dahinter die heitere Linie der Berge blau und grün. Bald wieder verdunstet sein Zorn. Er lässt die Gedanken kraus und quer gehen. Kinderspielzeug haft bunt wie die stark farbige Landschaft. ein Bild spürt man oder man spürt's nicht. Was braucht noch so viel Soße drum zu machen wie der Krieger? Immerhin ein offener Kopf. Muss dieser Lally der bayerischen Politik in ihre Maschine hineintapsen? Du Martin Krieger bist schädlich für das Land. Ich muss dich also bedauerlicherweise erschießen. Er, Klenk, tut nicht recht, nicht unrecht. Er tut, was der Tierarzt, der Maßnahmen gegen die Maul- und Klaunseuche anordnet. Hoppla! Hoppla! Jetzt hätte er fast den Radler niedergefahren. Was wäre ein Gaudium und eine Hetz für die Oppositionspresse gewesen. Mach doch deine hochsten Augen auf! Auf! Geschächter! Dieb! Darmischer! Saupreis Kinesischer! Dahinten liegt das Gut des Toni Riedler. Der ehemals bayerischer Diplomat im Krieg gesund gestoßen macht sich jetzt den Spaß Landsknechtsverbände zu organisieren. Macht einen Wind, dass er Klenk es schwer hat, ein Auge zu zu drücken. Schon ein Pech. Eine ganze Kompanie unählicher Kinder hält sich der Riedler außerdem. Schon ein Pech für den Krieger. Meng einer Frau. Hier in Bayern den höchsten Prozent sind in ganz Mitteleuropa. Es ist schon eine Sau Arbeit offizielle bayerische Politik zu machen. Die anderen, die die wirkliche heimliche machen, haben es schöner. Gleich nach dem Essen wird er mit seinem Jäger zur Gschwendhütte gehen. Die neuste Ausgabe der Rechtsphilosophie hätte er sich mitnehmen können. Er pflegt auf dem Anstand zu lesen. Es ist sehr unterhaltend. Ideologischer Überbau. Gaudi. Theorien hin oder her. Ich bin der Gesetzgeber. Von dessen Wort nach dem berühmten Satz ganze Bibliotheken zu Makulatur werden. Der Justizminister fährt durch sein Land. Dem Riedler werde ich doch noch einmal eine auf den Kopf gehen. Fährt Pfeife im Mund zufrieden mit Appetit wachsam. Herr Hutmüller, wenn Sie uns jetzt die Schöpfstücke verlesen wollten, bitte. Sehr wohl, Herr Landesgerichtsdirektor. Am Tage darauf spielt der Staatsanwalt seinen großen Coup aus. Die Gerichtsbehörde hat unmittelbar nach dem Tod des Mädchens Teile eines Tagebuchs und nicht abgeschickte Briefe beschlagnahmt. Martin Liebster. Nun, leidend unter der besonders drückenden Hitze im Saal aus dem Munde eines Gerichtsschreibers erfahren Richter, geschworene Journalisten, erfährt der Verteidiger Dr. Geier und erfährt Martin Krüger selbst zum ersten Mal diese aus dumpfer Seele für ihn herausgeschleuderten Dinge. Briefe aus dem Grab Martin Liebster Nachts es ist kalt ich schreibe um die klammen Finger zu zu erwärmen auf den Tasten des Herzens ich warte auf dich aber so viele Tage vergehen bis du kommst ich kann nicht leben ohne dich das Auditorium sieht nach den Händen des Angeklagten von denen viel die Rede ist nach seinen Lippen nach dem Manne Krüger einige Damen haben den Mund töricht und hübsch halb offen deine Berührung deine Hände deine Muskeln deine Lippen deinen Körper deine Haut das üble Gefühl außerordentlicher Schamlosigkeit das einige überkommt erstickt in der großen Sensation mein Leib ist rauchendes Feuer wenn du nicht da bist ich laufe im Regen herum ich kann nicht atmen ich weiß dass du mich nicht mit der wilden Frömmigkeit begehrst wie ich dich aber nur wenn ich unter dir verlösche kann ich atmen ein dumpfiger Brand in den Worten eigentümlich gemischt mit der Luft katholischer Vorstellungen wohl aus klösterlicher Erziehung herrührend voll von dunkler immer wieder gekapselter immer wieder durchbrechender Sinnlichkeit eingesperrte tierische Schreie doch malere geht unvollendet da ich zwinge mich zu arbeiten aber es geht nicht traurigkeit und begierde reißen mir jedes gesicht aus der hand stunden stundenlang stehe vor deiner Wohnung heute habe ich lang vor der Staatsgalerie gewartet müde mit heißen Händen und trockenem Mund sitze ich und nichts auf der Welt und nichts und auf der nichts ist auf der Welt und nichts ist auf der Welt als meine schreckliche tiefe Verwirrung und Traurigkeit und die Kälte im ungeheizten Atelier und die schreckliche Stimme der Hofrätin die Geld will die Zeitungsberichte über die Aufzeichnungen sind groß aufgemacht mit hurtiger Eloquenz berichten geschickte Berichterstatter über die sensationelle Wendung im Prozess Krüger die gespenstische Liebeserklärung des toten Mädchens die nun sehr verspätet vor vielen Ohren dem Mann ins Gesicht gestellt ihren Empfänger überdies mit Zuchthaus bedroht Die Zelle 134 ist von mäßigem Umfang kahl aber zu sonderlichen Beanstandungen keinen Anlass gebend nur abends um neun Uhr wird das Licht aus vier Minuten Wenn das Licht ausgeht werden die Gedanken dumpf beklemmend Es ist eine Episode eine unangenehme vorübergehende Episode Es ist doch nicht möglich Wohl hat sich der Mann Krüger mit rascher Fantasie nur zum Spiel Bilder des Martyriums ausgemalt Wie das sein wird Verzicht auf alle angenehmen Gewohnheiten seines Alltags Verzicht auf vernünftige Tätigkeit Kunst Gespräche mit musischen Menschen Verzicht auf Frauen Draußen Juni schon streckt man sich am Meer auf besonntem Strand Jagd auf weißen Landstraßen in bestaubten Wagen Hockt vor Schutzhütten die Glieder wohlig ermüdet weintrinkend zwischen Berggipfeln Während nur zum Spiel sein Leben so sein wird kahle graue Wand wenige Quadratmeter zu seinen Füßen morgens braunes Wasser im Blechnapf den Anordnungen mürrischer schlecht riechender Aufseher unterworfen das Jahr hindurch und weitere 52 Wochen und vielleicht weitere endlose 365 Tage es ist doch nicht möglich dass jemand dieses jämmerliche Kleinbürger Gewäsch ernst nimmt dieses unsauber Gestammel dass jemand aus diesen verwirrten dumpfpoetischen Briefen für ihn Gefängnismauern baut es ist doch nicht möglich auf der heruntergeklappten Bettpritsche im Schlafanzug zwischen Tisch Stuhl Wasserkrug im Maienapp fürs Essen weißem Kübel für die Notdorft die Kehle schlaff alle Kraft rinnt aus den Gliedern ein hohles übles Gefühl kriecht den Magen hinauf die Hände auf den Knien der Unterkiefer leicht herabgefallen nicht mehr gefährlich Anna er hat sie nicht mehr gesehen nach ihrem üblen Tod war damals in Spanien um sein Buch über die spanische Malerei zu Ende zu schreiben eigentlich froh dass er ihre letzte schlechte Zeit nicht mehr mitmachen musste warum bringt ein Mensch sich um als er zurückkam war sie tot und Asche aufgefunden zwischen ihren zerschlitzten Bildern er hat nicht gelogen er hat niemals mit ihr geschlafen das Bild war zu sehr da wie sie die Treppe hinunterhüpft ihr ründes Gesicht mit dem dicken blonden Haar die Augen grau mit einem verwirrenden Ausdruck von Vertiefung und Abwesenheit unbequem so zweifelt weltfremd gleichgültig gegen alles Äußerliche dazu ihre wilden Anfälle von Orta-Sinnlichkeit sie hat sich dann ziemlich wahllos Männer zusammengerührt durch eine undeutliche Zeit schwierig aber unablenkbar richtig vorantastend ihr Kunstwille sie hat mühselig produziert mit Stockungen Zusammenbrüchen aber doch unbeirrbar einmalig gewachsen diese Frau die ihr Leben durch Zeichenunterricht an einer Schule bestritt war einer der seltenen geborenen Künstler der Epoche er ist nach Spanien gegangen was hätte ich denn tun sollen obwohl jeder in diesem Lande den Ausgang hätte voraussehen müssen ich habe den Eid für sie geleistet den Eid für ihren Läumen und in jenem Disziplinarverfahren gegen sie eingeleitet nach dem Ankauf ihres Bildes durch die staatliche Galerie den Eid der nicht nur fatal sondern noch dazu überflüssig war denn selbstverständlich wurde sie trotzdem diszipliniert nur ich hätte die Folgen verhüten können aber ist es nicht begreiflich dass er wenn er sich einmal aus dem deutschen Betrieb freimacht Ruhe haben sich dem Werk widmen will und dass er sich die Post nicht nachkommen lässt es ist aber auch begreiflich dass sie nachdem sie mehrmals vergeblich geschrieben hat nicht mehr aus und ein wissend sich mit Leuchtgas vergiftet eine halbe Minute von neun wie sie in ihrer Divan-Ecke hockt die Haltung schlampig sie raucht wie sie ohne Schirm im dicken Regen ziemlich langsam mit angestrengtem Gesicht über die Straße trippelt mit ihrem zu zierlichen Schritt das Licht oder beim Tanzen sie hängt mir gelöst sonderbar schwer im Raum gelöst unschwer beim Tanzen ich sehe sie nicht mehr nur noch das Bild das Licht ist aus die dumpfe Luft in der Zelle die Hände heiß die Bette gekratzt den Kragen des Schlafanzugs höher die Hose tiefer der Atem beschwerlich die Augen zu farbige Wirbel wieder auf drückende Nacht ich bin zu weich zu wenig energisch lass mich gehen das jetzt ist die Strophe die Heimsuchung alles ist ihm leicht gemacht worden fast nie hat es ihm an Geld gefehlt die Frauen verwöhnen ihn seine Begabung ist gefällig immerhin kein Wort steht in meinen Büchern das ich nicht mit gutem Gewissen vertreten kann aber die schärferen Erkenntnisse die unbequemeren dann sitze ich nicht hier weil ich Zeugnis abgelegt habe zu den Bildern gestanden habe und Josef und seine Brüder Josef und seine Brüder die Gelegenheit einen Maler wie er vielleicht einer Generation nur einmal geschenkt wird ins Licht zu heben aber dann jenes Angebot einen dicken Urlaub zu nehmen der ihm willkommen war denn er schuf ihm die Möglichkeit sein Buch über die Spanier gründlich durchzuarbeiten als er zurückkam war das Bild Josef und seine Brüder oder Gerechtigkeit fort ich habe es gewusst gewusst dass es ein Kuhhandel war der Urlaub als Gegenleistung für den üblen Verrat an dem Maler Landholzer und seinem Werk ich bin nicht der liebe Gott ich bin ein Mensch in zwei Händen einem Herzen und einem Hirn der einiges von dem tun kann was an ihn herankommt nicht alles falsch hätte es ein anderer vielleicht besser machen können nein ein anderer vielleicht nicht aber ich selber bin ein fauler Mann ich bin nicht bis zu meinen Grenzen gegangen wer nicht bis zu seinen Grenzen geht ist ein fauler Mann hat er nicht einmal halb im Spiel was tue ich nicht halb im Spiel eine Stufenleiter aufgestellt der Werte in seinem Leben ja einmal gemeinsam mit Johanna an einem Regentag im bayerischen Vorgebirg Johanna mit ihrer kleinen altmodischen Melodie in einem friedlichen Schlosspark angefüllt mit mythologischen Tieren im Geschmack von Versailles was machst du willst du reiten die Werte dieses Daseins heil lass mich raten ganz oben in der Skala deine Arbeit ja noch vor dem Erfolg auch vor unserer Freundschaft ja ja was ist jetzt das hey sie was machen sie denn da drum nicht lang allerdings und das war zu Ende mit der Philosophie machen sie das da runterkommen das Reiten auf den Kunstwerken ist verboten und Martin Krüger war heruntergeklettert von der Mythologie ja Herrschaftszeiten hat man sowas schon erlebt er hat aber einen Ausweis bei sich da Direktor der Staatsgalerie ja so erklärte dem stramm stehenden Wächter für die Erforschung dieser Art Kunstwerke sei es notwendig darauf zu reiten ich muss darauf reiten ja ja so ja dann entschuldigen Sie mal Herr Direktor ja es ist merkwürdig dass ihn Johanna Krhein jetzt schon im vierten Jahr aushält in ihrer klaren Luft unvermittelt überkommt ihn heftige Lust sie zu sehen wahrscheinlich verhindert sie jetzt dieser widerwärtige Geier dabei will ich gar nicht dass sie aussagt sie soll nicht in diese schmutzige Angelegenheit gemengt werden aus der jeder nur bedreckt herauskommt aber der Mann in Zelle 134 kann nicht verhindern dass er sich immer wieder mit rascher Fantasie ausmalt wie das sein wird wenn Johanna mit ihrer unbekümmerten Stimme für ihn Zeugnis ablegt der leibgewordene gesunde Menschenverstand in diesem mittelalterlich gespenstischen Gerichtsverfahren er hat die Wahrheit gesagt das können Sie beschwören wenn der Prozess in sein albernes Nichts zusammenschrumpft im Namen des Volkes der Angeklagte wird freigesprochen wenn sie dann alle kommen sich bei ihm zu entschuldigen ich bitte ich bitte recht sehr Herr Dr. Krüger dem sie fortan wohl oder übel in seinem Amt größere Unabhängigkeit werden einräumen müssen unter solchen Gedanken kratzt die Decke weniger auch legt er sich unbesorgt wieder auf die linke Seite ohne Furcht wegen seines Herzens die natürliche Müdigkeit siegt über die Nervosität der Nacht und der Zelle er schläft ein mit einem kleinen zufriedenen Lächeln Johanna Krein zerreißt die druckfeuchte Zeitung den Mund halb offen dass die kräftigen Zähne in ihrem gestrafften Gesicht bloß liegen ihr Gesicht mit dem starken Mund und den entschiedenen grauen Augen verzieht sich so unmutig und angewidert dass sie fast hässlich wird sie geht mit sportlich starkem Schritt unmutig Luft durch die Nase stoßend knackend mit den ungeduldigen Fingern ihrer festen großporigen Hand auf und ab durch ihr Zimmer das geräumig doch für ihre Heftigkeit fast zu klein ist im Spiegel wechselnd sieht sie die helle Isar Anlagen den breiten K Egal widerwärtig übel riechend dumpfe Luft steigt auf aus den Worten des toten Mädchens hätte ich ihn warnen müssen ihn von ihr loslösen das konnte ich gut ausgehen wie sie ihn festhielt in ihrer wunderlich saugenden schwülen Art bin ich seine Gouvernante man muss er gestoßen sein findet keine Entscheidung fühlt sich am wohlsten im Zwielicht man kann ihn aufblättern wie eine Zwiebel Blatt für Blatt und findet nichts Festes aber sie lächelt das Kinn in die großporige Hand gestützt sitzt sie am Tisch denkt an den Martin jener Stunden zu dem sie Ja gesagt hat Unsere Reisen Wer unbeschwert jungenhaft lustig sich allen Eindrücken hingab jubelnd über jede Freundlichkeit der Witterung tief gekränkt über jedes zu primitive Wirtshaus Wer zufallsbekannte mit rascher Fantasie verulgte und ihr dabei zublinzelte Es war schön Wer sich im nächsten Augenblick in Kunstdinge hineinfühlen konnte ohne Vorbehalt hingegeben verwandelt vor Kunst Schön Sehr genau hat sie das alles im Gedächtnis und noch anderes vieles sehr im Detail Ich hätte ihm doch helfen müssen Es war ein Fehler Es war bequem Sie weiß nicht ob er mit ihr geschlafen hatte es interessiert sie nicht Aber das weiß sie dass es nicht gut sein kann wenn ein Mann länger als eine Nacht unter der Last solcher Briefe bleibt Der Mann in Not der Mann in der Zelle Der Mann mit dem sie in den Bergen war auf dem Meer Der Mann mit dem sie zusammen lag Der Kindisches und Starkes Albernes Gütiges Weises in sie hineinflüsterte Martin Krüger Mein Freund Es wird nicht einfach sein Nein Verflucht schwer wird es sein Martin Krüger wieder loszukriegen nachdem er sich auf so einfältige Art von ihren stierhaft bornierten Landsleuten hat fangen lassen Aber sind ihre Landsleute stierköpfig ist sie es doppelt Könnte der Rechtsanwalt sie sehen wie sie jetzt dasteht mit starrsinnigen zornigen Augen er beginne zu zweifeln wer von den beiden bayerischen Menschen schließlich siegen wird der Justizminister oder dieses große Mädchen Johanna Krein geboren in München 24 Jahre alt bayerische Staatsangehörige evangelischer Konfession ledig Im Publikum und auf den Bänken der Berichterstatter spannt man sich wie sie vortritt erregt und doch sicher fest kräftig das Dunkelhaar fein und dicht über der breiten Stirn die Köpfe der Geschworenen stoßen mit einem Ruck wie gezogen näher gegen sie Der angeklagte Dr. Krüger ist mein Freund Aha Was heißt das bitte genau Wollen Sie bekunden dass Sie intimen Verkehr mit ihm gehabt haben Ja Nun gut Was wissen Sie also von den Vorgängen in der fraglichen Nacht Dr. Hartl zeigt Unruhe zum ersten Mal während dieses Prozesses zwei Anträge Dr. Geyers die Öffentlichkeit auszuschließen lehnt er ab Ein Schlafzimmer wird berochen In dieser Nacht ist der Martin zu mir gekommen Können Sie sich auch der genauen Zeit erinnern Ja das kann ich Es war um zwei Uhr Sie wissen welche Strafe auf mein Eid steht Ja Ist doch ausgeschlossen dass Sie das gegenwärtig haben nach so langer Zeit Ich habe ein gutes Gedächtnis Wir hatten Streit wegen dem Fest Wir wollten einen Ausflug machen am Tag hernach Wir wollten früh aufstehen Trotzdem musste der Martin unbedingt auf das Fest gehen Ja und Die Uhr Ja was machen Sie wenn es um zwei in der Nacht aufgelegt werden und um halb fünf müssen es wieder raus Dann schaut doch auf die Uhr Der Mann Krüger hört aufmerksam zu Was glaubt er selbst was sie sagt Ich bedauere jetzt sehr dass dass ich nicht mitgegangen bin weil dann wäre der ganze Prozess nicht zustande gekommen Bitte bleibst bei der Sache Zeugin Hat der Dr. Krüger denn auch in jener Nacht mit Ihnen intimen Verkehr gepflegt? Ja Aha Wie hat er denn überhaupt ungesehen zu Ihnen gelangen können? Er hat den Schlüssel Haben Sie eigentlich gewusst dass Ihr Freund auch zu anderen Frauen in Beziehung stand? Ja Merkwürdig Diese Bekundung macht keinen günstigen Eindruck Es waren flüchtige Beziehungen Ich hab's ihm nicht weiter verübelt Naja Merkwürdig Dass er allerdings aus dem Schlafzimmer einer anderen zu mir gekommen ist Das ist ausgeschlossen So Woher wollen Sie denn Es ist ausgeschlossen Bitte mäßigen Sie sich Zeugin Jetzt sagen Sie mal Fräulein Krein Wovon leben Sie eigentlich? Ich habe etwas Vermögen und Einnahmen aus graphologischen Analysen Sie haben nicht etwa von dem Angeklagten Geld erhalten Oh Falsch Halt los Die Zeichner der großen Journale stürzen sich begierig auf den Moment die starke Pose festzuhalten wie der Mann Krüger voll Wut um sich schlagend das Kinn vorstößt gegen den Staatsanwalt der dem blitzenden Blick des Rasenden mit ironischer Geduld standhält Sie haben nicht etwa Geschenke an Geld oder Geldeswert erhalten? Doch Blumen Verschiedene Male Bitte Ruhe Heiterkeit ist hier wirklich nicht angebracht Was Ihre Grafologie anbetrifft Hat da nicht einmal ein Verfahren wegen Gaukelei gegen Sie geschwebt? Nein Ein solches Verfahren hat niemals geschwebt Aber Ihre Kundschaft besteht doch vor allem aus Männern Sichtlich hat die Zeugin mit ihrer Hartnäckigkeit ihrem unverstellten Zorn alle Sympathien zurückgewonnen Sie jedenfalls kann niemand als Zugereiste als Schlawinerin verdächtigen Von der geschworenen Bank aber erhebt sich heftig schnaufend mit einer weiten Armbewegung Herr Landesgerichtsdirektor Ein elegant gekleideter Ich glaube im Namen ist aber auch und zwar ebenfalls um zwei Uhr im Bett der Zeugin Krein in der Steinsdorfstraße gewesen Der Zeuge Ratzenberger hat gute Gründe für sein genaues Gedächtnis Aber die Gründe der Zeugin Krein sind nicht schlechter Der Vorsitzende der ehrgeizige Richter Dr. Hartl schließt die Sitzung nicht ohne Betretenheit zum ersten Mal mit einer kleinen Wolke Sorge um den Ausgang des Prozesses der doch durch klug zusammengesetzte geschworenen Bank und biegsame Paragraphen von Anfang an gesichert schien Der Prozess Krüger fand statt im dritten Jahr nach dem ersten großen Krieg neben vielen ähnlichen Prozessen In Italien wurden Anhänger der an der Macht befindlichen Diktatur trotz erwiesener Mordtaten freigesprochen Gegner dieser Diktatur nach geheimen Verfahren verbannt und für verlustig ihres Vermögens erklärt In Frankreich wurden Offiziere der am Rhein stehenden Besatzungsarmee nach Tötung von Deutschen freigesprochen Pariser Kommunisten um nicht erweislicher Gewalttätigkeiten willen auf Jahre ins Gefängnis gesperrt In vielen Ländern Europas und Amerikas wurden jüdische und sozialistische Angeklagte nach postenhaften Gerichtsverfahren zu tausenden erschossen gehängt auf Lebenszeit in Kerker gesperrt Nationalisten in den gleichen Ländern wurden nach erwiesenen Straftaten entweder nicht belangt oder freigesprochen oder zu geringfügiger Strafe verurteilt und amnestiert So auch in Deutschland Dies geschah entweder im Namen der Republik oder des Volkes oder des Königs in jedem Fall im Namen des Rechts Justitia Fundamentum Regnorum Der Minister Dr. Otto Klenk überliest einen Vortrag gehalten vor kurzem und sehr beachtet im feudalen Herrenclub Am Abend wird er ihn im Rundfunk wiederholen Sein Thema das Ideal einer wahrhaft volkstümlichen Justiz Ja Gerechtigkeit ist das Fundament der Staaten aber gerade darum muss eines jeden Staates Gerechtigkeit auf dem gleichen Stoff sein aus dem gleichen Stoff sein wie eben der Staat selbst Das Absolute zu erreichen ist dem Menschen nicht gegeben Unsere unsere bayerische Gerechtigkeit das weiß ich darum mit naturwissenschaftlicher Genauigkeit ist gut die beste aller hier deckbaren denn sie ist begründet im Boden im Klima im Volk volkstümliches bewahrend volkstümliches ausmerzend passend zu dem Land der Bayern Gut wie seine Wälder und seine Berge Gut wie seine Menschen seine Elektrizität die Lederhosen sein Fasching und sein Bier wollen wir also gemeinsam die Verantwortung übernehmen und ruhig schlafen Der Rechtsanwalt und Landtagsabgeordnete Dr. Siegbert Geier steht an der Wand gegenüber dem Apparat immer weiter zurückgewichen vor der jovialen höhnischen Stimme die ihn aus der Luft überfiel sich geradezu in die Wand hineinpressend steht mit der loschener Miene von Abscheu Scham und Ekel gepackt steht in der Schwüle seines ungelüfteten Arbeitszimmers zwischen verstreuten Papieren, Büchern Zigarettenasche die ausgezogenen Schuhe kotig im Raum den besudelten Rock über einen Stuhl geworfen steht erschöpft von der Anstrengung seine Nerven in der Gewalt zu halten wischt sich mit dem Handrücken den Schweiß ab nun sieht er das Unrecht mit leiblichen Augen die Seele der nackten Gewalt sein Leben lang wird er gegen sie kämpfen er hat ein weit über Verstand und Logik hinausgehendes anormales fanatisches Bedürfnis nach Sauberkeit im Recht nach Klarheit niemand dankte sie warum nur will er ausgerechnet hier sauber machen in einem Haus in dem man sich nur in Dunst und dumpfig ungelüftetem behaglich fühlt wie die Agnes eine arme Haushälterin ist er im Innersten weiß er ob er nach Berlin ja nach Moskau gehen wird in Zukunft wird das Unrecht für ihn ein Gesicht haben es wird kleine vergnügte Augen haben in einem rotbraunen derbhäutigen Antlitz es wird einen kräftigen Mund haben es wird auf einer Pfeife kauen und eine Lodenjoppe tragen da ist Nide die Lide unter den dicken Gläsern liegen rot stark geädert er atmet beschwerlich aber er sträfft sich die dünne Haut sieht trotz der starken Rötung verfallen aus unter spärlichem Pflaumen denn er ist schlecht rasiert aber er spannt sich zieht trotz der späten Stunde noch einmal das Manuskript hervor das ihn begleitet von der Kanzlei in die Wohnung von der Wohnung in die Kanzlei das Plädoyer ist vorbereitet es darf nicht an die Vernunft appellieren es muss auf die Gemütsart die dumpfmusische Einstellung der Volksrichter wirken aber in seinem Werk in der Geschichte des Unrechts wird er scharf logische Gedankengänge entwickeln mathematisch das Unrecht aufzeigen Scham und Wut über die bayerische Justiz in die Welt hinaus schreien aussichtslos das Recht zu verteidigen gegen einen Staat der das Recht nicht will aber das Unrecht wenigstens weithin sichtbar ins schärfe Licht stellen er schreibt sachlich nüchtern eifrig hoffnungslos noch nach zwei Stunden sitzt er und schreibt anderen Tages hat sich der Anwalt ganz in den Zügeln seine Hände flattern nicht seine Wangen sind gestrafft keine jähe Röte flackert sie an jede Wirkung sitzt wo er sie wünscht kein Zweifel das Publikum ist gefesselt auch einige der Geschworenen zeigen nachdenkliche Minen nichts meine Herren Geschworenen spricht für die Schuld des Angeklagten außer einer Aussage die durch eine andere widerlegt ist und außer einem jämmerlichen Gebäude aus Halbwahrheiten das nie und nimmer zu einer Verurteilung führen darf die Zeitungen von München bis nach Berlin berichten in mehreren Spalten selbst die Gegner müssen konstatieren dass das Plädoyer des bekannten Anwalts ein eindrucksvolles forensisches Schauspiel gewesen sei Am Tag nach der Verurteilung Martin Krügers geht Johanna Krein auf dem Weg zu Dr. Geier durch die Anlagen an der Isar frischer Wind geht die Stadt liegt gut anzuschauen in dem heiteren starken Licht der Hochebene und Johanna liebt sie sie genießt den Weg bemerkt nicht ohne Erstaunen dass sie eigentlich nicht mehr zornig ist sondern gelassen kampfmutig dund там ein dund 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 ... ... ... Appreciate it B ja j volunteers sie auf uma eu In den Jahren nach dem ersten großen Krieg zählte die Bevölkerung des Planeten 1.800 Millionen Menschen, darunter etwa 700 Millionen Weißhäutige. Die Kultur der Weißhäutigen wurde für besser gehalten als die der anderen. Die Weißhäutigen hatten untereinander vielerlei Grenzen aufgerichtet, sehr willkürliche. Sie redeten verschiedene Sprachen und bekriegten einander unter den verschiedensten Vorwänden. Ihre Wirtschaftsformen waren verwickelt, großer Wert gelegt wurde auf technische Meisterschaft und auf gesteigerten, vervollkommneten Verkehr. Doch organisierte man dies ausschließlich nach den Bedürfnissen der Kriegerkaste und nach den Wünschen einiger weniger kapitalkräftiger Interessenten. Während man die anderen zwang, in riesigen Hallen stumpfsinnigen Tätigkeiten nachzugehen. Die Bildung orientierte sich an den Anschauungen, die Griechen und Römer zwei Jahrtausende früher niedergelegt hatten. Die Weisheit der alten asiatischen Kulturen war vergessen. Ökonomische Zusammenhänge wurden im Schulunterricht verheimlicht. Begriffe, mittels deren man den Erscheinungen der Erde beizukommen suchte, waren die Relativität, die Klasse, die Rasse. Ihre Sexualempfindungen suchten die Weißhäutigen an die Peripherie zu rücken. Alle Komödienschreiberei der Zeit zog ihren Stoff aus dem Gegensatz zwischen allgemeiner Praxis und offizieller Moral. Solcher Art waren die Weißhäutigen Menschen, die der Planet in jenen Jahren durch den Raum drehte und die zwei Fünftel seiner menschlichen Gesamtbevölkerung bildeten. Johanna Krein steht an der straßenbanalte Stelle, wartet auf einen der blaulackierten Wagen, der sie nach Schwabing fahren soll. Der Abend ist neblig und kühl. Im Spiegel eines Schaufensters sieht sie sich im Licht der Bogenlampen. Das breite, kühne Gesicht im Gegensatz zur Mode nicht geschminkt und nur wenig gepudert. Guten Abend. Guten Abend. Jemand geht vorbei, grüßt höflich, unbeteiligt. Ein Gesicht, wie es viele Männer der herrschenden Klasse jener Zeit tragen. Klug. Unter breiter Stirn, etwas schläfrige, vorsichtige Augen. Relativistisch. Die Träger solcher Gesichter, zugebend der Fall des Kunstwissenschaftlers Krüger sei des Zorns und des Mitleids wert, pflegen trotzdem Zorn und Mitleid zu verweigern. Denn es sei zwar ein Skandal, einen Mann durch gekauften Zeugen ins Zuchthaus zu bringen, weil es der Regierung nicht gefiel, dass er, Direktor der staatlichen Galerie, moderne Kunst kaufte, doch gäbe es jetzt tausende solcher Fälle politisierter Justiz. Sie kennt das, doch sie begreift es nicht. Sie wird nicht stumpf, empört sich mit unverstelltem Zorn, schlägt um sich, immer von Neuem. Ihr Anwalt, Dr. Geier, hat ihr eine Möglichkeit gezeigt, um ihren Freund aus der Zelle zu befreien, einen Unschuldigen, bevor er zugrund geht. Gesellschaftliche Beziehungen. Er hat ihr fünf Namen genannt, die heimlichen Regenten in Bayern. Wie soll ich? Johanna Krein. Johanna Krein, von etwas Vermögen und Einnahmen aus graphologischen Analysen mäßig lebend. Wie soll ich zu gesellschaftlichen Beziehungen kommen? Nur ein Gesicht ist dir eingefallen. Immer wieder dieses Gesicht. Sie hat es auf der geschworenen Bank gesehen, im Prozess, während ihrer peinlichen Aussage. Ein fleischiger Kopf mit schleierigen, abwandernden Augen und einem kleinen genießerischen Mund. Hessreiter. Der sich auftat, sie vor einer schmutzigen Frage des Staatsanwalts schützte. Kommerzienrat, Paul Hessreiter. Sie hat ihn einfach antelefoniert. Martin sagt, ich habe einfach keine Kinderstube. Sieht aus, um gesellschaftliche Beziehungen anzuknüpfen. Wie auf einer Abenteuerfahrt in ein unbekanntes Land. Das Haus des Großbürgers Hessreiter liegt versteckt hinter einer Mauer und alten Kastanienbäumen am Rand des Englischen Gartens. Sieht aus, etwas althäterisch. Behaglich, nicht ungefällig. Aber ich bitte Sie, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Mit seiner fülligen Eleganz, seiner altmodischen Höflichkeit passt er hinein, über Krebs und seine Schale. Ich habe Ihre Tapferkeit bewundert, sehr bewundert. Er grüßt Sie herzlich, wortreich, Ihre beiden Hände mehnt. Sie sprechen der gleichen Mundart, verstehen sich leicht. Ich bin gesellschaftliche Beziehungen, aber gern. Er kommt zugleich in Schwung. Gern bin ich Ihnen behilflich, dafür bin ich der rechte Mann. Rudert heftig mit den Armen. Den Fall aus dem politisch Schachmäßigen ins menschliche Rücken. Ich bin dabei mit ganzem Herzen und Verstand. Was immer Sie mir anvertrauen, werde ich bestens erledigen. Ja, Hessreiter, obwohl er nicht direkt zu den Fünfmächtigen gehört, ist schon der Richtige. Jedermanns Spezi, Inhaber einer keramischen Fabrik, einer der fünf eingeborenen Lebemänner Münchens. Sie steht in dem niedrigen Salon, vollgestopft mit Bildern aus einerlei Sammlungen Münchner Autotümer. Zwischen Menschen, deren Gesichter sie aus den illustrierten Zeitungen kennt. Darf ich Sie gleich mit der ganzen Bande bekannt machen? Findet sich bald zurecht. Mein Freund Faundler, er beherrscht das Vergnügungswesen im Holbenreich. Ein plasshäutiger, schlauer Kopf, pinzige Mausaugen, in dem wulstigen Schädel wandeln emsig ihren Körper auf und ab. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Dr. Pfister, sicherlich kennen Sie seine Romane. Rosiges, bezickertes, gütiges Gesicht mit mediertem Vollbart. Grüß Gott, junge Frau. Grüß Gott, Herr Doktor. Meine Freundin, die Baronin von Radolnik. Sie ist selbstverständlicher Mittelpunkt der Gesellschaft. Schönfrau, stattlich, gelassen. Kupferhaarig fühlt sie den Raum. Wollen Sie sich nicht hersetzen? Die Art, wie sie Johanna beschaut, kühl, ungeniert, prüfend, scheint dem großen Mädchen nicht uneben. Sie ist natürlich innig und durchaus einverstanden mit den Methoden der herrschenden Klasse, wie alle diese Menschen. Wissen Sie, ich bin tolerant. Aber sie findet Gefallen an ihr, freut sich der eigenen Bestätigung. Sie ist nicht immer Baronin gewesen. Ich finde es sympathisch, wenn sich eine Frau nicht unterkriegen lässt. Sehr richtig. Und muss man nicht auch einmal vorurteilslos europäisch denken? Sie dienen sich zur Folie, die üppige, kupferfarbene Schönheit der Frau von Radolnik und die frische, resolute des Mädchens mit dem breiten, klaren Gesicht, den unvorsichtigen, grauen Augen. Und ihre Sache kommt ins Gespräch. Der Lärm lärmender, der Rausch rauschender, der ganz glänzender, meine Devise, sackisch, gell? Nur in München kommt es nicht so recht vor, weil es ist. Habe ich recht? Verstehen Sie das? Deutschlands erster Vergütungsort war die Stadt einmal. Denken Sie nur an den Fasching, das Oktoberfest, die Duld. Und jetzt? Ja, das ist alles nichts Rechtes mehr seit dem Krieg. Jetzt auf einmal ist es eine Siedlung von Bauern und Kleinbürgern. Vielleicht liegt es an der Regierung. Diese Klerikalen, die nach der Revolution ins Amt kommen sind, haben was ausgesprochen Ungelüftetes an sich. Mit Ihrer eselhaften Verwaltung haben Sie uns jedenfalls bald alle halbwegs bedeutenden Köpfe hinausgegeben. Und wer übrig ist, den setzen Sie hinter Gitter. Nachdem Sie in das Bettlaken gelupft und berochen haben. Wegen einem Kavaliers-Eid. Nein, das schmeckt nach saurer Milch. Einem Kunsthistoriker von internationalem Rang. Na wirklich, eine ganz und gar unappetitliche Geschichte. Als ob der Ruf der Stadt nicht schon genügend ruiniert wäre. Darf ich Nachschub holen? Ja, ich helfe Ihnen. Na, die fehlt, Herr Haller. Spricht das nicht Bände, wie es uns den schönen Bau jetzt mit Militärdenkmälern verschandelt? Und in die Stadt will ich das Kabarett zurückbringen. Johanna beschaut die Gesichter um sich herum. Maler, Schriftsteller, Wissenschaftler. Man isst, trinkt Champagner, mitten in der Notzeit nach dem Krieg. Möchten Sie einen Wein? Ja, danke. Der Volksdichter Pisterer setzt sich zu ihr. Dieses beinwöschende Mädchen ist so recht wie die Menschen seiner Bücher. 23 umfangreiche Romane, 4 Theaterstücke, 38 größere Novellen. Sie selber hat sie zur Entspannung mit Vergnügen gelesen. Voll rosenrotem Optimismus, die Berge Lackfarben, das Leben in Goldschnitt. Und sie haben breite Erfolge. Aber für einen Grein, das kann ich nicht glauben. So ein Unrecht in unserem schönen Heimatland. Das doch gerade wieder heimgefunden hat auf dem rechten Weg nach der Revolution. Dass er Einfluss hat, ist gewiss. Der Justizminister, dieser blitzgescheite Mann, der steht wie ein Baum. Muss man denn immer den anderen für einen Schurken halten? An allen deutschen Höfen ist er wohlgelöten. Bestimmt kann er ihr helfen. Glauben Sie nicht an das Gute im Menschen? Sacht, überall dämpfend, setzt sie ihm auseinander, dass hier Willkür ist. Nie würde der Kronprinz so etwas deuten. Er schaut sie an, verständnislos, betrübt, schüttelt nachdenklich den rotblonden, großen, bezwickerten Kopf ein. Aber wenn ich sie vor mir sehe, ein so festes, lebfrisches, bayerisches Merl. Wenn sie so sicher zu der Sache stehen. Senkt den ungefugten Nacken, atmet schwer. Unrecht geschieht in meinem Land und wird geduldet von allem. Soll ich mich so geirrt haben, mein Leben lang. Fühlt in der Gurt. Ja, auf Wiedersehen. Der alternde, schwerblütige Mann verabschiedet sich bald, geht den Kopf vorstoßend gegen ein unsichtbares, undenkbares, das er dennoch denken muss. Etliche Zensis, Seppeln, Vronis warten von ihm fertig geschnitzt, zum guten Ende geführt zu werden. Sie werden geraten, selbstverständlich. Aber sie machen ihm heute mit einem Mal keinen Spaß. Ich hoffe doch, ich kann Sie demnächst in Garmisch begrüßen. Den Ort werde ich starten. Na, was ist das? Verständlich. Glauben Sie, wir lassen uns den Trubel entgehen? Ich sage Ihnen, das wird heuer der modernste Platz des deutschen Winters. Ein Salon beim Englischen Garten in München. Im Überfluss, während man im übrigen Deutschland hungert und verkommt. Eigentlich müsste ich schon lange wieder im Geschäft sein. Von Stunde zu Stunde muss man auf neue Preise sparen. Sie glauben ja nicht, was für ein Geld gerade jetzt in der Vergebungsbranche zu machen ist. Das ist eigentümlich. Bewiesen, mein Lieber. Eigentümlich. Bewiesen. Schon kostet der Dollar 408 Mark, ein Leibbrot 15 und ein Anzug 4000 Mark. Ich werde jetzt bald ins Ausland reisen. Geschäfte. Die Geldaufpläum wirkt für uns wie ein ungeheures Stamping. Sie wollen Ihr Unternehmen ausdehnen? Jetzt? Alles andere wäre gerade zu töricht. Wenn der Mut in der Brust die Spankraft übt, hat schon unser alter König Ludwig I. gedichtet. Ich bleibe lieber auf dem sicheren Boden meines Guts Ludpolsbrunn. Da haben Sie nicht Unrecht. Zumal er seinen Wert jetzt alle paar Tage verdoppelt. Ich weiß jetzt auch, wie ich das viele Geld anlege, das ich an der Inflation verdiene. Nicht in einem Passionsfilm, sondern in einer Revue. Eine was? Echte große Revue? Ein Mordstrumpf von Revue. Künstlerisch veredelt. Einen fichsten Kerl von Autos habe ich schon gewonnen. Motto, höher geht's nimmer. Damit meinst du noch nicht am Ende die Frauenkostüme. Danke. Der Hessreiter sitzt neben Johanna. Stolz. Wollen Sie uns nicht nach Garmisch begleiten? Ja, wirklich. Eine ausgezeichnete Idee. Da können Sie auf zwanglose Art mit einer Welt Verbindung aufnehmen. Ich sage schon immer, Sie sind die Praktischere von uns beiden. Danke, falls das ein Kompliment sein sollte. Sie hat Eindruck gemacht. Er betrachtet das als persönlichen Erfolg. Sogar der Kronprinz hat sich heuer angesagt. Der Kronprinz? Das wäre einer, der könnte diesen Kirchenlicht an den Marsch blasen. Auch noch in dieser sogenannten Republik. Wenn er wolle. Ja, vielleicht könnte man bei Hofe was für Sie erreichen. Sie müssen ihn unbedingt dazu überreden, mir einmal die Ehre zu geben. Erst spät in der Nacht bricht die Gesellschaft auf. Als sie im Gegensatz zu den anderen zu Fuß gehen will, besteht Herr Hessreiter darauf, sie zu begleiten. Er geht neben ihr, der ganze Mann schwer und schwebend, eine einzige Zuversicht. Johanna, wieder in ihrem geräumigen Zimmer in der Steinsdorfstraße, streicht skeptisch neun Zehntel von seinen Hoffnungen ab. Gesellschaftliche Beziehungen. Garmisch. Doch während sie sich schlafen legt, lächelt sie. Warum eigentlich nicht? Denkt an seine altmodische, angenehme Art, versucht, seine weiten, rudernden Armbewegungen nachzumachen, schläft lächelnd ein. Seien Sie mit dem Gölger verwandt? Nein. Ich bin seine Verlobte. So. Man steht in kalten Büros und tristen Korridoren herum, beäugt von neugierigen Schreibern und Wärtern. Aus einem vergitterten Fenster schaut man gelegentlich in einen Hof mit sechs kümmerlichen, eingemauerten Bäumen. Johanna, wie sie den Mann Krüger sieht im Sprechraum, während ein Wärter daneben sitzt, hinter dem Trenngitter. Johanna. Erschreckt. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Er sieht heruntergekommen aus. Aber das ist es nicht. Steht Schlottrich da, der ehemals glatte, kräftige Mann mit dem tief hereingewachsenen, strahlend schwarzen Haar, schlaff von Gliedern, ohne glanzte Augen. Aber nicht das erschreckt sie. Mit grauer, überstoppelter Haut. Es ist dieses Lächeln, ein friedsames Lächeln, wie aus einem Grab. Ich bin nicht unglücklich. Ich sage nicht Ja zu den Dingen und nicht Nein. Ich glaube, meine Lage sieht von außen schlimmer aus, als hier zwischen den Mauern. Waag, friedlich, höflich, nichtssagend. Wie ausgelöscht. Dieses Sich-Fügen in die Vernichtung, schaubar an einem Menschen, den sie so stürmisch lebendig gekannt hat, nimmt ihr Wort und Haltung. Hast du meine Briefe bekommen? Wann hast du geschrieben? Du musst vorsichtig sein. Offenbar stand zu viel Unzulässiges drin. Sie legen sie dann einfach zu den Akten. Dr. Geyer hat ihr erzählt, am zweiten Tag nach seiner Überführung habe er einen Tobsuchtsanfall gehabt, der mit einem schweren Herzkrampf endete. Er staune an seinem Schicksal herum, wie ein Tier, das in Gefangenschaft geraten sei. Ihn so zu finden, damit also hat sie gerechnet. Kann ich dir Bücher schicken? Nein. Sie können sich nicht vorstellen, dass Bücher einen anderen Zweck haben könnten, als Kassiber hereinzuschmuggeln. Nun aber steht durch das Gitter von ihr getrennt ein ganz anderer vor ihr. Ein grauhäutiger, alter, verwester, fremder Mann. Merkwürdig friedsam lächelnd. In der Zelle hängen ein paar Broschüren. Die Vorschriften für Gefangene. Verbote, Hausstrafen. Du verstehst. Ich kenne jeden Buchstaben auswendig. Mit der Faserung des Papiers. Mit diesem Mann ist sie zusammen gewesen? Lange? Den Tag über klebe ich Tüten. Papier, Kleistertopf, Pensel, Falzsoits, Schablone. Davon sind meine Hände so rissig. Mit ihm hat sie Reisen gemacht? In die Berge? Ans Meer? Aber nach der Arbeit sehe ich mich nicht. Was ich bisher gemacht habe, war Dreck. Letztens eins. Darüber würde ich jetzt schreiben. Erinnerst du dich an das Bild, das mich hierher gebracht hat? Josef und seine Brüder? Ich habe es mir rekonstruiert, jedes Detail. An ihm könnte ich meine Anschauungen entwickeln über den Sinn der Kunst in diesem Jahrhundert. Ein Wärter in einem Tiergarten hat ihr einmal erklärt, die Tiere spürten die Gefangenschaft nicht. Liefen sie im Käfig auf und ab, so hätten sie 10.000 Mal 6 Meter laufend hin, her, das gleiche Gefühl, wie wenn sie 60 Kilometer Distanz machten. Woran das Tier glaubt, ist also der Weg, nicht die Distanz. Der Anwalt hat recht, scheint es. Martin Krüger versteht von seiner Lage so wenig wie ein eben eingefangenes Tier. Es ist gut von dir, dass du um meine Freilassung kämpfst. Ja. Sie ist froh, als die Zeit um ist. Es wird von dir und Dr. Geyer sicher alles bestens erledigt. Erst ganz zuletzt, nach so vielen Veränderungen, bemerkt sie, dass er auch kurz geschoren ist. Über lange Korridore, laufend fast, sucht sie den Ausgang, das Haupttor. Durch das Fenster sieht sie im Regen sechs kümmerliche, eingemauerte Bäume im Hof. Gerechtigkeit ist in politisch bewegten Zeiten eine Art solche, vor der man sich hüten muss. Der eine erwäschte eine Krippe, der andere Justiz. Sie ist froh, am nächsten Tag mit Jacques Duverlin zu reden, einem ausgelüfteten, richtigen Menschen. Sie sind an den Ammersee hinausgefahren. Es ist windstill, der See liegt weit und blassfartig, die Berge dunst sich dahinter. Auch ihn, den Schweizer Schriftsteller, hat sie durch den Prozess kennengelernt. Sie ist zum dritten Mal mit ihm zusammen. Der Mann Krüger war prädisponiert, er hätte Präventivmittel anwenden müssen. Sein Fall ist Pech. Bedauerlich, doch ohne Interesse für die Allgemeinheit. Untragisch. Er geht neben ihr, vergnügt, betrachtet sie mit einigen verschmitzten Augen in dem sonderbar nackten, scharfen Gesicht. Kräftige Schultern, schmale Hüften. Seine Hände sind sommersprossig, rötlich-blond behaart. Mich persönlich interessiert zur Zeit vor allem die Figur des Kasperl. Kasperl im Klassenkampf. Was halten Sie davon? Ich schreibe nämlich gerade eine Revue. Bisher hat sie wenig Ohr für seine Theorien gehabt. Heute hört sie besser zu. Übrigens haben Märtyrer für mich etwas Komisches. Eine Sache mit Blut zu düngen, ist ein probates Mittel. Aber es muss das Blut des Gegners sein. Gerechtigkeit ist eine Folgeerscheinung von Erfolg. Und heute ist sie von seiner saloppen, sachlichen Art nicht angenehm berührt. Wenn Sie so denken, warum legen Sie dann immer noch Wert darauf, mit mir zusammen zu sein? Meine Interessen gehören ziemlich ausschließlich dem Fall Krüger. Dazu sind Sie hinlänglich legitimiert. Ihnen macht die Sache ja Spaß. Spaß? Einziger Rechtfertigungsgrund menschlichen Handelns ist der Spaß. Finden Sie es schamlos, dass ich alles so heraus sage? Ja. Er blinzelt, sein kluges Gesicht verzieht sich in lauter kleine Fältchen. Ein verknittertes Lausbubengesicht. Ich schlage Ihnen eine Verständigung auf unsentimentaler Basis vor. Ich, Schark Tüferlin, interessiere mich für den Fall Krüger. und Sie, Johanna Grein, interessieren sich für meine Späße. Sie wollen mir also helfen? Selbstverständlich. Was halten Sie von einem Essay? Meine Schreiberei ist im Ausland recht angesehen. Der Grundgedanke wäre, die eigentliche Schuld trifft den Mann Krüger selbst. Wie bitte? Er als gebildeter Mann musste wissen, dass er freventlich handelte, wenn er für das Bayern dieser Jahre gute Kunst kaufte. Das erklärt der Schriftsteller Jacques Tüferlin dem Mädchen Johanna Grein am Ufer des Ammersees unter alten, unbewegt stehenden Kastanienbäumen. Sie hört ihm zu, mit hochgezogenem Braun. Nur, warum dieses komische machiabilistische Verfahren? Warum erklärt nicht klar und eindeutig der bayerische Justizminister? Du, Martin Krüger, bist ein Schädling. Du musst ausgerottet werden. Ich hab Ihre Aphorismen satt. Hören Sie doch weiter. Man greift die lauter Glassplitter, wenn Sie reden. Sie sind schlechter als die bayerischen Gerichte. Wann sehe ich Sie wieder? Und sie geht zum Bahnhof, verärgert in ihrem bayerischen Gemüt, fest in ihrem geraden, aufrichtig geführten Kampf um eine gute Sache, beschließt ein für allemal mit ihm zu brechen. So, Kommissari, rein. Bitteschön. Voila, die Puderdose. Hab ich Ihnen zu viel versprochen? Nein. Das ist erstaunlich. Alle Achtung, Pfauhundler, da haben Sie wieder mal gezaubert. Ihr Kompliment freut mich ganz besonders. Danke schön. Wundersaison in Garmisch. Der vergnügungsindustrielle Pfauhundler führt seine Gäste durch sein neues Etablissement. Das ist geradezu stilvoll. 18. Jahrhundert, nicht wahr? Ja, ja. Das ist der Anteil der Künstler an der Schose. Nicht schlecht herumgeraft habe ich mich mit denen. Zierlich, zart, elegant, schön, selbstverständlich, Puderdose. Aber die Hauptsache an einem Lokal, habe ich gesagt, ist doch schließlich die Gemütlichkeit. Ich sage ja, Sie verstehen Ihr Geschäft. Das halte ich mir zugute. Also, montäne und bayerisch, da fehlt Sie nix. Die weiß-blauen Kacheln sind aus Ihrer Manufaktur, Herr Hesreiter, gell? So erstaunlich, wie das alles zusammenpasst. Danke sehr, Herr Nachbar. Können die Herren Künstler nicht gerade so zufrieden sein, wie ich als Geschäftsmann? Unbedingt. Kommen Sie, ich habe Ihnen ein besonders lauschiges Eckerl, wie Sie mir erzählen. Man setzt sich in eine der listisch versteckten Logen, geschaut, das Getriebe. Jeder Platz ist gesetzt. Vor allem gefällt mir diese ganz leise Dosis Verruchtheit. Ja, ja. Ja, das ist der Zeitgeschmack, verehrte Stehe. Glauben Sie mir, ich habe den Rücher. Ja, ja, die Dekadenz hat auch ihre Reiz. Johanna sitzt schweigsam. Drei Wochen ist sie nun hier. Meine Nägel sind gefeilt und poliert. Bald werden sie mundförmig sein und milchig schimmern. Langsam führt sie ihre Augen über die geschmückten Menschen, die in mancherlei Zungen halblaut kleine, gefällige Dinge schwatzen. Auf der Bühne wird ein Kabarettprogramm exekutiert, Auftritt einer Tänzerin. Ein Scheinwerfer sticht sie aus dem Dunkel heraus, wie sie sich rührsam, schamlos bewegt. Olga Insarowa, wie sie in Moskau entdeckt. Na, Pfeu und Lass. War es nicht eher ein finsteres Lokal in der Berliner Friedrichstadt? du kennst die Süßigkeit aus, die Beste. Garnisch, Winterkuh. Früher war mir sowas sehr wurscht, eher zuwider. Im Saal beachtet man sie. Die illustrierten Zeitungen haben über sie geschrieben. Darum bin ich doch hier. in einem Ort, wo kein Mensch eine Preise gefragt. Wie lang kann es dauern, bis sie auf dem Boden ihres Bankkontos ist? Vorsicht, Pfau und Lass. Auf ihren Erfolg. Und auf ihren Gelligste als Königin der Nächte. Und auf ihren, Fräulein Grein. Ja, zu seiner Vorzüge, der elegante Herr neben ihr. Und natürlich auch auf ihren, Herr Hesreiter. Jetzt muss ich aber unbedingt hinter die Bühne. Fräulein Grein. Auf ihr Spezialisten. Danke. Er ist fürsorglich, von umständlichem ungefähr, gibt Neigung, Wärme, Zuversicht. Seine fleischige Gegenwart ist kein schlechter Schutz. Ich sollte ihm dankbar sein. Er hat sie in einem Spielgewinn beteiligt, eine gute Art Geld zu geben. Er gefällt ihr. Aber es ist an ihm etwas Undurchsichtiges. Trübes. Hier. Ich habe schon die französischen Prospekte drucken lassen. Die Fabrik. Davon also lebe ich. Die keramischen Werke, Ludwig Hesreit und so. Eine geteilte Freude, das muss ich zugeben. Johanna hat sie besichtigt. Er hat darauf bestanden. Ein Mann, der vertritt, was er macht. Ein riesiges, rotes, hässliches Gebäude, erfüllt von säuerlichem Geruch. so stark, dass sie sich fragte, wie man ihn je wieder aus Kleidern und Haut herauskriegen kann. Enzian und Wedelweiß, die Säule des Geschäfts. Jeder zweite Mensch südlich der Donau speist von meinen Schüsseln, Tellern, Nepfen und entleert sich in meine Fabrikate. Die Kunstabteilung. Ja. Seit die Mark nichts mehr wert ist, verkaufe ich diese Hirsche, Rehe, Jungfrauen, Gnomen und Fliegenpilze ton und weise ins Ausland. Und dafür leiste ich mir das. Immerhin. Schaut's. Stiergefecht heißt die Serie. Ein junger Bildhauer hat sie entworfen. Den Mann werde ich durchsetzen. Ein Geschäftserfolg ist natürlich kaum draus zu machen. Von dieser verlogenen Bildnerei also lebe ich nun mit. Etwas von der säuerlichen Luft haftet seither. Wer hockt neben ihr schleierig beschäftigt? Sie wollen den Dr. Krüger heiraten? Gepflegte fleischige Hände die Augen irgendwo im Saal? Regentümlich. Mit einem Elfenbein Stopp macht der Bewegung und als rühre er in einem Brei. Regentümlich. Diese verdammte Diskretion. Sie weiß es ja selber nicht, ob was sie vorhat heroisch ist, eigensinnig, dumm oder anständig. Müssen sie alle so einen Rand hinreden? Oder einfach notwendig, weil die Behörden, damit sie weiter für Martin wirken kann, eine Legitimation verlangen. Es wäre gut, wenn jetzt statt des breiten, nebligen Konzilianten Hessreiter der scharfe saloppe Türeli neben ihr säße. Er würde sich nicht zart fühlen und ausschreien. scharfe saloppe scharfe saloppe scharfe saloppe Scharlankrein, ich habe mit dem Kronprinzen gesprochen. Ist ihr Kampf nicht endlos, aussichtslos? Ihr Kampf, einen Unschuldigen zu befreien, um das Recht gegen einen Staat, der das Recht nicht will? Er will sie empfangen. Wirklich? Schon beut. Ja, jetzt kriegen Sie doch Boden unter die Füße. Ich gratuliere Ihnen von ganzem Herz. Ich schließe mich gern an, meine Liebe. Wir werden uns zusammensetzen und alles bereden. Er ist ein so prächtiger, großherziger Mensch, unser Maximilian. Sie werden sehen, es wird alles noch gut. Wintersaison in Garmisch. Jetzt weiß ich es, dass Sie schaffen mit Ihren, darf ich sagen, energischen, grauen Augen. So schwärmerisch kenne ich Sie ja gar nicht, Paul. Eine junge Frau sitzt mit undeutbarer Miene. Ihre Nägel, vorher viereckig und nicht sehr gepflegt, glänzen im Licht. Anschlag auf den abgeorteten Geier, die rechten auf die urte Geier, der bekam den letzten Woll Stier verletzt. Diesmal geht Johanna zu Fuß von der Ortschaft Odelsberg durch die flache langweilige, wie ein ungedeckter Tisch hingebreitete Landschaft. Endlich die kahle Zufahrtsstraße, der nackte, öde Würfel des Zuchthauses, das kahle, riesige Tor, die Wache, die Stube, in der die Papiere geprüft werden, die langen Korridore mit ihrem modrigen Geruch. Dann im Zimmer des Zuchthausdirektors Förtsch. Kann ich Herrn Krüger vorher sehen? Leider durchaus nicht angängig. Wir haben ja ohnehin jede mögliche Konzession gemacht. Unter dem Bildnis des Feldmarschalls Hindenburg. Aber nach der Trauung habe ich Ihnen und Ihrem Herrn Gemahl eine volle Stunde Sprechzeit zugebilligt. Da werden Sie sich reichlich aussprechen können, denke ich. Umlagert von Journalisten, die jedes Detail der Hochzeit von Odelsberg registrieren, ob es journalistisch verwertbar sei. Als Standesbeamter fungiert der schwitzende Bürgermeister des nahegelegenen Marktfleckens. Man hat Martin Krüger erlaubt, die Zuchthauskleidung abzulegen. Er trägt seinen grauen Sommeranzug. Allein er ist schlotterig geworden und sieht befremdlich aus. Ja, ich will. Ja, ich will. Hiermit sind Sie Mann und Frau. Die Zeremonie in dem kleinen dumpfigen Raum, die Gratulation, nimmt er so gleichmütig hin wie alles andere. Die Unterhaltung im Sprechzimmer fließt zäh, mit Pausen. Wie braun du bist. Ja. Johanna schämt sich, dass sie so kalt bleibt. Aber was soll sie diesem Mann sagen, der mit einem wissenden, freundlichen Lächeln auf sie schaut, wie ein Erwachsener auf ein Kind? Ich muss einen traurigen Anblick bieten. Ich esse fast nichts. Sie mischen Soda hinein gegen den erotischen Appetit. Sie will es sich nicht leicht machen. Sie will an seine Umstände denken, an denen er unschuldig ist. Die Zelle, den winzigen, sarghaften Raum, in dem er jeden Pinselstrich und jeden Nageleinschlag kennt, den er sehr hungrig Neues zu sehen längst ausgelebt hat. Jeden Kubikzentimeter, in dem er hockt, graugesichtig in sich eingesponnen, mit zugeschnittenem Papier, Kleister, Topf, Pinsel, Falz, Holz, Schablone. Manchmal gestatten Sie mir Spaziergänge zwischen den sechs Bäumen im Hof. Mein Garten. Aber sie denkt, was eigentlich habe ich mit ihm zu schaffen? Warte mal, lassen Sie mich sogar schreiben. Eine Vergünstigung. Dann verbieten Sie es mir wieder ohne Grund. Vielleicht kommst du bald frei. Ja. Ich werde alles bestens erledigen. Zuletzt, kurz ehe die Sprechzeit abläuft, sieht Johanna, dass ihr Körper Martin sehr erregt. Seine Augen schleiern sich. Er setzt an zu sprechen, Johanna schluckt, greift nach ihr durch das Gitter. Der Werber setzt stumpf dabei. Sie weicht nicht zurück, entzieht sich ihm nicht, aber sie biegt krampfhaft den freien rechten Arm, die Finger, ihr Blick auf sechs kümmerliche, eingemauerte Bäume. Sie atmet hoch, als sie endlich wieder draußen steht, dankbar, die frostige Luft, befreit, beinahe fröhlich. Ja? Hallo? Guten Abend. Guten Abend. Anderen Tages, in Ihrem Hotelzimmer in Garmisch, ruft Jacques Tüverlin Sie an. Es freut mich, wie Sie in dieser Halbwelt triussieren. Also Sie. Er tut als sei niemals ein gewisser Tag am Ammersee gewesen, an dem sie sich im Zorn umgedreht hat und gegangen ist. Eigentlich bin ich geschäftlich hier, Pfau und Lach. Wir müssen über die Revue reden. Kasperl im Klassenkampf, Sie erinnern sich. Ich werde einen Grundriss des Stufenes verwenden. Es ist gut, nach so langer Zeit, wieder die muntere Stimme zu hören. Er plant zwar etwas unter dem Auf einmal spürt sie, wie sehr sie einander gefehlt haben, spürt sich zu ihm gehörig. Darf ich Sie zum Abendessen einladen? Ich habe mir ein hübsches kleines Haus am Wald gemietet. Gern. Ich habe einen Mordshunger. Sie müssen es nur noch zurecht machen. Wissen Sie, was Sie sind, Jack? Was? Ein Lausbub. Johanna, auch Sie jenes Tages mit keinem Wort gedenkend, nimmt an. Odelsberg liegt hinter ihr. Ihre Heirat war eine Dummheit, aber eine notwendige Dummheit, die sich bezahlt macht durch größere Freiheit. Sie machen Skitouren zusammen, treffen sich zu den Mahlzeiten im Hotel, besuchen gemeinsam die Puderdose. Der trübe, nie greifbare Herr Hessreiter, auch Pfüsterer der Dichter, schauen Sie vorwurfswell an. Ein Bittags gegen Tüverlin. Ein Hüpfer, Isa, ein Floh. Sehr richtig. Und das? Ein Floh. Paul, wollen wir nicht auch tanzen? Paul! Sie reden miteinander viel und offen. Doch Johanna spricht nicht von dem Fall Krüger. Auch dass sie den Mann Krüger geheiratet hat, erwähnt sie nicht. Nur manchmal, wenn sie Tüverlins Körper spürt, beim Tanzen, bei Gruß und Abschied, ist zwischen ihnen ein Schatten. Der Schatten eines graugesichtigen Mannes, klemmend dumpf. In Begleitung des Rechtsanwalts Dr. Geier sucht sie den Reichsjustizminister Dr. Heinroth auf, der für kurze Zeit zur Holung in Garmisch ist. Er wohnt in keinem der großen luxuriösen Hotels, sondern in der einfachen Pension Alpenrose, am Ende der Hauptstraße. Dr. Geier hinkt an einem Stock. Ach, das. Aber sonst hat er sich rasch von dem Anschlag erholt. Damit muss in solchen Zeiten jeder rechnen, der für eine Idee eintritt. Er sitzt, der hagere, blande Herr, den Minister aus Berlin mit zupackenden, dringlichen, dick bebrillten Augen bedrohend. Dr. Heinroth ist ein betulicher Herr mit mildem Vollbart, erstaunlich belesen, voller Verständnis. Herr, ich darf Ihnen versichern, dass die Reichsregierung den Fall Krüger unendlich bedauert. Ich persönlich bin Kenner und Verehrer seiner Schriften. Aber er hat einen weiten Gesichtskreis. Andererseits darf man nicht außer Acht lassen, vorangehen muss. Es sind somit durchaus Fälle denkbar, in denen einem Mann zu Recht Unrecht geschieht. Summe? Er zieht den Einzelfall ins Allgemeine, wo er sich rettungslos verflüchtigt. Es ist oft wichtiger, dass ein Rechtsstreit überhaupt, als wie er beendet wird. Ist denn also jeder der Willkür eines jeden Justizbeamten ausgeliefert? Ja, irgendeine Frau, ist ein gewisses Risiko, dass die Gesellschaft bei Eingehung eines Gesellschaftsvertrages in Kauf nehmen muss. Johannas Rücken wird rund. Wozu sitzt sie hier? Alles ist sinnlos. Zwei freidenkende Juristen führen einer beliebigen Zuschauerin ein interessantes Turnier vor. Ein gütiger, mild lächelnder Greis tunkt Kuchen in Milchkaffee. Auf dem Boden ihrer Tasse kann sie das Enzian und Edelweiss Muster der süddeutschen Keramiken Ludwig Hessreiter und Sohn Studieren. Jetzt aber fängt der Anwalt Geier an den Minister ernstlich zu bedrängen. In großen hellen Worten entfaltet er das Elend, das die Justiz jener Jahre über die Menschen bringt. Tausende wurden um läppischer Kleinigkeiten willen ins Zuchthaus gebracht. Hunderte getötet, Sozialisten und Kommunisten versteht sich. Das ist sicherlich sehr zu missbilligen, Herr Kollege. Während andere Nationale mehrfacher Mitten in dem Satz bricht er ab. Jemand ist an ihren Tisch gekommen. Ein junger Mensch, gut angezogen, sehr rote Lippen in dem hageren, spöttischen, windigen Gesicht. Guten Abend. Ein leiser Geruch von Heu und Leder verbreitet sich. Einmaliger Geruch eines sehr männlichen Parfums. Dr. Geier zuckt zusammen, zwinkert stark, flattert mit den Händen. Der junge Mensch nickt ein freches, vertrauliches Kopfnicken zu dem Anwalt hin, richtet seine hellen, dreisten Augen dringlich auf Johanna. Aber ich will nicht stören. Ein Fernsich, den merkwürdigen Duft von Heu und Leder in der Luft lassend. Was haben Sie? Der Anwalt schluckt, hat rote Flecken auf den Backen. Es ist nichts mehr mit ihm anzufangen. Entschuldigen Sie mich bitte. Er hinkt hinaus, auf einmal schlaff, niedergedrückt. Auch Johanna Sie sieht den Anwalt Geier und den Minister Heinroth, beide tauglich, die Dinge, wie sie sind, zu sehen, nicht tauglich, beide aus ihren Gesichten Taten zu machen. Ah, Herr Hessreiter, ganz in schwarz. Was für eine Art Nachtwander soll das sein? Die Nacht schlecht weg, Freilag wird ja Hofmann, einer der erzählt hat, ich wirklich schätze, mit Weinlaub soll das Ort falls in der Unterwelt erraten. Aber was sagen Sie zu der Dekoration, Herr Nachbar, ist das nicht sakrisch, was mir die Künstler hingebaut hat? Ganz erstaunlich, die Puderdose ist nicht wiederzuerkennen. Der Sternenhimmel, der Hexentanzboden, der Hades, das Fegfeuer, das logische Turm. Die Überfahrt über den Stick sollte Ihnen 200 Mark oder 5 Cent wert sein. Winter Saison in Garnisch. Der Vergnügungsindustrielle Verhandler veranstaltet ein Kostüm ist. Diesmal heißt die Parole die Nacht war. Genau, Motto, auf Erden geht's jetzt sakrisch zu, auf dem Mond ist kündig bayerische Ruhe. Was nicht alles wandelt in der Nacht, spanische Granden und orientalische Wirkenträger, Nymphen, Wachantinnen, blühende Orchideen, fernöstliche Göttinnen. Kompliment gängige Frau. Danke. Mutter, wirklich, du gibst ein prächtiges Götzenbild an. Das Haufen in einem schwarzen Kostüm, der Nacht sieht aus wie ein etwas beleibtes, distinguiertes Gespenst. Neben ihm, thronend, in idolhafter Prunk, gelassen, kupferhaarig, Frau von Erdäumt. Sogar er sich der Pfisterer hatte gewohnt, wenn er mit den Medizianermann vertauscht. Aber Herr Hess weiter trotz aller umständlichen Munterkeit kann seine Nermosität nicht verstecken. Eine Freundin kennt ihn. Ich muss mich auch noch um andere Geld kenne. Er sucht jemanden, der bis jetzt nicht erspäht hat. Er erinnert sich. Seine schleimigen Augen wandern durch die großen Hauptsahle mit dem Sternenhimmel und den vielen rot und grünen Monden. Finde Johanna nicht. Sie sitzt mit Jacques Tüverlin in einem der lauschigen Winkel am Rand der Mondlandschaft einer grotesken Ödnis. Ist nicht die Revue die ernsthafteste Kunstform der Epoche? Es ist der fragwürdig geworden, ob Kunst noch als menschenwürdige Betätigung anzuschauen ist in einer Zeit ohne einheitliche Lebensform. Gerade darum reizt es mich, den alten Allstofen es wieder lebendig zu machen. Sie sitzt schön groß blühend erregt von Tanz Hitze Fest Männern und insbesondere dem Mahne vor ihr. Ihr ebener Bau, ihre warme Haut kommen augenscheinlich aus dem ungezierten schwarzen Kleid. Sie sieht nackte nackte spaßhafte Clowns Gesicht die heutlich behaarten kräftigen Hände wie er elegant schlenkerig locker und doch beflissen ist seine Gedanken in sie hineinsprechend sie sehr begehrend. Ich liebe die Arbeit kann ich Ihnen das erklären dieses sich schweben fühlen die Stockungen das hineinfühlen die Lust wenn plötzlich ein Einfall aufspringt hören Sie wie diese Melodie übrigens kenne ich den Klavierspieler früher hat er revolutionäre Musik gemacht jetzt ist er Kabarettmann geworden diese kleine freche Melodie verruch zusammengesetzt aus eleganter Pose und Lust und Töntnis sehen Sie nicht auch Vorsicht den Stierkampf sie spürt beglückt jenes Gefühl des Wartens sich lösen das in ihr war kein leisester Gedanke ist in ihr an den Mann Krüger das Zeitungs Gewäsch den endlosen Kampf sie ist ihm sehr nahe weiß nun wird sie gleich zu ihm reden können einmal habe ich in der Arena ein Tier gesehen das als es nahe am Ende war niederträchtigerweise in Ruhe sterben wollte sehen Sie das Bild und die Palisade drückte sich inmitten der Tausende gespickt mit bunten Spießen dumpf schmerzvoll brüllend so für Menschen selbst Pulver und Feuer reizen es nicht mehr es bleibt im Schatten und steh ab ne hast die Geschichte nicht genau zu dieser Melodie merkt er nix ist er so blöd aber auch der finstere Zustand gehört dazu wo man da ruckt zusammen geegel sich sagt es geht nicht dieser Berg ist zu hoch nie kommt man hinauf und endlich wieder sitzen mit dem alten erquickelnden nach Stoffernis lachen wie er gelacht hat als er diesen Witz von diesem kleinen Dreh mit dem er über die sicherlich ebenso gespürte Schwierigkeit hinweg kam am liebsten würde ich mit ihm weggehen irgendwohin fort von Garnisch in eine große Stadt in ein verlorenes Schneedorf auf sein Zimmer in sein Bett was ist Komfort was reißen was können geschäftliche politische Siege sein was was ist Erfolg vor dieser Lust an der Arbeit ist schon recht Herr Künstler aber höher geht's nicht mehr machen Sie mir bitte schön zu einem Erfolg im Krieg und im Theater da zählt nichts als der Erfolg Herr da fällt mehr ein brauchen Sie einen Vorschuss hören wir ab bei Ihnen gepfändet also da plötzlich reißt die Verbindung so unvermittelt dass er zusammenzuckt fast körperlich ist es da sitzt mit am Tisch sie schaut auf seine behaarten Hände und findet sie hässlich sie schaut auf sein arbeitendes zerknittertes Gesicht und findet es eine Clowns Fratze sie ist erbittert über sich und ihn dass sie hier nebeneinander sitzen jeder in sich eingesperrt so Geldschwierigkeiten haben sie gegen ihren Willen aber alle anderen kritisieren ist das nicht komisch wenn jemand in den eigenen Angelegenheiten so jämmerlich versagt sie selber leidet unter ihrer albernen Bosheit er schaut sie an er begehrt sie sehr er hätte sie am liebsten geprügelt und sie haben also wirkliche Märtyrer geheiratet das geht sie nichts an finden sie nicht dass das eine ziemlich lächerliche sentimentale geste ist ich habe noch mit Fauntler zu sprechen während das Fest seinem Höhepunkt zutreibt geht Johanna zwischen den immerwüsteren Machtwandlern durch die Mondlandschaft an weißblauen Bierstüberl vorbei durch den Hades das Fegefeuer über den Fluss Stücks zum astrologischen Tor die Oberlippe eingeklemmt drei scharfe senkrechte Furchen über der Nase das habe ich nicht gewollt sich selber zuwider weil sie sich so unsagbar blöd benommen hat und er ihr zuwider dabei hat er recht weil er recht hat in ihre Wut Reue Scham hinein gleitet etwas gravitätisch schwarz und behutsam ein distinguiertes leicht beleidendes Gespenst Frau Krüger da sind sie endlich mit ihm ein grotesk umwalter Venezianer und eine fernöstliche Göttin äußerlich gelassen in idolhaftem Prunk wir haben sie den ganzen Abend gesucht der Hessreiter legt den Arm um sie betont herzlich gierig schwärmerisch wie ein Gendersiast Frau von Radolny steht dabei schön kupferfarben mit satten wissenden Augen klug wie sie ist hat sie Johanna protegiert aber nicht damit sie sich etwas zusteckt das ihr gehört es war nicht leicht für mich nach oben zu kommen gar nicht leicht sie wird jetzt das mit Paul klären wer mir was wegnehmen will ist mein Feind jetzt hier will sie klare Sicht haben Frau Krüger wissen sie eigentlich schon dass der Kronprinz abgereist ist was was sagst du ja ich hab's eben erfahren wirklich bedauerlich für sie meine Liebe aber das kann doch nicht sein ein so wockerer kernfester Mann und steht nicht zu seinem Königswirt leider dringende geschäfte es gibt eben noch wichtigere Angelegenheiten als die ihren Katharina Feestra bitte schön könnt ihr mir noch ein Glas Sekt besorgen Johanna wendet sich langsam geht blicklos schwankend durch den Saal Herr Hesreiter zottelt ängstlich und gravitätisch neben ihr fürchtend sie werde im nächsten Augenblick zu Boden schlagen ein tiefer Ärger gegen Katharina ist in ihm was will sie sie mag Gründe haben von Johanna abzurücken aber warum in einer so launisch taktlosen Form nein das ist doch geradezu ungehörig Paul komm der Dichter Pfisterer schaut ihnen nach bekümmert in schweren Gedanken Unrecht ist im Land nichts mehr anderes kann er denken und sieht es spreizt sich in der Sonne und hört schreien und stellt es nicht oben Johanna und das beleibte Gespenst winden sich durch das Getriebe der kostümierten Großbürger begleitet von kühlen Blicken die Haltung Frau von Radonis hat gewirkt Frau Krieger wollen Sie nicht den ganzen Ärger einmal vergessen draußen sind Schlitten sollten es davon noch etwas hin nach zu fahren in die Nacht Sie verlassen die Puderdose durch den Hades das Fegefeuer er führt sie hinaus vorsichtig ganz dick voll Mitleid Zärtlichkeit Begierde Der Himmel ist eisig klar mit einem stillen Halbmond und ruhigen Sternen gefühllos urweltlich steht der Zirkus der Berge in dem gleichmäßigen Licht in beruhigender Unabänderlichkeit nach dem willkürlichen Gezappel in der Puderdose Johanna sitzt unter der riesigen Pelzdecke mit abebbenden Gedanken zufrieden behütet zu sein langsam in der Atmosphäre des Mannes sich aufruhend der sonderbar verschollen neben mir sitzt elegant schwer doch zart eine Wohltat nach den scharfen rücksichtslosen Reden Tüverlins zärtlich aus seinen braunen schleirigen Augen sieht Hessreiter auf ihr breites offenes Gesicht in dem jede Regung kommt und geht ja ich empfinde mehr für sie mehr als nur jenes rasche begehren und genießen das in ständige Wiederholung in seinem Leben eigentlich lau geworden ist gleichmäßig lau ja dies ist mehr nur zweimal im Leben hat er wirklich Leidenschaft gespürt einmal sehr jung dann als er Katharina kennenlernte dieses ist das dritte Mal das letzte Mal für diese Frau wäre er bereit Opfer zu bringen ja selbst wenn es sein müsste sein behagliches Leben aufzugeben johanna ist auf einmal gerührt er erschüttert der reiche Herr verwöhnt von Frauen der Einzige der wirklich etwas für sie getan hat der demütig dienstbeflissen fröhlich um sie herum war der Geruch der Gnomen und Fliegenpilze ist fort sie nimmt seine fleischige gepflegte Hand streichelt sie mit ihrer großporigen festen der schwere Mann beginnt zu zittern verstummt vollends erwidert die Berührung verwirrt dankbar sehr behutsam die erste Helle des Wintermorgens kommt ins Zimmer Johanna schaut auf den Mann nicht verwirrt nicht lächelnd ernst ohne Scham undeutliche Gedanken dies ist gut so besser als mit Tüverlin vielleicht und Martin hat nun eigentlich der Dr. Krieger einen Meinheit geschworen oder nicht sie ist so erstaunt dass sie zu atmen aufhört dieser Mann also der mit Wichtigkeit ja mit Leidenschaft für sie gekämpft hat er hat niemals an sein und ihrer Sache geglaubt hat sich eingesetzt weil ihr wuchs ihre haut ihre stimme ihm gefielen so also sind die leute mit ihren beziehungen und ihre richter ab jetzt werden wir die sache richtig managen noch etwas kaffee ja ich glaube fast im ausland könnte man jetzt mehr erreichen und wie er nimmt sorgfältig ein stückchen butter auf das messer ich höre der bauernführer bichler wird demnächst noch paris gehen auf reisen ist der mann weniger unzugänglich ja und ich ich habe zufällig ebenfalls eine reise nach paris vor ich will mich endlich einmal persönlich ums auslandsgeschäft kümmern immer noch hält er das messer in der luft also ich meine willst du mich nicht eventuell begleiten endlich streicht er die butter auf sein brötchen ja johanna sitzt in paris wartet die reise des geheimrats bichler nach frankreich hat sich verzögert der mächtige mann ist launisch auch liebt er es zwielicht um sich zu verbreiten sie ist also befreundet mit diesem manne hessreiter er sucht sehr ihre gegenwart mit dir ist mein dasein so viel darf ich sagen lebendiger geworden aber kann er sich überhaupt richtig hineinwerfen in ein gefühl du wie du kräftig und fanatisch zu deiner Sache stehst und ich ein Mann mit Plänen großen Plänen in München werden sie schauen das gefällig immer bemüht sich in sie einzufühlen dennoch es ist ungerecht reizt sie manchmal der ganze Mann ihr Leben läuft ruhig gleichmäßig angenehm geregelt dennoch oftmals ist ihr als sei sie verpuppt als sei dies vor dem Leben schlaf leben eines tages in der nähe der opa am peron eines cafés hallo grüßt sie ein junger mensch steht auf kommt mit vertraulicher nonchalance auf sie zu ich hab's gewusst wir werden uns noch einmal über den weg laufen ist hell locker angezogen aus dem blassen frechen windigen gesicht stechen sehr rote lippen erinnern sie sich wir haben uns damals in der alten rose gesehen wollen sie mich ein wenig gesellschaft leisten sie zögert dann setzt sie sich zu ihm mein name ist erisch bahn ich heiße ich weiß ich habe von ihrer sache gehört nachdem geier sie geführt hat war es von vornherein sicher dass nichts dabei herauskommen konnte ach übrigens verstehe ich nicht weshalb sie sich da so verbeißen man muss doch auch noch leben es ergibt sich dass erich bornhack häufig in paris ist und die stadt gut kennt soll ich sie einmal führen ich kann ihnen verschiedenes zeigen was sie sonst bestimmt nicht zu sehen bekämen er blinzelt sie an sieht verkommen aus eine zeitlang habe ich sogar davon gelebt jetzt habe ich andere geschäfte ziemlich komplizierte sein gesicht bei aller lasterhaftigkeit sieht auf einmal jungenhaft aus ich würde ihnen gern mehr erzählen es ist nicht uninteressant besuchen sie mich doch einmal ich habe eine nette kleine wohnung in klammern sie kommt erich bornhacks winzige zimmerchen freundlich zwischen bäumen sind luxuriös puppig unordentlich an den wänden hängen gipsmasken von hundeköpfen sehr verschiedene terrier doggen spaniels hunde aller art ich liebe hunde unter anderem betreibe ich eine hundezucht rauchen sie nein danke ich darf doch ja er geht herum elegant locker mit seinem überheblichen lächeln leisen geruch von heu und leder verbreitend ja geschäfte am meisten reizen mich die politischen es tut sich jetzt allerhand ich könnte manchen mann auffliegen lassen hält die zigarette etwas geziert in seinen spitzen gepflegten fingern meine mission ist eigentlich ganz reizvoll soweit in dieser langweiligen welt etwas reizvoll sein kann spieße würden vielleicht von spionage sprechen phrasendrescher von feme schaut sie mit frechem spitzbübischem knabengesicht auf und ab sehr weiße zähne bloßlegend er spricht vertraulich was will er nennt namen was soll ich mit diesen bekenntnissen gibt sich mit lässiger selbstgefälligkeit in ihrer hand will er mich zum spießgesellen machen denkt johanna sich wundernd über das abgelegene wort haben sie heute schon die zeitungen gesehen hier dieser mord an dem abgeordneten der linkspartei dem abgeordneten g wissen sie man hält mich nämlich für den mörder der verdacht hat mir übrigens viel anziehungskraft auf die jungen damen eingebracht irrenwort jetzt hören sie aber auf was soll denn das alles was der mensch sagt ist zufällig sonderbar inhaltslos kommt aus leerer brust sie ärgert sich lebt jetzt legen sie meine zeitungen weg was haben sie ihnen getan dabei ist er nicht dumm hat einfälle nur eben verkommen schauen sie sich lieber meine masken an sind sie nicht ungewöhnlich ausdrucksvoll vom lebenden tier abgenommen das verfahren habe ich selbst entwickelt wissen sie eigentlich dass geier auf dem papier mein vater ist sie fährt nach haus immer noch verblüfft mit gespaltenem gefühl sein angebot sie im wagen nach paris zu bringen lehnt sie ab den ganzen geckenhaften kerl lehnt sie ab aber sie kann nicht verhindern dass sein tonfall sein gesicht seine weißen zähne ihr im gedächtnis bleiben der leise geruch von heu und leder der dr pichler ist angekommen ich habe es zuverlässig erfahren herr hessreiter gibt sich wichtig es wird nicht einfach sein zu ihm vorzudringen er lässt sich verleugnen angeblich führte geheime gespräche über die abtrennung süddeutschlands vom reich wie er mit den armen rudert natürlich sie ist ungerecht aber durch einen meiner geschäftsfreunde sollte es möglich sein der mann ist bei den klerikalen oder den nationalen das lässt sich jetzt schwer auseinanderhalten im berühmten restaurant orvilliers trifft johanna den ökonomen und geheimen rat bichler den mächtigsten unter den heimlichen regenten der bayern hinter einem zierlichen tisch sitzt der schwere mann er ist blind umwickelt mit servietten gefüttert von seinem sekretär schiebt mit blau roten knotigen fingern die zarten mit der lesener kunst bereiteten gerichte in den weiten mund die kellner stehen dienstbereit mit staunendem ekel was ist die gibst mir doch naja du irgendwie nicht so ein todel du hast die soßen ja ich weiß schon es ist deutsch gerade weiß ich was liefst denn alle gibt es nichts anderes und es ist schwer geschossen ist es ist bei mir gues gut gues gut sie auch kennst du Siehst du nicht, aber zu was kommst? Er sagt, warum Sie zu ihm kommen, ob Sie an das Zeitungsgetratsch glauben, dass er sich viel um Politik kümmere, alter, blinder Bauer, der er sei. Glaubst du, die Politik? Nichts wie Getratsch. Bloß weißt du viel Zeitungen, das ist gar nichts. Ein alter, blinder Bauer. Er schnuppert das, wolle er sich durch Ihren Geruch ein Bild von ihm machen. Johanna hält still. Weiber, was müssen Sie, Weiber? Er sagt, Weiber sollten sich nicht in Politik mischen. Leipzig, schau's. Was trittst du mich? Du bist immer noch ein unschuldiger Geleiter. Herr Dr. Pichler. Er sagt, etwas wird der Kröger schon angestellt haben. Irgendwas. Der Kröger. Oder miteinander, die Schlawiner. Kommt über den Tepp, jetzt einmal. Hätte er sich ruhig gehalten? Und die? Was glaubst du, dass ich? Gar nichts. Bin ich Minister. Und was denn er tun solle? Sei er Minister? Was gehe Ihnen die Justiz an? Nichts mit Justiz. Ja, hab's nichts mit Justiz. Was groß mit der Justiz. Er schüttet einen Riesenbissen mit, einem Riesenschluck hinunter. Also, was noch, na, na, Saude. Ich bin wirklich so. Sagt auf einmal, ganz verändert, es sei alles nur halb so schlimm. Er sei nicht dafür, dass man Menschen schinde. Er sei ein guter Christ, das wisse man. Na, das ist bekannt. Zu was Menschen schinden. Du, an mir, wennst du mich fragst, wegen mir, sollen sie begnadigen. Wenn sie... Den Schuldigen zu begnadigen, das sei ganz in seinem Sinn. Von mir aus. Wenn sie die nächste Amnestie... Was wäre laut so? Das werde er laut sagen. Bloß, was ist nichts? Und alter, wie er schon... Falls jemand auf ihn hören wolle. Blinder Bauer. Alter, Blinder Bauer. Er gießt sich Wein in die Käse. Verschluckt sich. Verschüttet das halbe Glas. Johanna macht sich fort, während ihm der Sekretär mit der Ser Hirte den Mund wischt. Der Mann ist gar nicht so uneben. An mir lag's. Nur an ihr lag es. Nur an jener wunderlichen Lähmung, jener Träger ihres Herzens lag es, dass sie nicht mehr erreichen können. Als Erich Bornhag sie ein zweites Mal einlädt, lehnt sie ab. Auch das dritte Mal. Das vierte Mal verabreden sie einen Ausflug an die See. Es ist ein frischer, strahlend heller Tag. Er sitzt am Steuer seines Wagens, ist knabenhaft vergnügt. Er ist gar nicht so windig, wie er sich gibt. Das sind Posen. Ein Eichhörn. Wo? Da. Ich seh's nie. Links auf dem Baum. Sehen Sie's? Er. Er ist liebenswürdig. Spricht wenig von seinen eigenen Dingen. Geht mit Verstand und wirklicher Anteilnahme darauf ein, als Johanna von dem Kampf für den Mann Krüger berichtet. Auf einmal interessiert sich halb Frankreich für den Fall. Aus geht dieses Interesse von einem Essay eines Kunstkritikers. Jean Leclerc. Sie wissen davon? Ich hab ihn scharf auf die Sache gemacht. Es freut mich, dass ich es recht gemacht habe. Er, der Windige? Sie schweigt erstaunt. Ist es denkbar, dass der Windige Einfluss hat auf den berühmten Mann? Auch er spricht nicht weiter darüber. Als sie aber auf der schönen Strandpromenade spazieren gehen, hat er unversehens wieder seine Maske zwischen Spitzbüberei, Zynismus und Betrübnis. Leider muss ich bald nach Deutschland zurück. Mein Partner Dellmeier ist nämlich angezeigt worden. Ein fabelhafter Mensch. Aber er soll unsere Köter überversichert und dann vergiftet haben. Man kann eben keinen Menschen allein lassen. Johanna bleibt stehen, hinhörend, auf das Meer schauend. Weiße, nette Wellen hüpfen über die glasgrüne Fläche auf sie zu. Ist es nicht unangenehm, dass junge Menschen gezwungen sind, berufsmäßig Hunde zu vergiften? Ich lasse dahingestellt, ob es in der Zeit oder im Charakter liegt. Sie steht, die drei Falten über der stumpfen, lebendigen Nase. Der empörend überlegene, spöttisch-sentimentale Ton des Jungen. Der leise Geruch von Heu und Leder. Die krankhafte Freude, mit der er beichtet. Fort von dem Lumpen, ihn stehen lassen. Aber sie geht nicht fort. Und wie ist es mit dem Mord an dem Abgeordneten G.? Mit dem Abgeordneten G.? Mich beschäftigt das Offengestanden weniger als das mit den Hunden. Hat sich da was Neues gefunden? Sehen Sie, mit diesem politischen Morden ist das so eine Sache. So ein Abgeordneter hat Ansichten, redet. Er sagt Gerechtigkeit, Humanität, Zivilisation, Pazifismus. Wahrscheinlich denkt er sich sogar etwas dabei. Warum soll er nicht reden? Aber wenn er zu laut schreit, dann wird er lästig. Sein flotter Wortschwall dringt in ihr Ohr, wirkt wie ein gefühlstötendes Mittel. Leichter frischer Wind ist. Das Meer sieht fröhlich aus. Wenn Sie stark in der Arbeit sind und nebenan spielt jemand Klavier, bekommen Sie vielleicht auch Lust, den Klaviermenschen zum Schweigen zu bringen. Aber diejenigen, die sich dazu hergeben? Diese sogenannten entmenschten Burschen sind manchmal ganz nett. Ehrenworte. Kennen Sie das Symbol? Ein Kreuz, mit Haken versehen, auf blutrotem Grund. Was wollen Sie? Wir kämpfen für das Vaterland, die Rasse. Im Krieg hieß man uns Helden, jetzt Mörder. Ich finde das unfair und unlogisch. Sie sieht mit ihren kühnen, gläubigen Augen der kahlen, lässigen Verderbtheit dieser Jugend ins Gesicht. Ist der Gedanke nicht reizvoll, dem Herrenvolk anzugehören, das die Hochkulturen der Welt erschaffen hat? Da ist nichts. Sieht so ein Mörder aus. Auf diesem dünnen, zähen Zynismus wächst nichts. Kann nichts angebaut werden. Aber hat er nicht über den Mann Krüger hilfsbereit wie ein Bruder gesprochen? Viel klarer als jemals Hessreiter. Leider habe ich jetzt so viel um die Ohren. Geschäfte, Konferenzen. Da ist er wieder, der säuerliche Geruch. In Deutschland wird die Arbeitskraft durch die Inflation jeden Tag billiger. Ich werde den Westen Amerikas erobern mit süddeutscher Keramik. Gnomen und Fliegenpilze. Gnomen und Fliegenpilze von Moskau bis New York. Du weißt, davon kann ich mir dann endlich auch ein wenig ernst auf die Kunst erlauben. Die Serie Stiergefecht zum Beispiel. In den Tagen darauf verflüchtigen sich die Gedanken an die Hunde und den toten Mann. Übrigens, wollen wir nicht eine Wohnung nehmen? Im Hotel ist es auf Dauer doch etwas unbehaglich. Nein. Gegen ihren Willen hackt sich das Bild des Jungen wieder in ihr Hirn. Sein unschuldiges Knabenlöcheln, seine saloppen, selbstgefälligen Gesten, die rotgefärbten Lippen, die sonderbaren Gesichter der Terrier, Doggen, Spaniels, Windhund in seiner Wohnung. Die plötzlich anpackenden Augen. Es ist, als sei die ganze Luft erfüllt von dem leisen Geruch nach Leder und Heu. An einem Julitag, an dem das Thermometer auf 33 Grad und der Berliner Dollarkurs auf 1300 gestiegen ist, lässt sie sich das Haar nach der Mode kurz schneiden und macht einen Besuch. Was für eine Überraschung. Er zeigt unverhohlen, jungenhaft seinen Triumph. Da bin ich. Kompliment. Der kurze Kopf steht Ihnen. Sie stöhnt befreit auf, als er bei ihr liegt. Sie genießt den hübschen, verderbten Burschen mit Gier und ohne Glück. Keinen Augenblick in seiner Umarmung vergisst sie, wie leer und windig er ist. Danach ist kein Gedanke an ihn mehr in ihr. Ich gratuliere dir sehr herzlich. Danke. Ihren 26. Geburtstag feiert Johanna mit Herrn Hessreiter. Wirklich. Nirgendwo auf der Welt speist man besser als bei Orvillier. Mit ihm. Ausgerechnet. Übrigens, mit kurzem Haar weckt dein Kopf noch, darf ich sagen, kühner. Mit einem Mal... Es ist ungerecht. ...reizt sie alles an ihn. Vom Faunler soll ich dich grüßen. Ich habe heute mit München telefoniert. Er probiert jetzt die große Revue. Ein gut geschnittener Frack. Ein fleischiges Gesicht mit dem kleinen Mund. Und was soll ich dir sagen? Die Feldherrenhalle haben sich schon wieder verschandelt. Mit einer Art Mahnmal. Sie machen aus dem schönen Bauwerk gewissermaßen ein Warenhaus militärischer Wunschträume. Seine Manschettenknöpfe, seine Redeweise, sein Appetit. Johanna, ich weiß, dass keine menschliche Beziehung immer gleich heiß sein kann. Sogar jetzt ist er noch zuvorkommend. Es wird schwer sein, sich seiner Aufmerksamkeit zu entwöhnen. Bin ich Ihnen denn gleichgültig geworden? Paul? Sie fahren also nach München zurück? Ja. Als sie sich trennen, küsst er ihr noch höflicher als sonst die Hand. Und beide wissen, dass es zu Ende ist. So ist Johannes Abschied von dem Großbürger Hessreiter, der sie eine Nacht lang von Herzen und mit all seinen Sinnen geliebt hat. Der sich mit seiner Serie Stiergefecht hinweg tröstet über Fliegenpilze, langbärtige Gnomen und allen Widersinn der Welt. Jacques Tüverlin arbeitet an der Revue Kasperl im Klassenkampf. Schreibt, wippt herum, storcht, stellt's durch sein kleines Büro. Das zerknitterte Gesicht beschäftigt, eifrig vergnügt. Seine Gesellschaft sucht Frau von Radolny, der Hessreiter mehr abgeht, als sie erwartet hat. Ihm gefällt die Dame, die massig und gegeben aus einer versinkenden Zeit in Design hineinragt. Klassenkampf. Was meinen Sie? Ist das nicht eine rechte, ergiebige heutige Situation? Und das Kasperl zum Untergang bestimmt. Eine Figur voller Licht und Witz, der eben nur Gerissenheit fehlt, ohne die in dieser Epoche schwer zu leben ist. Da haben's recht. Sie sitzt bei ihm, üppig, kupferfarben. Merkt besser als er selbst, wie sehr ihm Johanna fehlt. Hofft ihn bei Gelegenheit an sie zurückzugeben, gewissermaßen als Tauschobjekt. Freundlich beteiligt, unmerklich kämpfend, lächelnd. Nicht glücklich. Als man aber da rangeht, über den Spuch in die Praxis umzusetzen, lehren sich die Widerstände. Kasperl, 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 Gassenkampf. Jetzt lassen Sie endlich die politischen Faxen. Auf geht's, stellen Sie hinüber, die Zinner der Parteien. Herr Fandler, ich bin politisch durchaus nicht sehr... Ja, ja, ist schon recht. Ich sehe hier nur eine Quelle großen, legitimen Gelächten. Aber man muss nicht nur Senf geben, sondern auch Wurst. Bauen, brauen, sauen, der alte Warspruch München. Herr Fandler, das Hauptstück einer Revue, auch einer veredelten Münchner Revue, sind die nackten Mädchen. Herr Fandler, vergesse es nicht. Wer zahlt? Je mehr die Proben fortschreiten, umso deutlicher zeigt sich, dass Fandler den Tüverlin nur einen winzigen Teil dessen ans Licht stellen lässt, was er gemacht hat. So gleicht, was da gemixt wird, von Tag zu Tag mehr den üblichen Revue in der Zeit. Na, die Wahrheit, auf geht's, etwas Bewegung, die Gäste, haben Sie den Tanträgchen studiert. Dafür haben Sie jetzt also ein halbes Jahr gearbeitet. Ich? 150 Exemplare Mädchenfleisch zeigen ihre leeren Puppengesichter und ihre ausdruckslosen Glieder vor. Ich fahre ja nach rechts, und das vorbleibt hin. Wo sind denn die Bieläuser? Das hat alles Pferdler verbrochen. Seinen dicken Fingern hat er geändert, gestrichen, Wasser zugeschüttet, nichts mehr vom Kasper entlassen. Mehr nach vorn, die Gürtel! Na! Hier wird er in die Bieläuser wegstreichen. Glauben Sie, das interessiert mich noch? Wo sind denn die Geräuschmaschinen? Herr Druckteil! Nur die Melodie, an dieser Stelle dieser einzigen, hat Revue noch Sinn. Wenigstens der Kumpel nicht, wie er bei dem Spektakler vollkommt. Der? Der arme Kerl steht nicht mehr auf dem Programmzettel. Was? Na, wissen Sie das nicht. Vor allem hat er immer ein Pauschalhonorar gezahlt, für das man sich heute kein Stück Brot mehr kaufen kann. Hören Sie mal zu, Herr Mediziner! Ich will jetzt wissen, ob dieser Fabian am Glavieren wirkt, wie er ein Kronik hat, oder ob ich das quer in das Ohr haben will. Dann müssen Sie ihn schon an einen Tierarzt wenden. Sie sind der Theaterart! Ich bin für Schauspieler zuständig und nicht für Fabianen. Sie werden jetzt übernehmen. Haben Sie was zu bemerken? Nein! Euch dann! Belegung! Auf geht's! Komischerweise bin ich nicht einmal mehr zornig. Nein. Blut. An einem frühen Morgen badet Johanna in der Isar, spült die alte Johanna in den kühlen, schnellen Fluss. Mit einem Mal ist sie klar, frisch, mit untrüglich sicherem Wissen, was sie zu tun hat. Das Vergangene ist nicht. Hat kein Recht an mir. Ich selber entscheide. Alles. Allein. Sie spürt, die Zeit des Wartens ist zu Ende. Auch der Flucht vor einem Gesicht. Ob ich für Martin Krüger kämpfen will, steht bei mir. Ich habe die Wahl. Wähle. Werde kämpfen. Ehrlich das tun, was ein Mensch für einen anderen tun kann. Aber auch ein anderes weiß sie nun. Selbstverständlich und gut. Kehrt zurück. Eine erwachsene Frau ihrer Zeit, auf sich selber gestellt. Frei. Fröstelnd in ihrer Freiheit. Nicht mehr wollend, als sie kann. Nicht mehr verlangend, als ihr zukommt. Heiter und ernsthaft. Das Theater ist gefüllt bis auf den letzten Platz. Gekommen sind die rundschädeligen Männer von München und ihre sauberen, etwas fleischigen Frauen. Gekommen ist, hürdevoll elegant im Smoking, Herr Hessreiter, eben in seine Vaterstadt zurückgekehrt. Denn nach langem Überlegen hat er sich entschlossen, seine Schwimmbewegungen im wilden, reißenden Strom der Auslandsgeschäfte doch lieber, um sichern Ufer aus mitzumachen. Gekommen ist nicht mit ihm, schön, üppig, kupferhaarig, Frau von Radolny. Nicht gekommen ist der Dichter Pfisterer. Er hat einen Schlaganfall erlitten. Niemand sagt, doch alle wissen es, dass er gestorben ist an der Verlumpung seines Landes. Gekommen ist Erich Bornhag auf einem Eckplatz im Parkett. Neugierig, wer den leeren Stuhl neben ihm einnehmen wird. Und weiter hinten lässt ein auffallend, schlampig gekleideter Herr in aschebestäugtem Anzug sehr hohl die Schläfen. Fiebrige, dringliche Augen nicht von ihm. Viele Kleinbürger sind da, sonntäglich herausgeputzt, erwartungsvoll. Die Mütter, Onkel, Tanten, Vättern, Bräutigame der 150 nackten Mädchen. Vor diesen Leuten beginnt also die Regie höher geht's jemand, wie er Kasperl im Klassenkampf. Jenes Spül, in das der Schriftsteller Jacques Tüvelin einen guten Teil bester sachreicher Zeit und nicht geringer Begabung gesetzt hat. Verschüttet durch den Eingriff seines Auftraggebers, der schwer, blasshäutig, mit emsigen Augen hinter der Bühne auf- und abwetzt. Das Spiel ist verloren. Die Revue wird versagen. Die Soße ist zu dünn. Alles Bruch, jetzt weiß ich's. Ich hab den Riecher. Genauso gut hätte ich doch Kunst verzapfen können. Aber die wäre wieder nur in Berlin durchzusetzen gewesen. Das ist zum Auswachsen. Warum verbeiß ich mich bloß immer wieder in mein sackrische Vorliebe für München? Der Schriftsteller Jacques Tüvelin kommt erst nach Beginn des Spiels, eigentlich nur deshalb, weil es blieb er fern, wie die Sation aussieht. Er hat längst Bilanz gemacht, klar, unnachsichtig. Was ist Kunst? Was ist ein Kunstwerk? Es entspringt aus dem Ausdrucksbedürfnis, das dem Menschen eingeboren ist, wie der Trieb zur Nahrung und Fortpflanzung, damit er seine Erfahrungen möglichst rein und unvermittelt für die Art konserviere. Ich, Jacques Tüvelin, habe mein Ausdrucksvermögen schlecht und ungewöhnlich dumm verwertet. Zäh, doch äußerlich glänzend schreitet die Revue voran. Das Bild nackte Wahrheit zeigt ein tibetanisches Götzenbild, das die Eigenschaft hat, so oft jemand lügt, sich zu bewegen. Der Zug bewegt sich, immer rascher, immer heftiger, tanzt. Etwas fad, die ganze Geschichte. Hat er nicht mehr zustande gebracht, der Schweizer? Was versteht so einer schon von München? Seine Heimatstadt. Ihre Gemütlichkeit. Obwohl es, seit er zurück ist, gerade damit nichts Rechtes sein will. Es gibt so merkwürdig schnelle Umschwünge in der Luft dieser Stadt. Diese Trupps der Patriotenpartei, denen man jetzt auf Schritt und Tritt begegnet mit ihren Trommeln und ihrer blutroten Fahne. Unsympathisch. Wirklich. Wie können meine Landsleute übernacht so militaristisch sein, auf das Ortenkreuz hereinfallen? Da geht es zu demonstrieren. Im rechten Moment. Dem muss man einen Fußtritt in den Hintern geben. Natürlich. Im rechten Moment. Nach der Wahrheit. Katharina hätte sowas besser gemacht. In ihrer alten Zeit. Habe ich sie nicht durch einmal anleucht? Die Girls gehen im Reliefstil über die Bühne. Kultisch Antikes mischt sich mit aktuellem Auto, Tennis, Fußball, Negertanz. Das könnte frech, stimulierend sein, wäre nicht der banal, gemein umgearbeitete Text und die hoffnungslos leeren Gesichter der Girls. Der Rechtsanwalt Dr. Siegbert Geier sieht alt aus. Verfallen. Erich. Auch sein Sohn ist bei der Bande des Wahnsinnigen. Bei dem Anschlag damals... Nicht daran denken. ...glaubte er ein Gesicht erkannt zu haben, das widerwärtige Gesicht seines Freundes. Nur den Bruchteil eines Augenblicks. Vielleicht auch war es nur Geträume. Fieberfantasie. Er will es nicht erfahren. Lieber im Ungewissen bleiben. Ein windiges, freches, spöttisches Gesicht. Der Junge. Mein Sohn. Während des Bildes still leben... Die Mädchen stellen mit Hummerscheren, gigantischen Fasanfedern, Austernschalen, kostümiert einen lockenden, gedeckten Tisch. Darin übrigens sind sie nackt. ...wird der freie Platz neben Erich Bornhag besetzt. Die Dame ist Johanna. Ich hab's gewusst. Auch damit hab ich Glück. Ich bin in einer Glückssträhne. Die Ermittlungen wegen des Mordes sind niedergeschlagen. Die Unternehmungen gehen gut. Vor allem die politischen. Haben die Patrioten nicht in München schon die eigentliche Macht? Wir machen jetzt großen Wind. Das Leben ist überhaupt eine spaßhafte Sache. Ein bisschen sehr kühl ist sie neben mir. Was bildet sie sich ein? Es gibt andere. Viele. Besser gewachsen. Intelligentere. Spritziger. Fäschere. Ich werd mich nicht ärgern. Während er sich sehr ärgert. Während die Girls über die Bühne tanzen, bekleidet nur mit kleinen Trommeln. Während Lilliputaner stehen, festlich geschmückt. Während der Pavian von seiner Kolik genesen das Klavier bearbeitet. Hat Johanna den Windigen, sobald er aufhört, sich bemerkbar zu machen, tatsächlich sofort vergessen. Das soll der Tübelin gemacht haben. Er, der in seiner Profession auf äußerste Reinlichkeit hält. Was muss er hinuntergewirkt haben, bis sich seine Sache in dieses absurde, lächerliche Klump verwandelt hat. Während ich fort war. Sie weiß es deutlich und gut, sie wird mit ihm zusammen sein. Die Revue rollt in des Zäh und Hut klappend weiter, bis zum einzig sicheren Bild, dem Stierkampf. Zwar ist alles Politische, die Schärfe der Witz in Tübelins Szene entgiftet, verhunzt. Anstelle der bösen, geglückten Verse tanzen die Girls, die Brüste nackt unter kurzen, bestickten, offenen Jäckchen wellenmäßig über die Bühne. Doch die Melodie jenes unbekannten Komponisten, morenhaft wild und spanisch elegant, verhucht zusammengesetzt aus eleganter Pose und Lust am Töten, spritzt ins Blut dem Publikum. Zuckt zurück auf die Bühne. Selbst die Beleuchter oben auf ihrer Brücke schmutzig unrasiert in einer Wolke von Staub, Schweiß, üblem Geruch. Selbst sie summen die Melodie mit. So dann aber, überraschend schnell, entscheidet sich endgültig das Schicksal der Revue. Die Handlung, der Sinn und Rückgrat herausgestrichen sind, fällt in sich zusammen. Die Arbeiter, die gerechnet hatten, hier wenigstens für ein halbes Jahr ein sicheres Dach zu haben, finden sie nicht gut eingerichtet, die kapitalistische Welt. So wird sie sein, die Revolution. So wird sie einmal losbrechen, auch hier. Und sie werden die Scheinwerfer leuchten lassen, über die großen Plätze, während hunderttausend Menschen die Internationale singen. Da sind sie endlich. Sie haben keine gute Zeit gehabt. Sie hätten auch früher kommen können. Sie haben recht. Als sie das Theater verlassen, kommen sie an zwei Männern vorbei, die sich leise unterhalten. Der eine mit sorgfältig gescheiteltem Kopf redet mit langen, blassen Lippen, einringlichen Gesten auf den anderen ein. Der andere, der auflacht, ist der Windige. Der Gescheitelte trägt ein Symbol am Arm, das Kreuz, mit Haken versehen, auf blutrotem Grund. Sie sehen die Männer nicht. Sie sehen die Männer nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 In den Jahren nach dem ersten großen Krieg, während die Mark auf den hundertsten Teil ihres Goldwerts sank und 55 Millionen von den 60 Millionen Deutschen nicht satt wurden und notlitten an Kleidung und Hausrat, versammelte sich in einer Seitenstraße der Münchner Innenstadt im Restaurant zum Geissgarten, allabendlich die Stammtischrunde mit Namen, da fehlt sich nichts. Etwa ein Dutzend Männer hatten an ihr teil, Monteure, Droschkenkutscher, Kleinhändler, Handwerker. Man trank reichlich Bier, raunzte über die notigen Zeiten und die Dinge der Stadt des Staates, die Großkopfigen, die Straßenbahn, die Fremden, die Revolution, die Geistlichkeit, die Monarchie, über Gott, Lenin und das Wetter. Nun kamen zu dieser Runde eines Abends zwei Brüder, der Boxer Alois Kutzner und dessen Bruder der Monteur Rupert Kutzner, zur Zeit stellungslos, ein Mann von großer Beretsamkeit. Mit heller, leicht hysterischer Stimme deklamierte er mühelos von langen, blassen Lippen flossen ihm die Worte. Mit eindringlichen Gästen, predigenden Landpfarrern abgesehen, unterstützte er seine Rede. Man hörte ihm gern zu, er hatte Gesichtspunkte, unter denen sich die Dinge des Staates und des Tages bequem bereden ließen. Schuld an allem Bösen war das Zinskapital, war Judah und Rom. Wie die Lungenbazillen, die gesunde Lunge, so zerstören die international versippten Finanzjuden das deutsche Volk. Und alle Dinge werden gut und renken sich ein, wenn man nur die Parasiten ausschwefelt. Der Runde im Restaurant zum Geistgarten sagten die einfachen, leicht fasslichen Ideen zu. Die Nüchternheit der marxistischen Erkenntnisse, soweit sie überhaupt davon gehört hatten, stieß diese kleinen Bürger ab. Das Programm des Rupert Kutzner schmeichelte ihrem Bedürfnis nach Romantik. So wurden am Stammtisch, da fehlt sich nix, romantische Fragen lebhaft diskutiert. Gab es detaillierte Pläne der Juden, sich der Herrschaft über die Welt zu bemächtigen? Lebte König Ludwig II. von Bayern noch? Hatten zusammen mit dem Papst die Juden den Weltkrieg angezettelt? War der Hagel eine Strafe Gottes für die Abschaffung der Monarchie? Die Niederlage der Deutschen eine Intrige der Roten? Die Inflation ein Trick der jüdischen Bankherren und Kaufhausbesitzer? Der Friede ein Manöver der Nachfolge des Juden Marx, um das deutsche Wesen auszurotten? Diese und ähnliche Fragen, gründend nicht auf Erkenntnissen, sondern Gefühlen, erörterte der Stammtisch. Da fehlt sich nix, breit und immer wieder. Der Erfolg mancher Juden, die Vision ihres luxuriösen, rauschenden Lebens, biss sich grimmig, zwickend fest. Der Mann aber mit langen, blassen Lippen, eindringlichen Gästen, sorgfältig gescheitertem Haar, entzündete in seinen Zuhörern Leben, Tatkraft, Hass. Die Juden, Jesuiten, Marxisten, die werden müssen, sagen wir mit der Hand! Wie weit, der Ratzenberger, was haben die Juden mit deinem Taxi-Tarif zu tun? Weil sie ihn künstlich niedrig halten von Stab, wegen die Hundsheidern, die Lumpenpacker, die Hundsheidern. In Folge dieser Dinge kommt es im Restaurant zum Geißgarten eines Abends zu Tod und Verklärung des Chauffeurs Franz Xaver Ratzenberger. Noch sitzt der untersetzte, kleinäugige Mensch mit dem blonden Schnauzbart friedlich unter seinen Vereinsbrüdern. Im Gegenüber ein hagerer, stiller, trauriger Mann mit vielgebuchtetem Birnenschädel über dem landesüblichen Kropf. Du bist ja ein ganz stark Bicker. Was verlangst jetzt du momentan für die Sinne, ha? Preist mal, kostet sie. Aha. Du siehst deine Preise auch noch, solange das Brot noch warm ist, gell? Wo alle Preise steigen. Da siehst du es. Ich hab die damalige Inflation nicht gemacht. Und wer hat's gemacht, ha? Ich weiß nicht, weil's ein Komplott ist. Nach dieser Bemerkung trinkt der Chauffeur. Du siehst die Ostern ein Christenkind einfangen und schlachten. Glaubst du? Weil ich's weiß. Was ist? Mach's wieder. Und er spricht seinen Herzenswunsch aus. Schlag mir dem Rothschild doch endlich einmal seine Scheibe ein. Seit er einmal in einer illustrierten Zeitung das fürstliche Grabmal eines Rothschild gesehen hat, verbindet sich mit diesem Namen in seiner romantischen Seele die ganze Idee jüdischer Finanzherrlichkeit. Denn mit Grabdenkmälern hat er sich aus bestimmten Gründen intensiv befasst. Allein der kupferne Engel auf dem Grab seiner älteren Schwester hätte den Hunger der weitverzweigten Familie Ratzenberger beenden können. Welch ungeheurer Machtfüller also muss sich hinter dem riesigen Mausoleum jenes Rothschild verbergen. Meinst du den Hurtdantler in der Theresienstrasse? Ein Geheimbund haben sie gegründet. Die Rothschild zusammen mit den Freimauern. Der Rothschild nicht. Das ist sicher? Der Mann kann nicht reich sein. Er misst seine Kundschaft selber im Laden Tiertum. Eigenhändig. Was hast du jetzt gesehen? Freilich. Auch der Bäcker trinkt. Das ist, gerade das ist ihm das Verdächtige. Wieso das Verdächtige? Ja, das zeigt ihm die hintertickische Schlauheit von dem Geschmärer, verstehst du? Geh weiter. Das ist ein komoter Mann und nicht wahrscheinlich, dass er den Krieg gemacht hat. Das sagst du, weil du mir jeden Tag deine miserablen Semmel verkaufst. Das hat über meine Semmel noch keiner gesagt. Geh weiter. Wollt mehr Krab, meine Box, als wie ein Mehl. Wenn's keine Mehl gibt. Hilflos jetzt und zornig, aus blassblauen Augen, stiert der Chauffeur den Bäcker an. Ich muss er werden. Wischt sich Schaum von dem dicken, blonden Schnauzbart. Und doch ist er im Geheimbund. Gefahren hab ihn einmal. Mit einem Rapiner ist er zusammen gewesen. Mit einem Galizis. Ich hab vergessen. Solche Faust? Ja. Weil er eine Hinnahme sehen muss. Und was da geredet haben, die Saujuder, das war verteidlich. Dann trinkt er. Auch der Bäcker trinkt. Er ist ein stiller Mensch. Auch sein Gemüt ist romantisch. Aber diese offenbare Lüge bringt ihn auf. Der Chauffeur Ratzenberger, im Begriff, den Bierkrug niederzustellen, verlangsamt die Bewegung. Die anderen sind alle still. Sie wissen gut, wovon die Rede ist. Denn der Ratzenberger, auch wenn er ein Klachel und Scheißkerl ist, genießt in der Stammtischrunde, da fehlt sich nichts. Gewisses Ansehen seit er, über ein Jahr ist es jetzt her, als Hauptzeuge in einem großen Prozess ausgesagt hat, dem Prozess Krüger. Zwar seine Aussage, das hat er einmal nach reichlichem Biergenuss ausdrücklich gesagt und sich dessen gerühmt, war falsch. Gerade dadurch war sie eine unerschrockene patriotische Tat. Denn jener Kunstwissenschaftler Dr. Krüger, der dann vom Direktorensessel ins Zuchthaus geschickt wurde, hatte die staatliche Galerie mit unsittlichen, modernen, provozierenden Schweinereien verhunzt. Ist eine Pestbeule. Das also, wissen die Vereinsgrüder. Sie äußern deshalb nichts, außer Allgemeinungen, wie... Da schreien. Da soll man herschauen, oder... Du liegst dich nieder. Da soll man sich niederlegen. Im Übrigen betrachten sie stumm und gespannt den hageren, traurigen Bäckermeister und den rosigen Chauffeur. Das sagst du nicht noch einmal, gell? Jawohl, sag ich das noch einmal. Hundsknochen, mein Eidegger, miserabeliger. Worauf der Chauffeur alles sehr langsam, wie unter der Zeitlupe, aufsteht und den Bierkrug hebt, um ihn am Kopf des Widersachers zu zerschmettern. Allein der Widersacher hebt gleichfalls seinen Kug und lässt ihn, auch er ohne Eile, doch mit Wucht und als Erster auf den Gegner niederfallen. Schnell jetzt und ungewohnt klar, während die Knochen seines zerschmetterten Schädels in sein Gehirn eindringen, erlebt Franz Xaver Ratzenberger sein ganzes bisheriges Dasein. Es war ein gutes Leben, breit, laut, in einem schönen Land. Mit Fleisch und Bier und Weibern, bevor die Zeiten so notig wurden. Und auf dein Fest. Und am Sonntag eine Rauferei. Den Krieg durch listig vertauschte Kommandos überstanden. Jeden zweiten Tag die Frau verprügelt. Besitzer. Besitzer eines Automobils. Sich mit den Geschwistern wüst um den kupfernen Engel herumgestritten. Herumgeschrien, herumgeflucht. Sauhammeln von Herrenfahrern, die Gummireifen zerschnitten. Dadurch der Polizei gut bekannt, aber dann dem Vaterland. Dem Vaterland den großen Dienst mit dem Krüger erwiesen. Und auf ewig die Droschkenkonzession gesichert. Und am Stammtisch des Geistgarten gehockt. Geachtet. Ein fester Mann. Es ist schön, dies nochmals zu leben. Er hätte es gerne ein drittes und viertes Mal gelebt. Aber es bleibt ihm nichts übrig, als den schweren Oberkörper nach vorne sacken zu lassen. Und ihn nicht zu burgen. Und zu sterben. Die anderen sind betreten. Der ist eh. Mit Todes. Der Hammi. Der Damischi. Die allgemeine Erbitterung aber richtet sich gegen den Huthändler Rothschild. Den Juden. Der Anlass gegeben hat zu dem Tod des verdienten Chauffeurs. Und die Kunde von dem beräten Monteur Rupert Kutzner verbreitete sich. Immer mehr Leute kamen in das Restaurant zum Geistgarten. Seinen Reden aufmerksam und zustimmend zu lauschen. Den genial einfachen Mitteln, das öffentliche Leben zu säubern und auf die Beine zu stellen. Einer von ihnen, der Besitzer einer Druckerei, machte eine kleine Zeitung auf. Gedruckt allerdings nahmen sich diese Ideen dürftig aus. Immerhin diente die Zeitung, den Lesern den lebendigen Eindruck des auf seinen Worten überzeugt hinrudernden Mannes ins Gedächtnis zu drücken. Der Wirt, der Druckereibesitzer, der Boxer und zwei Chauffeure begründeten eine Partei unter Führung des Rupert Kutzner, der sich jetzt als politischer Schriftsteller bezeichnete. Ihr Name, die Wahrhaft Deutschen. Ihr Zeichen, ein Kreuz mit Haken versehen, auf blutrotem Grund. An einem anderen Stammtisch im Bratwurstglöckl, dem alten rauchigen Restaurant zu Füßen des Doms mit den unvollendeten Kuppeln, sitzt der Justizminister des Landes Bayern, Dr. Otto Klenk, zwischen Kollegen aus der Richterschaft, Kollegen aus dem Kabinett, die Lodenjoppe um die Schultern, die Pfeife, wie stets im Mund, riesig in dem niedrigen Raum. Wirt, an Achtung gewöhnt, heute mit doppeltem Respekt behandelt. Klenk ist Klenk. Und schreckt sich Klenk. Die Kabinettsumbildung dieser Woche hat er besorgt. Sie haben es gespannt. Er, Klenk, macht jetzt bayerische Politik. Leise, elegant, aus dem Hintergrund, wie es seine Art ist. Lange fällig war der Wechsel. Auf die Dauer hat man sich wirklich genieren müssen, was für Viecher einen die herrschenden Klerikalen auf die Ministerbank schickten. Scherter Rommel. Was will denn immer auf den Tisch hauen? Ist er mit der Herr eben im Sauherdenton gegen Preußen und das Reich? Er hat die heimlichen Regenten des Landes vor die Wahl gestellt. Der Reindl hat das Signal gegeben, der Industriebaron. Als ob man mit Konzessionen im Kleinen nicht im Großen noch viel saftiger zu langern könnte. Harte Arbeit hat es gekostet. Zwei Konzerte hat er auslassen müssen. Jetzt ist es also geschafft. Heute kann er sich einmal Feierabend vergönnen. Der Mann mit dem langen, rotbraunen Schädel lehnt sich behaglich zurück, schaut durch den Dunst auf die Tafelrunde, lächelt, vergnügt. Eine Hetz wird er sich machen, eine Gauhi. Soll ich mir den Flaucher vornehmen? Da sitzt Dr. Franz Flaucher, der Kultusminister, der Dackel Waldmann zu seinen Füßen. Den plumpen, dickschädigen Menschen zu reizen, ist ein besonderer Spaß. Oder den Hartl? Da sitzt auch der Landesgerichtsdirektor Dr. Hartl. Der ehrgeizige Mann, der damals dem Krüger den Prozess gemacht hat. Der jetzt in einem anderen Fall etwas zu souverän mit dem Gesetz umgegangen ist. Oder den Flaucher und den Hartl? Wie er diese Affäre Hartl gelöst hat, war ihm in dem Hin und Her der letzten anstrengenden Tage eine Art Erholung. Wenn du das Recht beugst, mein Lieber, darfst dir keinen Formfehler leisten. Nicht einmal gegen einen Roten. Er hat dem Hartl eins aufs Dach gegeben, denn er hat ihn diszipliniert. Er hat aber auch der Opposition eins aufs Dach gegeben, denn er hat ihm das wichtige Referat für Gnadensachen angetragen, was an der Beförderung verdammt ähnlich sieht. Ihm, Klenk, gefällt das. Danach als Privatmann an den Stammtisch des Bratwurstglöckel zu kommen, ist nach außen hin eine Demonstration. Und ihm selber eine Gaudi. Wie er aber jetzt im Bratwurstglöckel sitzt, ist es auf einmal doch keine Gaudi. Sie gefallen ihm nicht, seine Richter. Wir sehen nicht gut aus. Traurige Fach sind wir. Verdrieslich, abgetragen. Verschlissen, Minen und Kleider. Hoffnungslose, papierende Esel. Das ist nicht verwunderlich. In diesen Nachkriegsjahren bleibt doch Ihre Besoldung weit hinter der Geldaufschwemmung zurück. Auch Sie, vor dem Krieg überaus angesehen, leiden jetzt Not. Nichts wie Geholzstufen und Kohlepreis im Kopf. Dazu hat sich Ihre Arbeit gehäuft. Schuld daran, wie an allem Bösen, ist die neue Staatsordnung. Die Republik. Sie hat die Sitten gelockert, die Ziffer der Verbrechen gesteigert. Und wer hat die Arbeit? Sie. Dass heute der Minister an Ihrem Tisch ist, das allerdings ist ein Ereignis. Wie er breit und mächtig da sitzt. Zeigt das nicht, dass die Justiz noch gepanzert ist, in diesem wackeligen Staat? Sie, die Richter, sehen unleugbar abgerissen aus. Aber Sie sind immer noch autonom, unabsetzbar. Niemand kann Sie zur Rechenschaft ziehen. Was haben die Mäuterer vergessen? Die Saubande. Als sie auf Meinheit und Hochverrat einen neuen Staat aufbauen wollten. Sie, die Beamten, die wichtigsten Pfeiler der alten Ordnung, haben Sie unangetastet stehen lassen, die Rittviecher. Dieses Gefühl hebt die alternden Männer, steift ihnen den Rücken, wärmt ihnen das Herz. Sie geraten in Laune, bestellen sich neues Bier, hoffen heimlich, der reiche Hartl werde sie an seinem Ehrentag freihalten. Dieser Hartl. Wie er aufgeblasen darsetzt. Eigentlich ein zwieter Kerl. Schleimig, glatt, arrogant. Arsch auf Zeit. Mit dem hat das jetzt also jeden Tag zu tun? Die Laune des Ministers fällt herunter. Entschuldigen Sie mich, meine Herren. Also, dieser Teil des Abends war beschissen. Der Schlaucher hat sich an einen Nebentisch gesetzt. Hoffentlich wird das amüsanter. Er weiß schon, womit er ihn frotzeln wird. Der Schlaucher, wie viele hier im Raum begünstigt diesen Kutzner, anstatt ihn zu benutzen, wo man ihn brauchen kann, gegen die Roten natürlich. Ihm aber wird er zu frech, auch ab und zu aufs Maul zu hauen. Großen Zulauf haben jetzt die wahrhaft Deutschen. Auch sein Sohn, der dich gut tut, der Simon. Ja, Bams. Auch der hat sich diesen Hornochsen angeschlossen. Vielleicht sollte man sich doch mehr um ihn kümmern. Sagen lassen wird er sich sowieso nichts. Der wird ihm immer ähnlicher. Nicht das Schlechteste. Schmarrn. Seine Dummheiten muss jeder allein machen. Lang da hat er sowieso nicht mehr mit dem Kutzner. Da ist er am Tisch des Flaucher. Der schnuppert dem Feind ängstlich und doch fast begierig entgegen. Krieg's gut, Mitsum. Denn die Feindschaft mit dem hochfahrenden Klenk ist ihm, dem vierten Sohn des Konzipienten, des königlichen Notars in Landshut in Niederbayern, lebenswichtig geworden, wie sein Rettich, sein Bier, seine Politik, seine Verpflichtung auf die alten, wohlbegründeten Anschauungen und Gebräuche sein Dackelwaldmann. Was halten Sie denn von der dämischen Geschichte an der Feldhahn, Halle? Und diese Demonstration? Wo ist denn Amerikaner verprügelt dran? Was meinen Sie denn, Kollege? Ich? Würden Sie aburteilen, die Kutznerleute? Der Minister Flaucher reibt sich zwischen Hals und Kragen. Meint der Klenk das jetzt ernst? Oder will er ihn nur wieder mit scheinheiliger Freundlichkeit da blicken? Er, Flaucher, hält den Kutzner für einen Verbündeten im Kampf gegen die Dekadenz und das ganze neumodische Gift. Darf man denn immer eintreten für die gute Sache? Und was hat er denn da zu suchen, der Amerikaner? Mit so einem jüdischen Gfriesen. Schauen Sie, Kollege, dass sie den Juden verhaut haben, darüber könnte man wegsehen. Sehr richtig. Über das Geschrei, das die amerikanischen Behörden jetzt machen erst recht. Sehr richtig. Was gehen uns die damischen aus? Aber wie der Kutzner jetzt das Maul aufreißt. Darüber, Kollege, sehe ich diesmal nicht weg. Was meinst du denn damit? Der Minister Klenk schielt aus spaßhaften Augenwinkeln auf den Verärger fauchenden? Ich fürchte. Einmal müssen wir ihn auf seinen Geisteszustand untersuchen lassen. Den Kutzner. Der Minister Flaucher schweigt eine Weile. Bemüht sich, den wulstigen, viereckigen Schädelsweiken, den Klenk fest anzublicken. Schiebt den leise winzelnden Dackel mit dem Fuß zur Seite. Sagen Sie, Klenk, wenn's mich immer fortratzen, warum haben's mich eigentlich in der Regierung passen? Klenk ruhevoll klopft seine Pfeife aus. Sehen Sie, Flaucher, das frage ich mich auch mal. Es ist kein Spaß für mich, mit Ihnen zu arbeiten. Aber für mich, Flaucher, ist es ein Spaß. Sie sind eben ein unernster Mensch. Seltsamerweise trifft Klenk diese nüchterne, salzlose Feststellung. Klenk ist Klenk und schreibt sich Klenk. Was der Flaucher über mich denkt, kann mir vorverwurscht sein. Was heißt das überhaupt? Ein unernster Mensch. Der Dackelwaldmann gähnt. Der Wein im Glas schaut hässlich aus. Die Haar. Dem Klenk ist die Laune verdorben. Die Richter im Nürnberger Bratwurstglöckel aber sind jetzt sehr aufgekratzt. Der Hartl hat sie, wie sie gehofft, freigehalten. Die Narben in ihren Gesichtern, beigebracht in Waffengängen zum Zweck gegenseitiger Verwundung, färben sich rot. Sie denken nicht an die gehäuften Termine vom nächsten Tag, nicht an die Objekte dieser Termine, die keine gute Nacht haben. und angstvoll gespannt jedes Wort, jede Geste vorbereiten. Nicht ahnend, wie wenig ihre Richter Zeit für sie haben. Aber auch nicht mehr an ihre Privatsorgen denken sie und nicht an die blöde, nörgelnde Presse, die den Richter bald so behandelt, wie in früheren Zeiten den Henker. Sie denken an Mützen, Bänder, Bierzipfel, Fechtboden, Bordell, an militärisch-studentisches Zeremoniell, an die ganze Seligkeit ihrer lange vergangenen Jugend. Und sie singen, mit Überzeugung, und so viel Schneid, als ihre Stimmen hergeben, das lateinische Lied. Nun wollten sie fröhlich sein, solange sie jung seien. Bei einer vergnütlichen Jugend, nach einem verdrießlichen Alter, werde sie der Erdboden haben. Der Minister Klenk aber, auf dem Heimweg, hat doch noch einen Spaß. Er trifft den Baron Toni Riedler, der jetzt ehemals bayerischer Diplomat, illegale Landsknechtsverbände aus Soldaten der aufgelösten Armee organisiert. Als es darum ging, die Revolution zusammenzuschießen, da konnten sie uns doch auch brauchen. Ich möchte Ihnen trotzdem empfehlen, in Zukunft nicht mehr militärisch provokant aufzutreten. Tatsächlich? Ich müsste mir sonst fast überlegen, ob ich Ihre Sportverbände noch als Sportverbände anschauen kann. Ein großer, breitschultriger Mann von etwas roher Eleganz, mit hartem, brutalem Gesicht. Und was heißt das? Militärisch provokant? In Uniform herumziehen. Meinen Sie die Händen? Paradehäupen, Schlägereien provozieren. Nimm bei, Sie würden uns und allen einen Gefallen tun, wenn Sie den Major von Günther auf ihrem Gut ein bisschen unsichtbar machen könnten. Und wie, lieber Kling, wollen Sie den Günther verhindern, sichtbar zu sein? Man kann einen Mann verhaften, zum Beispiel, wegen mein Eides. Das möchte ich sehen, ob einer den Günther vor dem jüngsten Gericht verhaftet. Vielleicht erleben Sie es noch. Häusern. Der Minister Otto Klenk, den Mann mit rot angelaufenem Gesicht zurücklassend, lächelt wieder, vergnügt. Die Totenfeier für den Chauffeur Ratzenberger war groß aufgemacht. Rupert Kutzners Ansprache riss die Menge mit. Ohne Furcht habe ein Deutscher die Wahrheit bekannt, heftig verfolgt von Schlawinern und Roten, Judah und Rom. Man werde es Ihnen noch zeigen, dachten die Ratzenberger, der Stammtisch und viele Zuhörer. Rupert Kutzners Zorn glühte. Die Menschenmenge, aufgepeitscht von den Worten, ging hoch in stürmischer Empörung, in Pfui rufen, Drohungen. Die Fahnen mit dem Hakenkreuz senkten sich vor dem Grabmal, das die wahrhaft Deutschen für den Helden und Märtyrer in Auftrag gegeben hatten. Auf einem rollenden Rad Anspielung auf seinen Beruf Ein Mann, der eine Schwurhand ausgestreckt gegen den Himmel hält. Anspielung auf seine mannhafte Tat. In der folgenden Zeit aber, während der Kurs des Dollar an der Berliner Börse von 2000 auf 2350 steigt, zieht das Geständnis des toten Chauffeurs Kreise. Der Meineidige nämlich, findet keine Ruhe in seinem Grab. Seine Witwe Christentia erscheint er im Traum. Ich hätte den Achtuch würden. Wo soll ich den bloß machen? Meine Tochter. Im Fegefeuer breit er. Doch nicht in der Art der anschaulichen Schilderungen, die sie aus einem ländlichen Bezirk stammend von Predigten und Bildern her kennt, nicht brutzelnd, die rosige Haut mit Blasen überdeckt, Haare, Wimpern, Schnauzbart versenkt, nein, weit unheimlicher. Hier, da steht mein armer Franz Xaver unversehrt mit nitten Flammen. Die haben mir früh ausgestreckte Hände wie ein ganz leiswinselnd. Kreis sind's. Schafft die Meiner, dass du weißt. Du, wie ganz sagt er auch zu mir, wo er dieser Lebtag zu mir gesagt hat. Meine Tochter, geh in dich und schau auf dein verbesseres Gemüt. Was war es? Welches sich begradet dünkt. Ich glaube, es habe eine Vision, wo es in Wirklichkeit eine Halluzination ist. Und das Geständnis des toten Chauffeurs zieht Kreise. Es erfährt von ihm der Stammtisch, da fehlt sich nix, im Restaurant zum Geißgarten. Es erfahren von ihm die wahrhaft Deutschen. Rupert Kutzner eifert gegen die schweinische Verleumdung. Es erfährt von ihm Dr. Geier, Martin Krügers Anwalt. Man versucht von der verstörten Witwe eine schriftliche Aussage zu bekommen. Die Wiederaufnahme des Prozesses wird betrieben. Es erfahren von ihm die Gegner der wahrhaft Deutschen, die unter dem Namen Rote Sieben gegenüber dem Geißgarten in der Hundskugel tagen. Dort erfährt davon der Ingenieur Kaspar Pröckel, Angestellter der bayerischen Motorenwerke, Martin Krügers Freund. Es trifft sich, dass ihn sein Chef tags darauf zu sich bittet. Andreas von Reindl, Aristokrat, Lebemann und Gebieter über ein riesiges Gemenge aus Autos, Zeitungsunternehmen, Bier, nationalistischen Wehrverbänden, Schifffahrtslinien, kochender Volksseele. Der Herr der südostdeutschen Industrie. Schon früher, während des Prozesses, hat Pröckel den Reindl gebeten, zu intervenieren. Jetzt wird er die Bitte noch einmal vorbringen. Sie wollen zum Herrn Baron? Ja, wenn es recht ist. Massig, mit gewölbten braunen Augen, dickem schwarzen Schnurrbart über gefressigem Mund, sitzt der Industrielle in seinem Büro, in einem weiten Raum ausgestattet mit kostbaren Möbeln und Bildern wie ein Saal in einem Museum. Sein Ingenieur, finster, verwahrlost, in verschwitzter, schmutziger Lederjacke, bietet in der luxuriösen Umgebung einen befremdlichen Anblick. Nehmen Sie doch Platz, lieber Pröckel. Danke. Ich habe das Serienauto weiter verbessert. Darum haben Sie mich doch hergesprengt. Darum? Kaum. Warum eigentlich? Da. Die neue Kuppelung. Wie Sie sehen können, sitzen die Antriebsräder auf einer Vorgelegewelle. Herr von Reindl betrachtet interessiert den großen Riss oben rechts in der Lederjacke Pröckels. Er erinnert sich deutlich diesen Riss vor einem halben Jahr schon gesehen zu haben. Er riecht wie Soldaten auf dem Marsch. Rasiert ist der Kerl natürlich auch nicht. Verstehen's. Wahrscheinlich hat er das wirklich sehr listig konstruiert. Aber weiß er immer noch nicht, dass seinen Chef technische Details nicht interessieren? Ein Kopf. Köpfe sind was Rares in meinem Heimatland Bayern. Im Betrieb schwer zu verwerten. Ich sammle Köpfe. Verstehen Sie? Der Ingenieur Pröckel, während er seinem Chef immer von Neuem sein Projekt auseinandersetzt, fragt sich, warum eigentlich er diesen Schweinehund so umständlich bediene. Herr von Reindl, ein billiges Auto für den kleinen Mann. Dass Ihnen das wurscht ist, das weiß ich. Aber das Wörtchen Profit, mit dem Wagen können's die Amerikaner schlagen. Der Industrielle von Reindl fragt sich, weshalb ein begabter Mensch wie der Pröckel so gar keine Ahnung hat von Geschäften. Da reden diese Kommunisten immer wichtig daher von Imperialismus und Kapital. Und dann? In der Praxis? Warum nennen Sie ihn eigentlich der fünfte Evangelist? Ob ich Serienwagen herstellen las oder nicht, mein allerwertester Pröckel, das hängt nicht von Ihren Konstruktionen ab, sondern vom französischen Eisensyndikat. Vermutlich, weil es so einen Grad so nötig braucht wie ein fünftes Evangelium. Die Arbeitskraft ist billig jetzt in Deutschland während der Inflation äußerst billig. Wenn jemals, dann kann man jetzt die ausländische Konkurrenz schlagen. Wieso rede ich eigentlich dem Saukerl ein Loch in den dicken Bauch? Bloß, wenn ich Ihre billige, einfache Konstruktion herstelle, Herr Ingenieur Pröckel, dann kompliziert das vielleicht gewisse Verbindungen mit amerikanischen Autowerken. Anstatt ihm den Dreck vor die Füße zu schmeißen. Und ob ich diese Verbindungen kompliziere, das hängt davon ab, ob die Herren an der Ruhe sich mit den Franzosen einigen oder nicht. Und da kommst du mir mit deiner schlauen Kuppelung. Aber nein, ich sitze mit diesem fetten, frechen Brotz. Hören Sie, lieber Pröckel, Sie haben ja durch seine Zeit von ihrem Freund Krüger gesprochen. Ja, und? Warum jetzt der andere das fragt, ist Kaspar Pröckel durchaus unklar. Er müsste nur winken und Martin Krüger wäre frei, begnadigt. Aber offenbar hat er sich entschlossen, nicht zu winken. Was also? Ich konnte Ihnen damals noch nichts Bestimmtes sagen. Es war schade, dass ich gerade um die Zeit nach Moskau musste. Mit Ihren Genossen kann man übrigens beim besten Willen keine Geschäfte machen. Das ist zu anstrengend. Ach, die Leute sind so doktrinär und bäurisch schlau. Es ist da eine gewisse Ähnlichkeit mit unseren Landsleuten. Aha, was für eine bösartige Stirn der Kerl hat. Nein, Kaspar Pröckel wird sich nicht ein zweites Mal das Maul verbrennen. Wie ist das, lieber Pröckel? Wollen Sie mir nicht einmal ein paar von Ihren Liedern zu lesen geben? Den Liedern? Ja, woher wissen Sie das? Kleere Holz hat mir vorgeschwärmt. Die Schauspielerin? Der Ingenieur erwidert nichts. Herr Baron, die Herren sind da. Jetzt allerdings habe ich keine Zeit mehr. Nicht einmal für Ihre Lieder. Er ärgert sich sehr über den Mann, über seine geschmeidige Höflichkeit, über sich selbst. Er hätte die Stimmung des Reindl doch benutzen sollen. Auch muss er zugeben, dass bei allem Krampf hinter der fleischig-traurigen Maske etwas stecke. Während er das widerwärtig-dekorative Büro verlässt, gesteht er sich ein, dass er im Fall eines Umsturzes den fünften Evangelisten nur mit einem gewissen Bedauern an die Wand stellen ließe. Und das Geständnis des toten Chauffeurs zieht Kreise. Kaspar Bröckel fährt nach Odelsberg. Über dem Arbeitstisch des Strafgefangenen Nummer 2478 hängt ein Wandkalender, darüber ein Kruzifix. Sieht er auf, so erblickt er in einer Höhe von zwei Metern über dem Steinboden das sehr kleine Fenster. Darüber fünf senkrechte, zwei waagrechte Stäbe. Unter dem Fenster auf einem Wandbrett einige Emaille-Gefäße, Waschschüssel, Seifenbehälter, Krug, Becher. Zwei Eisenriegel und ein sehr festes Schloss sperren die starke Eichentür. Die Behandlung, die Martin Krüger erfährt, wechselt sprunghaft. Scheinbar grundlos gewährt man ihm Vergünstigungen, die man ihm ebenso unvermittelt wieder entzieht. Es scheinen Einflüsse da, die den Strafvollzug in diesem Fall zu mildern suchen, wenngleich sie von raueren Strömungen immer wieder gekreuzt werden. Man will gehört haben, dass dem Justizminister Dr. Klenk an einem strengen Strafvollzug wenig gelegen sei, umso mehr dem freilich hierfür nicht zuständigen Kultusminister Dr. Flaucher. Auch die jeweilige Einstellung der Regierung zu der Völkischen Partei des Monteurs macht sich spürbar. Denn aufmerksam schnuppert Dr. Förtsch, der Direktor der Strafanstalt, nach dem Wind, der aus München weht. Nehmen Sie Platz. Was wollen Sie? Nummer 2478. Bücher wollen Sie sich kommen lassen? Er ist ein kleiner, untersetzter Mann, bezwickert, mit einem vertrockneten Gesicht und einem stichelhaarigen Schnurrbärtchen. Sein Mund ist in unablässiger Bewegung. Die einzelnen Herrchen ringsum zittern und zucken mit, was dem ganzen Mann etwas Kaninchenhaftes gibt. Die Bücher der Anstaltesbibliothek genügen Ihnen wohl nicht? Leider, nein. Sie sind ja gespaßig, Nummer 2478. Recht gespaßig. Er ist Oberregierungsrat, Gehaltsklasse 12. Er träumt davon, noch Ministerialrat zu werden, in die höchste Besoldungsgruppe, die Gruppe 13 aufzurücken. Er schielt also nach einer Gelegenheit, sich hervorzutun. Dieser famose Krüger ist so eine Gelegenheit. Wie ein Hund, während der Mahlzeit seines Herrn nach seinen Speisen und Bewegungen eugt, ob etwas für ihn abfällt, späht Dr. Fertsch nach Winken aus dem Kabinett. Jede Schattierung bekommt Martin Krüger zu merken. An Kost, Schlaf, Gewährung und Entziehung von frischer Luft, Besuchen, Schreibgelegenheit. Sagen Sie mal, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ob Sie hier als Strafgefangener oder als Privatgelehrter eingestellt sind? Nein. Haben Sie vielleicht sonst noch Wünsche? Mehrere. Das ist eine Frechheit. Eine zynische Frechheit. Dafür sollte ich Sie abstrafen, Herr Dr. Krüger. Dann könnten Sie auf Bewährungsfrist den Rest Ihres Pensums vergessen. Ich rechne nicht auf Bewährungsfrist, mein Herr, sondern auf Freispruch und Wiederherstellung. Abführen. Doch unter der neuen Regierung weht aus München ein milderer Wind. Martin Krüger hat jetzt eine gute Zeit. Man lässt ihn schreiben. Er sitzt auf seinem Hocker, kurz geschoren, grau-braun berockt, umgeben, still und kräftig von Bildern gestalten, Ideen. Bekommt manches wieder von seinem alten Glanz. Fast geht etwas Strahlendes aus von dem grau-braunen Mann. Es ist ihm gelungen, sich Bücher zu beschaffen mit Reproduktionen von Bildern und Zeichnungen des Goya, des lebensgierigen, heftigen Mannes, der gut kannte die Schrecken der Kirche, des Krieges und der Justiz. Keiner vor Martin Krüger hat so wie er das Rebellische dieser Bilder gesehen. Hier in seiner nackten Zelle zwischen Emaigefäßen, Waschschüssel, Seifenbehälter, Krug, Becher, unter dem kleinen Fenster mit den fünf senkrechten, zwei waagrechten Stäben, entsteht für sein Goya-Buch das Kapitel Wie lange noch? Die fünf Seiten Prosa, die seither in allen revolutionären Schulbüchern stehen und zum Titel haben eben jene Worte, die der Taube Alte geschrieben hat unter das Blatt mit dem leidenden riesigen Kopf, auf dem die Ameisen der Verwesung wimmeln. In diese Befriedung hinein dringt Kaspar Prötti. Krüger, jetzt lassen's doch endlich einmal ihre Spanier und kommen's auf die wirklichen Probleme. Jung, brennend, voll tatwilligen Kunstverstandes müht er sich schon lange seinem Freund den rechten Weg zu zeigen. Sie wären der Mann, um endlich einmal über die Kunst im Sozialismus nachzudenken. Das ist die Aufgabe der Kunstwissenschaft in diesem Jahrzehnt. Er hat sich viel erhofft, dass nämlich die Widerwärtigkeit der Gefangenschaft Martin Krüger aus seiner Bequemlichkeit aufschrecken, ihn zu seiner eigenen harten, schonungslosen Lebens- und Arbeitsweise herüberbringen werde. zum ersten Mal kämen's aus ihrem Museum heraus, könnten in Verbindung mit dem Marxismus lebendige, revolutionäre Gedanken entwickeln. Und sie, sie spüren irgendwelchen Sinnlichkeiten nach. Sie sind ein Puritaner. Ich fürchte, sie verstehen gar nichts von Revolution. Ach. Der Goya war ein Revolutionär. Aber eben, weil er die wichtigsten menschlichen Organe besaß. Genussfähige Sinne und ein mitleidendes Herz. Da haben wir's. Sie machen sogar aus Goya noch ein Leckerbissen. Sogar hier. Dann aber trägt Bröckel in das kahle Sprechzimmer den Aufruhr. Hat Ihnen eigentlich der Gaya schon geschrieben? Nein. Seltsam. Letzte Woche hat er den Antrag eingereicht. Welchen Antrag? Wiederaufnahme ihres Prozesses. Diese Mitteilung plötzlich reißt dem Manne Krüger die Zelle wieder auf. Wiederaufnahme? Schüttelt ihn bis an die Nieren. Reißt die dicke Watte auseinander, in die er sich gepackt hat. Auf einmal wieder steht das Leben vor ihm. Reisen. Bilder. Meer. Sonne. Frauen. Erfolg. Tanzsäle. Bauten. Theater. Bücher. Wiederaufnahme sagen Sie? Der Ingenieur erschrickt vor dieser tiefen wortmangelnden Aufgewühltheit. Krüger? Halten Sie sich aufrecht. Beißen Sie sich durch. Er wünscht, er hätte nichts gesagt. Beißen Sie sich durch. Sie haben noch viel unter Dach zu bringen. An diesem Abend kann Martin Krüger nicht still sitzen. Er geht auf und nieder, zieht mit zitternden Händen den graubraunen Rock der Anstalt aus wieder an. In seiner nackten Zelle zwischen Pritsche und stinkendem Kübel steht bunt seine frühere Zeit. Warum? Südliche, starkfarbige Landschaft. Manuskriptbogen, sich bedeckend mit raschen, eleganten Schriftzeichen. Ein bequemes Bett, darin eine gutriechende, gut gewachsene Frau. Warum? Spürt man von so herrlichen Dingen so wenig, wenn man sie besitzt. In einem schönen Raum sitzen, gut essen, ausgewählte Weine trinken. Wenn ich frei bin, dann vor einem Bild stehen, seine Wirkung schmecken. Dann werde ich sie besser genießen. In der Nacht seiner Zelle tanzen vor dem Manne Krüger die Genüsse seiner früheren Nächte. Aber das Wasser vor Jahren getrunken stillt nicht den Durst von heute. Er glaubt, einen Fetzen jener altmodischen Melodie zu erkennen, die Johanna vor sich hinzusummen pflegte zwischen Lippen und Zähnen. Johanna Krein. Jetzt Johanna Krüger, seine Frau. Mit festen Beinen steht sie, hell, kräftig, mit breitem, kühnem Gesicht. Er sieht sie, nackt, spürt ihre Berührung. Ein starkes körperliches Verlangen überkommt ihn, eine unerträgliche Gier. Er beißt sich in die Arme. Ihn ekelt vor seinem Körper, seiner ungepflegte seinem Geruch. Er beginnt einen Brief, gemischt aus Geilheit, Erbitterung, Zärtlichkeit, Beschimpfung. Er hat das alte, gewalttätige Gesicht von früher. Dann wechselt er hinüber in die schlaffe Maske eines hilflosen Kreises. Dies ist der erbärmlichste Tag seiner Gefangenschaft. Die Bewegung der Wahrhaft Deutschen wie Gas breitete sich aus. Schon formierten sie reguläre Truppenkörper, hielten in aller Öffentlichkeit Übungen ab. Hatten Stab, ein richtiges Oberkommando. Robert Kutzner an der Spitze hieß allgemein der Führer. Gläubige drängten sich um ihn, alte und junge Arme und Reiche, wollten den Retter sehen, brachten Geld, Verehrung. Vor allem die Frauen hingen an Kutzner, begeisterten sich an seinem forschen Gesicht, seinem streng geführten Scheitel, seinem winzigen Schnurrbart. Rentnerinnen, Hofrätinnen, Gräfinnen, Generalinnen hielten den Tag, da sie den Führer sahen, als den Besten ihres Lebens. Es hingen ihm Junge an, begeistert vom vaterländischen Abenteuer. Pensionisten, denen die Inflation die Bezüge wegfraß. Viele, die Juden und Reichsregierung dafür verantwortlich machten, dass der Wert der Mark von Tag zu Tag so närrisch sank. Hausbesitzer, die Mieter, Mieter, die Hausbesitzer loswerden wollten. Arbeiter aus Wut auf Unternehmer. Unternehmer, um den Roten Leute wegzufangen. Bauern liefen ihm zu. Im 20. Jahrhundert, immer rascher wurde die Zeit, Maschinen ersetzten die Kraft der Männer und der Pferde. Im 20. Jahrhundert hieß es auf einmal, sie produzierten unrationell. Sei es der Krieg abgeschafft, fielen erst die Zölle, dann sei es aus mit der deutschen Landwirtschaft. Sie knurrten. Sie, aber auch viele andere, wollten es nicht wahrhaben, dass alles, was immer gewesen war, auf einmal anders sein sollte. Denn in diesen Jahren liebten viele das Gestern, hassten das Morgen, waren misstrauisch gegen das Neue, argwöhnisch gegen das Fremde. Aus Instinkt wurden sie Nationalisten. Niemals jemand, vielleicht mit Ausnahme des verstorbenen Königs Ludwig II., war in Bayern so populär wie Rupert Kutzner. Die Mütte-Pötler. Man liegt im Walde, der sich den Hang hinaufzieht, auf braun und rotem Laub, schräg unter sich dem See, über sich durch das Geäst den blanken Himmel. Dieser Herbst der bayerischen Hochebene ist von einer stetigen Heiterkeit, die Tage folgen einander klar und hell. Man liegt auf dem Boden eines Boots, auf dem großen See, lässt die helle Sonne über sich rinnen. Kaum eine Stunde Wagenfahrt nordöstlich liegt die Stadt mit ihren 700.000 Menschen, die sich schweißig abzappeln und für das Geld, das ihnen jetzt vom Vormittag zum Nachmittag schneller unter den Händen fortläuft, ein bisschen Nahrung und Kleidung zu errennen. Denn schon kostet der Dollar 3.641 Mark. Für einen Zentner Kartoffeln muss man 2.400 Mark anlegen. Der schofelste Windermantel ist nicht unter 3.270 Mark zu kriegen. Während die Städte fiebern, leben Johanna Krüger und Jacques Tüverlin sich abkapselnd friedliche Tage. Eines seiner Bücher hat jenseits der Grenze unerwarteten Erfolg und bringt hinreichend ausländisches Geld, um in der Villa Seewinkel am Ammersee behaglich zu leben. Das Leben auf dem Land bekommt Johanna. Auch Tüverlin bekommt ihr. Sie liebt sein nacktes, verknittertes, spaßhaftes Gesicht, seine scharfen, klaren Gedanken, seine Arbeit. Sie liebt ihn. Ich liebe ihn. Ein dummes Wort. Sein Gesicht würde sich bestimmt auf unangenehme Art verfältern, wenn sie ihm sagte, sie liebt ihn. Aber es ist so. Sie kann sich nicht ausdenken, dass sie wieder allein leben soll, ohne ihn. Ich möchte ein Kind von ihm haben. Manchmal will sie mit ihm darüber sprechen. Setzt an. Jacques? Ja? Er merkt nichts. Er hätte von selber darauf kommen müssen, dass sie mit ihm reden will. Herrgott, Sacra, manchmal ist er der dümmste Mann auf der Welt. Scheußlich, unpraktisch. Der komischste Mann, der hässlichste Mann. Der schönste, gescheitste, geliebteste Mann. Eines Tages, unvermittelt, unterbricht er seine Arbeit an einem Hörspiel und beginnt etwas Neues. Arbeitet, verbissen, konzentriert. Dann, im Boot auf dem See, liest er ihr seinen Aufsatz zum Fall Krüger vor. Heute noch beispielhaft die kühlste, schärfste Beschreibung der erschüttert unentwickelten Justiz jener Zeit. Sie ist verwirrt. Er hilft ihr, den Mann aus dem Kerker zu holen? Seine natürlichen Rivalen? Ich persönlich brauche, um in Frieden mit mir zu leben, eine gewisse Sauberkeit. Mein Sozialismus beginnt zu Hause. Ich bin nicht ethisch. Lieber fair. Ihr ist der Kampf Alltag geworden gegen die gleichgültige Grausamkeit einer bornierten Regierung. Aber er? Dr. Geyer gibt der Wiederaufnahme keine großen Chancen mehr. Was diese Witwe Ratzenberger sagt, das kann wahr sein, aber gerade so gut die Einbildung einer narrischen Frau. Er meint, vielleicht, wenn man jetzt gleichzeitig ein Gnadengesuch einreicht. Ein Tauschgeschäft? Du willst nicht viel davon, nicht wahr? Hättest lieber, dass Martin Krüger aus Schlamm und Dreck strahlend herausgebracht. Ich möchte nicht, dass er noch zwei Jahre zwischen den sechs Bäumen sitzt. Nicht immer ist man in der Stimmung für Tüverlins kantige, saloppe Art. Habe ich dir schon erzählt, dass ich den Minister Klenk kennengelernt habe. Ein ungewöhnlich sympathischer Mann. Wirklich? Er vertritt die schlechteste Sache der Welt. Und? Mancher gute Mann vertritt eine schlechte Sache. An dir umgekehrt könnte man zeigen, wie der Kampf auch um ein Gutes den Menschen schlechter machen kann. Schlechter? Schlechter. Wann habe ich zum letzten Mal an Martin gedacht? Sein Gesicht. Sein Gang. Seine Hände. Der frühere Martin mit strahlend schwarzem Haar. Der graubraune hinter dem Trenngitter. Sie, bisher, wenn es ihr dreckig ging, hat niemals etwas bereut. Soll ich jetzt bereuen, wo es mir gut geht? Sie wird für Martin tun, was geschehen kann. Mehr wird sie tun. Sie wird fair sein. Und? Wenn er herauskommt? Aber Martin Krüger kommt nicht heraus. Denn der Minister Klenk, der ihn vielleicht begnadigt hätte, ist schon seit Wochen krank und muss vom Bett aus regieren. Ich begreif's ja nicht, Hartl. Das wär doch die eleganteste Art, um diese Wiederaufnahme herumzukommen. Der begnadigte Krüger ist auf alle Fälle erledigt. Sein ehrgeiziger Stellvertreter, der Ministerialdirektor Hartl, aber er achtet in allen Punkten das genaue Gegenteil für richtig. Nur keine Gefühlsduselei, Herr Minister. Er spitzt offenbar drauf, dass das Kabinett den Kurs wieder herumschmeißt, wie der die frühere, schreimäulige Politik macht. Ja, und schärferes Vorgehen gegen die Patrioten, Herr Minister, das war nicht durchzusetzen im Kabinett, wirklich nicht. Deutlich, doch ohnmächtig, sieht Klenk, was sich gegen ihn spinnt. Ihr seid da, wie schön die Ungeschichte. Die ganze bayerische Politik ist schon herumgeworfen. Jetzt scheißt es mir auf den Kopf. Der Flaucher und sein Protégé, der Rupert Kutzner, der Hohlkopf, regen sich, mandeln sich auf. Gewaltmenschen wie der Baron Riedler, der Landsknechtsführer, geben jetzt den Ton an. Er lässt ihn sich kommen. Also, ich verstehe Ihre Taktik nicht, Klenk. Jedes Kind sieht, dass die Wahrhaftdeutschen Wind in den Segeln haben. Und das ist auch gut so. Wenn Sie diese Taktik nicht verstehen, Riedler, liegt es nicht an der Taktik. Sie, Sie halten die Geschichte nicht auf. Wem die Wahrhaftdeutschen nicht passen, der passt nicht mehr in dieses Land. Ich sage Ihnen eine schöne Grüße an der Major von Günther. Bestellen Sie ihm in drei Tagen. Muss er über der Grenze sein. Ich kenne keinen Major von Günther. Sagen Sie ihm, ich habe seinen Fall studiert. Sagen Sie ihm, wenn es nicht wegen der guten Sache wäre, ließ ich ihm nicht über die Grenze. Und wenn er nicht in drei Tagen über der Grenze ist, dann lass uns marschieren? Ja. Dann lass ich marschieren. Sie sind wirklich krank. Verdammtes Pech, so liegen zu müssen, mit sehenden Augen und kraftlosen Händen, während die Lahmärsche alles kaputt schlagen, was man angefangen hat. Herr Kollege, solche Schickung kommt auf, dass ich einer selbst prüfe und besinne. So habe es jedenfalls ich immer aufgefasst, wenn ich ernstlich und länger krank war. Sie sollten ablassen von der Hochfahrt und ihr Schicksal in Demut annehmen. Wissen Sie was, Flaucher? Jetzt werden nachher Sie Ministerpräsident und legen Sie mich am Marsch. Alle wollen ihn jetzt forthaben. Der Flaucher, weil er ihm zu lax ist. Der Kling muss weg. Der Riedler, weil er ihm zu harte Knochen hat. Der Kling muss weg. Der Hartel, weil er hofft, sein Nachfolger zu werden. Der Kling muss weg. Alle horchen gespannt, was die heimlichen Regenten des Landes sagen. Dem Bauernführer Bichler ist er zu wenig handsam. Der Kling liegt weg. Dem Kronprinzen Maximilian hat er zu viel Saft im Hirn. Der Kling muss weg. Das entscheidende Wort aber spricht eines Abends im sehr vornehmen Herrenklub, fast aus Langeweile, faul, der fünfte Evangelist. Um in Bayern zu regieren, muss man sich auf die Spielregeln verstehen. In Bayern muss man simplere Mittel anwenden als in der übrigen Welt. Anderswo muss man krumm regieren. Tja, in Bayern senkrecht. Ich glaube zwar, dass der Kling diese Spielregeln sehr genau kennt. In dem Fall wird er dafür zahlen müssen, dass er sie nicht anwenden mag. Beiläufig erwähnt er auch, wen er für den geeigneten Nachfolger hält. Er weiß, wer immer der neue Minister sein wird, es wird eine Strohpuppe im Wind sein. Wo der Wind gemacht wird, sitzt er. Nicht den Hartl schlägt er vor. Als der Klenk hört, wer sein Nachfolger wird, lacht er. Lacht. Trotzdem lachen, ihn den ganzen Körper schüttert und seine Schmerzen vermehrt. Lacht. Lange. Sollen Sie mehr barauen? Ja! 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 Ihr Tee, Herr Baron. Danke. Ach, Herr Bröckel, Sie nehmen doch auch ein Gedeck. Sie müssen ja ganz durchkältet sein nach der langen Fahrt. Ach, äh, lassen Sie uns lieber zur Sache kommen. Bitte. Ja, Verzeihung. Schenken Sie sich doch ein, bitte. Der Industrielle von Reindl empfängt seinen Ingenieur Bröckel in einem Salon des Hotel Platza in Garmisch, auf dem Sofa liegend, in einem üppigen violetten Schlafrock. Steif, unschön, sitzt der hagere, finstere Mann vor der violetten Masse. Da. Ich habe den Auspuff konstruiert. Reichen Sie mir bitte den Zucker. Bitte. Also, im Prinzip werden die Abgase... Brömerisch mit seinen traurigen, braunen Augen betrachtet der Baron den jungen Ingenieur. Verstehen's? Nickt lässig, trinkt schlückchenweise, blättert in einem Journal. Wollen Sie lesen oder mir zuhören? Ich will Tee trinken. Der Bröckel, während er seine ganze Überzeugungskraft auffendet, fragt sich, warum eigentlich er hierher gerast ist, wie ein Hund auf dem Pfiff. Der Reindl fragt sich, warum er seine Zeit immer wieder mit dieser Serien-Wagensauce vergeudet. Merkwürdig, dass die Frauen so weg von ihm sind. Verwahrlost, wie er ist. Warum nennen Sie ihn der fünfte Evangelist? Ist es dieser sichere Geruch von Revolution oder die Art, wie er sich die Haare in die Stirn wachsen lässt? Vermutlich, weil er das fünfte Evangelium hat, in dem die Lehre aufgezeichnet ist, wie man sich seines Nachbarn Weib, Esel, Auto aneignet. Auch seine Konstruktion ist revolutionär, gar kein Zweifel. Seit zwei Jahren lässt der Sauhund mich planen und konstruieren und das Geld zum Fenster hinarschmeißen. Der Mann ist auf seine Art ein Genie. Nur schade, dass er sich so verrennt zwischen Konstruktionen, Politik und Kunst. Ein Blödsinn, dass ich herausgefahren bin wie irgendein Arschkriecher. Herein. Sie haben gelaufen, Herr Barhol? Schalten Sie doch bitte etwas Licht aus. Es ist mir zu hell. Zu faul, ums Licht auszuschalten. Sehr wohl, Herr Barhol. Was soll ich überhaupt in den Betrieb? Warum bleibe ich in dem Land? Ich hätte schon lang nach Moskau gehen sollen. Dort wären Sie froh an meinem Wagen. Wollen Sie mich nicht nächste Woche nach Moskau begleiten? Sie? Ja, vielleicht können wir jetzt doch abschließen. Der Vertrag von Rappalo hat da einige interessante Details. Ja, ich denke, wenn Sie mittun, werde ich Moskau machen. Überlegen Sie sich's. Was übrigens Ihren Freund Krüger angeht, ich sehe da eine Möglichkeit. Der neue Justizminister heißt Messerschmidt. Reindl wundert sich selber aus, welcher Laune er immer wieder dieses Thema anschneidet. Ja, der Senatspräsident Anton von Messerschmidt. Er ist ein ehrenwerter, rechtlich denkender Mensch. Ich bin neugierig, wie lange er sich hält. Bröckel beschaut ihn aus tiefliegenden, brennenden Augen. Er widert nichts. Ach, lieber Bröckel, wollen Sie mir jetzt nicht einige von Ihren Liedern vorsingen? Merkwürdigerweise begehrt er nicht auf. Das, das wird nicht gehen. Dazu bräuchte ich eine Gitarre oder sowas. Ich hab bereits eine kommen lassen, da. Vielmehr ist ihm, als habe er nur darauf gewartet, als sei er nach Garmisch gefahren, bloß um dem fünften Evangelisten seine Lieder vorzusingen. Und ich brauch Licht. Er zieht sich einen kleinen, lächerlichen, vergoldeten Stuhl heran, stellt ihn mitten ins Zimmer, frei, hell ins Licht, so dass man jeden Stoppel seines unrasierten, hageren Schädels sieht. Der Heimgekehrte. Ich kam ein Gefangener spät erst nach Haus, drei Jahre nach dem drönenden Krieg. Mir füllten mit Brausen die Ohren noch aus, drei drönende Jahre nach dem Krieg. Ich kam durch die Küche und klopfte nicht an, da schliefen mein Weib und ein anderer Mann, drei Jahre nach dem drönenden Krieg. Der Violette liegt auf seinem Divan, hört bewegungslos zu. Kaspar Pröckel steht frech, rotzbübisch in seinem verschmutzten Anzug. Die Gummisohlen der braunen, abgebrauchten Schuhe besudeln den Teppich. Nur das Gesicht des Barons spannt und entspannt sich. Ein Gewisch von Empörung, Hohn, Anerkennung, Unmut, Genuss. Der Ingenieur starrt unverwandt in das gepflegte, feiste Antlitz. Ich schreckt und ich rief und sie nahmen mich fest, drei Jahre nach dem drönenden Krieg. Und wiederum sitz ich verlaust im Arrest, drei Jahre nach dem drönenden Krieg. Und schießt ihr mich nieder und schart ihr mich ein, ihr könnt sie nicht drossen, ihr dämmt sie nicht ein, die drönenden Jahre. Etwas weniger Licht, bitte. Läuten Sie doch Ihrem Zimmer, Mädchen. Danke. Werden Sie jetzt meinen Serienwagen herstellen? Ich glaube nicht. Ich bitte um meine Entlassung. Sie sind entlassen. Mit heftigen Augen zwischen starken Jochbögen beschaut Kaspar Pröckel die Träumerischen seines Chefs. Aber Sie haben ja Ihren Tee gar nicht angerührt. Sie werden doch mit mir zu Abend essen. Ich hätte Sie gern jemand vorgestellt. Ich glaube nicht. Einen Augenblick lang verzerrt sich sein Gesicht zu einer erschreckenden Maske der Wut. Ist nicht ein Privatdruck Ihrer Lieder erschienen? Doch. Zwanzig Exemplare. Kann ich ein Exemplar haben? Ich biete Ihnen hundert englische Pfund. Es sind aber an jenem Tag hundert englische Pfund gleich eine Million Mark. Es kostet in München ein Leibbrot 80 Mark, ein Anzug 14.000 Mark. Für hundert englische Pfund kann man ein Haus kaufen. Kaspar Pröckel verlässt das widerwärtig elegante Hotel durch die Halle. Werfen an die Attenmeihäufe? Nein! Ärgert sich sehr über den aufgeblasenen Rheingl über sich und über die halbnackten Frauen, die zum Fünf-Uhr-Tee den Lebensunterhalt ganzer Familien um den dummen Leib herumhängen haben. Die Band spielt das Stierkampflied aus der Revue Höher geht's nimmer. Die eine kleine freche Melodie, die ein großer Erfolg geworden ist. Der einzige in dem sonst verhunzten, verwässerten Werk des Schriftstellers Tübelin. Ein älterer Mann fällt ihm auf. Salopp, schlottlich, gekleidet, pfeife im Mund, aufmerksam nach allen Winkeln, eugend, horchend. Jetzt geht er durch die Halle zum Orchester, fragt etwas, notiert etwas in ein Buch. Hätte jemand Pröckel gesagt, dass eigentlich nur wegen dieses unscheinbaren Herrn der Rhein-Würgen Garnisch sei, er hätte ihn für verrückt erklärt. Hätte ihm jemand gesagt, dass Mr. Daniel Potter, genannt der 30-Jahre-Danny, kommend aus Moskau unterwegs nach Berlin, auch in München, auch im Fall Krüger, mehr dreinzureden habe als früher der Klenk, jetzt der Rupert Kutzner. Er hätte über einen solch spinnerten Tropf schallend gelacht. Die neun dunkelsten Monate Martin Krügers beginnen, als der enttäuschte Zuchthausdirektor Fertsch erfährt, wer Klenks Nachfolger wird. Unter dem Hartl wäre der Kaninchenmäulige bestimmt avanciert. Da der Messerschmidt das Amt hat, ist sein langes, mühseliges Rechnen und Streben wieder einmal vertan. Zum ersten Mal, nach so vielen Jahren untertäniger, witternder Geduld, verliert Fertsch die Ruhe. Der Begett auf, geht zur Nebenregierung über, zur wirklichen Regierung, zu den wahrhaft Deutschen. Dem Manne Krüger wird das Schreiben wieder verboten. Es hebt ein harter Kampf an, und Martin weiß, dass dieser Kampf nicht enden wird, ehe Fertsch die Gehaltsklasse 13 erreicht hat. Wie lange noch? Er klebt wieder Tüten. Später zupft der Hanf, pflegt Säcke, die widerwärtigen Geruch ausströmen. Oh, er ist klug. 16 Monate Zuchthaus hinter sich hat er gelernt, sich zu ducken, schmiegsam, zäh zu sein, fest gewillt, sich nicht hinreißen zu lassen. Seine Ausbrüche behält er sich vor für die Einsamkeit der Zelle. In den Nächten schreibt er mit den Schriftzügen des Francisco Goya Schattenzeichen in den Schatten des Gitters an der Decke. Auch kleine, unzüchtige Zeichnungen, auch Worte, meist Geilheit und Bosheit, Flüche zoten. Fragt mit wunderlich lauter Stimme wie lange noch. Übersetzt es sich in alle Sprachen, die er kennt. Schreibt es mit den Zeichen des Goya in die Stäbe des Schattengitters. Fragt es zur Musik, die ein fernes Grammophon oder Radio spielt, dem Welterfolg, von dem er nichts weiß. Antwortet es dem Bellen des Hundes, dem Insekt, das gegen das Fenster brummt, dem glucksende Heizungsrohr. Einmal in einer solchen Nacht besucht ihn eine Ratte. In der nächsten Nacht wartet er auf ihren Besuch, ängstlich, voller Spannung, Reste seines Mahles hingestreut. Und siehe, sie kommt. Und sie läuft nicht davon. Und der Mann Krüger hält Zwiesprache mit ihr. Guten Abend, Vater. Und er fragt sie. Wie lange noch? Dann aber wird das Loch entdeckt, vergipst, und der Mann Krüger ist wieder allein. Johanna hängt an Tüverlin. Nie hat sie an einem Menschen eine solche Freude gespürt. Es ist zwischen ihnen eine gelassene, glückliche Verbundenheit. Da hinein, ein scharfer Schatten, fällt die Erinnerung an Odelsberg. Auf Augenblicke so stark, dass sie vertauscht ist in den Mann Krüger. Sie ist in der Zelle, die sie nie gesehen hat, spürt den Hass gegen den Kaninchenmäuligen, die Stadt München, das Land Bayern. Tüverlin neben ihr ist vergnügt, frisch, gescheit. Ein Amerikaner hat mich am Telefoniert. Daniel Potter, ein Dollarmillionär, der mit dem bayerischen Staat Geschäfte macht und einiges von Kunst versteht. Der Mann interessiert mich. Ich habe ihn eingeladen. Er ahnt nichts von dem dummen Druck, der auf ihr liegt, dem unsichtbaren Käfig. Übrigens ist es nicht ausgeschlossen, dass er etwas für Martin Krüger unternehmen kann. Sie hat wenig Vertrauen zu solchen Unterredungen. Sie hat so viele gehabt. Sie weiß im Voraus, wie sie ausgehen. Wann will er kommen? Am Donnerstag. Einmal möchte ich... Einmal möchte sie jemanden treffen, an den sie sich nicht vorsichtig heranzuschleichen braucht. Einmal einen, den sie anschreien kann, den sie anklagen kann dafür, dass das Unrecht an Martin Krüger sein darf. Dem sie ins Gesicht schreien kann, dass diejenigen, die daran schuld sind, Schweine sind. Und dass diejenigen Schweine sind, die helfen könnten und es geschehen lassen. Einmal möchtest du... Nichts. Es ist am Montag, als Tüverlin Johanna mitteilt, am Donnerstag werde der Amerikaner kommen und am Dienstag ruft Rechenanwalt Geier aus Münchensee an, der Justizminister Messerschmidt sei bereit, sie am Donnerstag zu empfangen. Es ist übel, dass sie auf diese Art den Amerikaner versäumt. Aber sicher ist es richtiger, sich bei dem bayerischen Justizminister über ein bayerisches Unrecht zu beschweren, als bei einem Amerikaner. Sie fährt mit der Bahn nach München, geladen mit Zorn und Tatkraft. Und siehe, sie hat Erfolg. Ich weiß nicht, ob Sie recht haben, junge Frau. Ich weiß es wirklich nicht. Der Dr. Adl ist ein ausgezeichneter Jurist. Der Dr. Fertsch ist ein zuverlässiger Beamter. Sie sitzen einander gegenüber, Johanna und der alte Mann, am Schreibtisch, an dem früher Klenk gesessen hat. Und sie spürt, was sie dem stattlichen, etwas schwerfälligen Herrn mit dem altmodischen Vollbart sagt, geht in ein Ohr und in ein Herz. Also, den Fertsch lass ich kommen. Der soll mir in Odelsberg für ein humanes Regiment sorgen. Und über die Wiederaufnahme, ja, darüber haben Sie in zwei Monaten endgültigen Bescheid. Zwei Monate. Ja. Das verspreche ich Ihnen, junge Frau. Einige Zeit sitzen sie wortlos beisammen. Zwei bayerische Menschen, denen vieles in ihrem Land nicht gefällt. Bald kommt Johanna zurück, findet Tüverlin aufgeräumt. Er überlegt, ob er ihr von den Aussichten sprechen soll, die sich nach den Krüger geöffnet haben. Nein, Enttäuschungen hat sie genug gehabt. Er wird erst dann sprechen, wenn seine Aussichten besser sind. Wahrscheinlich werde ich einen Besuch in den Staaten machen. Das Mammut hat mich eingeladen. Übrigens ein sehr umgänglicher Mensch. Sie aber zürnt ihm, weil er offenbar nicht den Versuch gemacht hat, den mächtigen Mann einzuspannen. Er hätte wissen müssen, wie sehr sie das gewünscht hat. Sie liebt ihn, aber es ist bitter, dass er neben ihr her ist und nicht spürt, was sie wünscht. Natürlich könntest du mitkommen. Du weißt, dass das nicht geht. Tüverlin, kräftig neben ihr, sein scharfes, zerknittertes Gesicht braun, gegerbt von Wind und Sonne, hört ihr aufmerksam zu, wie sie von Messerschmidt erzählt. Dann notiert er, sie hasst ihn. Der Fluss Ruhr floss durch den reichsten Teil Deutschlands. Unter dem Boden lag Kohle und Eisen in ungeheuren Massen, listig ausgebeutet durch geschickt organisierte Betriebe. Im Januar des Jahres 1923 besetzten französische und belgische Truppen dieses Gebiet als Pfand für geringe Verfehlungen der Reparationslieferungen. Deutschland war ein Industrieland. Das Ruhrgebiet war das Herz dieser Industrie. Wer das Ruhrgebiet in der Hand hielt, hielt das Herz Deutschlands in der Hand. Die deutsche Regierung, ohne militärische Macht, ordnete an, die Bevölkerung solle passiven Widerstand leisten. Die Behörden versagten den Besatzungstruppen den Gehorsam. Es gab Schießereien, viele Verwundete, manche Tote. In Bayern wussten nicht viele, was die Ruhe war. Die meisten hielten sie für eine unangenehme Krankheit. Die Zeitungen hatten es nicht leicht, ihnen auseinanderzusetzen, dass sie Ursache hätten, sich zu empören. Dann aber empörten sie sich mächtig. Das Elend der Bevölkerung nahm zu. Der Defekt des Ruhrgebiets störte die ganze Maschinerie des Reichs. In den Städten stieg der Hunger. Das Brot wurde gesundheitsschädlich wie im Krieg. Rupert Kutzner erklärte die von der Reichsregierung proklamierte Einheitsfront als stinkende Jauche und groben Schwindel. Nur Taten könnten zum Sieg führen. Die Mangelkrankheiten nahmen zu. In den Schulen wurden die Kinder ohnmächtig während des Unterrichts. Tuberkulose griff um sich. Die Säuglingssterblichkeit stieg. Rupert Kutzner erklärte die große vaterländische Erneuerung. Das Volk stehe auf, der Sturm breche los. Wieder dienten muffige Höhlen als Wohnungen, Zeitungspapier als Wäscheersatz, Pappschachteln als Kinderbetten. Es war ein kalter Winter. Rupert Kutzner erklärte, die halben Maßnahmen müssten aufhören. In Trümmer mit den Schwarzbuden der Revolution. Der Dollar kostete 31.000 Mark. Die Semmel 110, das Pfundbrot 1000 Mark. Die Löhne blieben zurück. Rupert Kutzner forderte den Befreiungskrieg. Die Zeit bis zum Losschlagen müsse man ausnützen gegen den inneren Feind. Die Geschäfte der großen Herrn von Rheinwills Geschäfte aber wuchsen ins Märchenhafte, schossen ins Fleisch wie nie zuvor. Die Wahrhaft Deutschen hatten ungeheuren Zuzug. Die vielen Landsknechte und Abenteurer, die sich seit dem Krieg im Reich herumtrieben, atmeten auf. Werber zogen durchs Land, trommelten Arbeitslose und Arbeitsscheue zusammen, reiten sie in die Freikorps. Jetzt plötzlich erwies sich die Inflation als genialer Trick. Mit einem Mal war die Industrie ihre Schulden los. Der Staat, damit die Ruhrindustrie durchhalten könne, gab Kredite, zurückzuzahlen in wertlosen Banknoten. Man musste nur die Hand ausstrecken, schon füllte sie sich mit Gold. Die Wahrhaft Deutschen schwammen im Geld. Der Industrie waren sie Rückendeckung gegen die Forderungen der Arbeiter, aber auch das Ausland spendete. Man sah nicht ungern den wilden Revanchegeist der Patrioten als Anlass, die Pfänder besetzt zu halten. Vernichtet wurden die Kleinbürger, das Proletariat. Die Wahrhaft Deutschen aber kleideten ihre Beamten und ihre Landsknechte in warmes, dauerhaftes Tuch und näherten sie gut und reichlich. Gesegneter Reindel, gesichert hast. Wohin mit dem Geld? Man kann eines der deutschen Länder aufkaufen und es wird nicht weniger. Robert Kutzner, wenn sein Wagen den des fünften Evangelisten kreuzte, ließ langsamer fahren, grüßte, abgehackt, mit militärisch- studentischen Zeremoniell, ein großer Mann, einen anderen. Johanna wartet. 60 Tage. Sie weiss nicht, dass Anton von Messerschmidt, der langsame, rechtlich denkende Mann, im Justizministerium bittere, aussichtslose Arbeit hat. Nur noch 60 Tage. Dass er mit beiden Armen Mist abfegt, dass aber auf jede hinausgeschaffte Fuhre zehn neue hereinkommen. noch 50 Tage. Dass er sich den Fösch zwar kommen lässt, dass der Kaninchenmäulige äußerlich devot, aber nur geruhsam denkt, der Messerschmidt möge ihn am Arsch lecken. Dann zum Hartl geht, ihm mit einigen scherzhaften Anmerkungen berichtet. Noch 48 Tage. Dass nichts für Martin geschieht. Auf die Dauer aber hält Martin Krügers Klugheit nicht vor. Einmal gelingt es dem Direktor einen Vorwand für eine Bestrafung zu erlisten. So, mit Klopfzeichen haben wir uns verständigt. Nummer 2478. Das Schnurrbärtchen hastet mit seinen Lippen, die aus der Nase herausgewachsenen Härchen zittern, als Schnupperer erwolldüstig. Sagen Sie mal, holen Sie lieber Schreibverbot oder Besuchsverbot. Sie können es sich aussuchen, Nummer 2478. Da hebt Martin Krüger die Hand und schlägt ihm ins Gesicht. Sind Sie wahnsinnig? Es ist eine große Genugtuung, aber sie will bezahlt sein. Wahnsinnig. Die Topzelle ist im Keller des Zuchthauses, ein sehr enger Käfig. Man nimmt ihm die Kleider, lässt ihm nur das Hemd. Man stößt ihn ein paar glitschige Steinstufen hinunter. Scharfer Gestank schlägt ihm entgegen, herrührend von der Notdorf derer, die vor ihm dagewesen waren. Es ist vollständig dunkel. Mit bloßen Füßen tastet er, wo er sei. Nöckter, nöckter Boden. Scharfe Kälte lähmt, schneidet bei jeder Bewegung wie Messer. Unheben. Löcher. Voller Löcher. Verswimmelt von Ratten. Stäbe. Sind das Stäbe? Was für Stäbe? Ist das die Welt? Schon nach kurzer Zeit weiß er nicht mehr, ob es Nacht ist oder schon Tag. Er gleitet aus, bleibt liegen. Aber er kann nicht liegen bleiben, die Ratten laufen über seinen Körper. Er frieren. Das wäre ein guter Tod. Aber man hört ihn nicht. Dann winselt er nur noch. Er erinnert sich an Menschen, die er im Draht verhauert hängen sehen, an Menschen erstickend im Gas, an Menschen verreckend unter den Kolbenschlägen der Befreier Münchens von der Revolution. Er sucht sich, Erleichterung zu schaffen an der Vorstellung, dass diese Menschen noch elender waren als er. Allein, dass es nicht war. Er denkt an die Hölle des Dante und er lacht über die primitive Fantasie dieses Dichters. Dann endlich schläft er wohl ein. Als er erwacht, weiß er nicht genau, wo er ist. Nur, dass er in Nacht hungerkälte gestank und inmitten von Ratten ist. Er sehnt sich nach seiner Zelle. Auf einmal fürchtet er... Und er stirbt bald vor Schreck. Haben Sie mich vergessen? Würgende Furcht fällt ihn an. Die haben mich vergessen? Die lassen mich hier verrecken. Hier unter den Ratten, in der Scheiße, im kurzen Hemd. Es sind aber 36 Stunden, die man ihn in diesem Käfig lässt. Es kommt nach jenem Aufenthalt in der Tobzelle zu einer Art Waffenstillstand zwischen ihm und dem Direktor. Es wird ihm, was immer Furch unternehmen, wird nicht mehr passieren, dass er sich hinreißen lässt. Er hockt in seiner Zelle. Seine Zunge ist weißlich. Seine Zähne kommen gelb aus dem blassen Zahnfleisch heraus. Seine Brauen, sehr dicht einst und strahlend schwarz, hängen verfärbt über matten Augen. Er hat keine Erwartungen mehr. Wiederaufnahme. eine Strafunterbrechung. Ja, es gibt's. Es gibt das Meer, das man überqueren kann. Es gibt auch einen Planeten Mars. Vielleicht gelangt man da auch einmal hin. Er hat seine Zelle. Zwei Meter breit, vier Meter lang. Und der Planet Mars und Straßen, Frauen, Meer, Wiederaufnahme sind jenseits dieser Zelle. Nur bis zu Johannas Besuchen zählt er noch die Stunden. Er stellt sich vor, wie sie das letzte Mal da war, feilt sich Fragen aus, stellt sich ihre guten, herzlichen Antworten vor. Sein Herz ist angefüllt mit gespannter Freude. Dann kommt Johanna wirklich. Sie sitzt blühend da, leibhaft im Fleisch, redet mit ihrer wirklichen, kräftigen Stimme. Aber es bleibt alles blass. Es wird unwirklicher, je länger sie da ist. Am wirklichsten war es, bevor sie kam. Er spricht jetzt, um eine Stimme zu hören, viel mit sich selber, nicht zu laut, damit die Wächter auf dem Korridor ihn nicht anzeigen. Viele Stunden in der Nacht vertreibt er sich mit Rache fantasieren. Er wird die Stadt München vergiften, mit allem Getier und Gemensch darin. Nur, wenn es fünf Gerechte gibt. Nur dann wird Gott seine Rache scheitern lassen. Es gibt aber nicht fünf Gerechte. Fünf. Sieben. Vorsichtshalber feilscht er mit Gott um die Zahl. Zehn Gerechte. Und Gott ist gnädig, Gott hat ein Einsehen, Gott stimmt zu. Er stimmt zu. Er stimmt zu. Jetzt ist es aus mit der Scheißstadt. Dass sich nicht zehn Gerechte in München finden, darüber ist er beruhigt. während Tüberli nach Amerika abreist, Johanna allein zurücklassend in ihrem Käfig noch 45 Tage während Kaspar Pröckel, der in solchen Zeiten Kunstschlemmen ist ein Verbrechen, seine Lieder verbrennt, ärgerlich wieder in Dienste des Kapitalisten Reindl tritt und aufbricht, ein Autowerk in Nizhny Novgorod zu bauen. Noch 40 Tage Während der Dollar auf 48.000 Mark klettert, ein Punt Fleisch auf 7.000, die Maß Bier auf 2.040, noch 30 Tage. Während der frühere Minister Klenk jetzt passt es ihm, das fallende soll man stoßen zu den Patrioten überwechselt, noch 26 Tage. Da verschwindet der Justizminister Anton von Messerschmidt, der gefordert hat, die Untaten der Wahrhaftdeutschen, die Morde, Diebstähle, Denkmalschändungen, Grabschändungen endlich abzuurteilen, im Zuge einer Kabinettsumbildung lautlos aus dem Amt. Johanna, als sie es in der Zeitung liest, begreift zuerst nicht, worum es sich handelt. Sie spürt dumpf, etwas schlägt ihr auf den Kopf. Kabinettsumbildung. Jetzt ganz zum Schluss ist der Messerschmidt erwähnt. Das eine E in seinem Namen ist schadhaft. Eine Kabinettsumbildung also. Es ist eine unsichtbare Maschine, gegen die sie kämpft. Es ist ein verfluchter, tückischer Mechanismus, der immer zurückweicht, den man niemals packen kann. Staat, Justiz, politische Verhältnisse. Wie soll man angehen gegen dieses gesichtslose Zeug? Man selber wird müde, wird lahm, aber die Maschine wird nicht lahm. Wie soll eine einzelne Frau aufkommen gegen den ganzen Staat Bayern? Auf der einen Seite allein sie, auf der anderen dieser ganze große, verdruckte Beamtenapparat, der niemals Nein sagt, der höflich bleibt, auch wenn sie grob wird, den man nicht sieht. Die Leute glauben mir nicht mehr. Da steht eine zornige Frau und schlägt wild los gegen etwas, das niemand sieht. 26 Tage hätte der Messerschmitt noch aushalten müssen. Dann stünde ich in Odelsberg mit einem Wagen. Wahrscheinlich wäre es der Wagen vom Bröckel. Der Bröckel hätte mich hingebracht. Sie sitzt da, das breite Gesicht in die Hände gestützt, die langen, grauen Augen geradeaus, drei Fröchen über der Nase. Sie ist müde. Es war ein guter Zorn vor zwei Jahren. Nur, so ein Zorn hält nicht vor. Der Wortlaut der Zeitungsmeldung steht ein für allemal in ihrem Hirn, in den gotischen Typen des Berichts mit der schadhaften Wiedergabe des einen E im Namen des Messerschmitt. Der Ministerpräsident Dr. Flaucher, als die Ernennung seines Kabinetts vollzogen ist, geht in das kleine, gelbe Biedermeierpalais, in dem er in Zukunft residieren wird. Geht herum in seinem zukünftigen Arbeitszimmer, zusammen mit dem Dackel Waldmann, demütig und stolz. Er ist gelockerter Stimmung, hat Bedürfnis nach Musik. Eben, sendet der Rundfunk die Hymne seines schönen Landes Bayern. Dr. Flaucher ist nicht abergläubisch, aber dies als Zeichen anzunehmen, ist er bereit. Er gelobt, in dieser schweren Stunde der Berufung zur Gnadenmutter von Altötting zu Ball fahren, in deren Altar die Herzen der bayerischen Könige aufbewahrt werden. Weit hat er es gebracht, jetzt, mächtig weit für den vierten Sohn des Konzipienten des königlichen Notars. Unten ziehen sie vorbei mit ihrem neuen Lied. Arbeiter, ihr Lumpen, wie wird's euch gehen, wenn ihr die Brigade Riedler werdet sehen? Die Brigade Riedler schießt alles kurz und klein. Wehe dir, der Arbeiter Schwein. Wehe dir, du Arbeiter, Arbeiter Schwein, die Brigade Riedler schießt alles kurz und klein. Ja, klar, mein, wehe dir, du Arbeiter, Arbeiter Schwein. Weheer Ein kleines Jahrhundert vor dem ersten großen Krieg hatte der deutsche Archäologe Schliemann auf dem Gebiet der alten Stadt Troja Ausgrabungen gemacht, die viel Verschollenes zutage förderten. Unter anderem hunderte von Spinnwirteln. Auf diesen fiel dem deutschen Forscher immer das gleiche Zeichen auf. Ein mit Haken versehenes Kreuz. Es war ein Zeichen, das über die ganze Erde verbreitet war. Den gelben Völkern diente es als Glückssymbol, den Indern als Sexualemblem. Allein das wusste Heinrich Schliemann nicht. Ein französischer Kollege, ein Spaßvogel, redete dem leichtgläubigen Deutschen ein, die alten Aria... Um ihr heiliges Feuer zu entfachen, hätten Gestelle in solch wunderlicher Form als weibliche Bestandteile ihrer Bohrer verwandt. Der vertrauensselige Herr Schliemann glaubte dem spaßhaften Herrn. Kommentierte das Hakenkreuz als typisch arisches Phänomen. Die deutschen Patrioten machten diese Erklärung zu einem Eckstein ihrer Rasttheorie. Erkoren das Emblem, das bisher vornehmlich in japanischen und chinesischen Spielclubs und an den Tempeln vielgliedriger indischer Gottheiten zu sehen war, zu ihrem Heilszeichen. Patriotische Ethnologen hängten Theorien daran. Dieses Zeichen trugen die großen blutroten Fahnen der Partei der Wahrhaft Deutschen, hinter denen sich in der Notzeit nach dem Ersten Krieg viele sammelten. Unter diesem Zeichen zogen die Münchner zu den Versammlungen Rupert Kutzners. Denn allsonntäglich in den riesigen Biersälen sprach der Führer zum Volk. Aus einem der blauen Straßenbahnwagen, die am Kapuzinerbräu halten, steigt, gepresst, zwischen anderen, der Altmöbelhändler Kajetan Lechner. Der 55-jährige Mann, feist, rundschädelig, rotblonder Schläfenbart, Kropf, macht ein beschäftigtes, verdrießliches Gesicht. Er kommt gerade aus Holland zurück. Dort steht jetzt der Schrein. Die Reliquien schreien. Das kostbarste Stück in seinem Laden am Unteranger. 30 Jahre ist es her, dass er ihn auf der Auer Duld, dem großen Jahrmarkt, unter Gerümpel eräugte. Eigentlich um ihn hat sich sein ganzes Leben herumgebaut. Mit ihm hat er die Tantlerei und die Ehe begründet. Oft seither ist die Versuchung an ihn herangetreten, ihn zu veräußern, aber er widerstand, wollte sich niemals von seinem Glücksbringer trennen. Er hat einen so unverschämten Preis verlangt, dass er selber davor erschrak. Eine halbe Milliarde Mark. Aber es hat nichts genützt. Der Holländer hat dennoch Ja gesagt. Vielleicht hat er sich ausgerechnet, dass eine halbe Milliarde Mark umgewechselt kaum mehr ist als 5000 holländische Gulden. Was habe ich jetzt davon? Kaietan Lechner, wie er daran denkt, schimpft so laut vor sich hin, dass sich seine Nachbarn umschauen. Was ist jetzt nachher? Das Gelbe Haus. Das Haus seines Herzens. Mit dem er seine große Sehnsucht erfüllen wollte. Hinaufkommen, Hausbesitzer werden. Das Gelbe Haus in der Barastrasse hat er doch nicht gekriegt. Das sei gut. Ein Ausländer hat es ihm vor der Nase weggekauft. Ein galizischer Jud. Und von dem Kommodal ist ihm nichts geblieben als die Fotografie in einer Ecke des Ladens, von der er oft steht, das Herz voll Zärtlichkeit. Empört über die Regierung. Sabante, gscherte. Weil sie ihn erst gezwungen hat, sich von dem Schrein zu trennen. Die dämische Inflation haben sie gemacht. Und dann das mit den Juden geduldet hat. An die Wand streuen, sehen wir es alle miteinander. Recht hat er, der Kutzner. Einen Saarsteuer haben sie uns angeregt, die Juden. Marxistischen, Galizischen. Aber der Führer wird schon eine Lache nehmen. Erst wird er die zermorschte bayerische Regierung verjagen. Dann wird er die Bayer nach Berlin führen. Dann wird er die völkische Erneuerung machen und ein größeres Deutschland erzwingen. Wenn er dann mit Holland Krieg führt, dann kann er vielleicht sogar den Aller erzwingen, den Schrein wieder herauszugehen. Der Saal ist voll von Bierdunst, Schweiß, Menschen. In den tiefhängenden Wolken des Tabakrauchs schwimmen Tomatenrote-Rundschädel mit Schnauzbärten, grauer Tonkugel. Was meinst du, Herr Nachbar? Ob er es heute ansagt, der Führer, wenn er losschlockt? Die werden den Freiheitstag nicht versäumen. Man wartet, grinsam, schimpft über die Ungerechtigkeit der Regierung. Der Blöchnermeister Hautseneder hat die Unbild der jetzigen Ordnung dadurch zu spüren bekommen, dass seine Frau die dumme Gans gleich bei zwei Vertretern für einen Staubsauger unterschrieben hat. Das Ganze endete mit einem flauen Vergleich. Und damit, dass Herr und Frau Hautseneder, sowie die zwei Reisenden missvergnügt über die bestehende Gesellschaft, zu den wahrhaft Deutschen übergingen. Der Regierungsinspektor A.D. Ersinger ist ein Herr, der sehr auf Sauberkeit hält. Noch in diesen miserablen Zeiten ist er geneigt, der Obrigkeit zu gehorchen. Seit ihm aber seine Frau statt der gewohnten hygienischen Rolle Zeitungspapier ins Klossett hängt, ist es aus mit seiner Geduld. Er ist beim Künstler. Dem Maurer-Polier Bruckner sind im Krieg drei Söhne erschossen worden. Die Kirche hatte für den schimpfenden Alten keinen Trost, als das Gott, wen er Liebe züchtige. Er findet besseren Trost beim Kutzen. Der Gymnasiallehrer Josef Feichtinger ist erst am Isar-Dorplatz umgestiegen, wo er noch einen Einkauf zu tätigen hatte und nicht, wie vorgeschrieben, am Stachus. Er ist in Ehren 42 Jahre alt geworden. Unter dieser Regierung wird man bestraft, weil man am Isar-Dorplatz zwei blaue Hefte kauft. Er ist beim Künstler. Endlich hält Punktvoll geleitet von seinem Stoßtrupp, umgeben von blutroten Fahnen, den sorglich gescheitelten Kopf gereckt, der Führer seinen Einzug. Die langen, blassen Lippen mit dem winzigen, dunklen Schnurrbart darüber öffnen sich. Er spricht. Was er sagt, ist nicht unbekannt, aber es wirkt neu durch die Kraft seines Vortrags. Die Leute lauschen benommen glücklich. Der prächtige Schall, die bewegte Mimik reißen sie mit. Rupert Kutzner schmettert seine Rede. Rauch und Hitze fechten ihn nicht an. Seine Lunge hält durch. Sie ist zuverlässig wie eine Maschine. Das kostbarste Gut der Partei. Der Führer betreut sie sehr. Bei jeder seiner Reden muss Konrad Stolzing zugegen sein, der Hofschauspieler. Ein glücklicher Stern hat den Staatsmann und den Künstler zusammengeführt. Mit Hingebung bringt er seinem großen Schüler bei, wie man mit dem Atemhaus hält, wie man durch das Rollen des Buchstabens R die Aussprache deutlicher macht. Schon kann der Führer acht Stunden hintereinander sprechen, ohne zu alarmen. Der Alte mit dem eindrucksvollen Römerkopf sitzt in jedem Vortrag des Führers, kontrolliert, schreiten, trinken, sprechen, ob es Schönheit und Würde habe. Er findet nichts auszusetzen. Alles klappt, alles kommt. Auch dieses wirkungsvoll nachdenkliche Lächeln. So hat er gelächelt, vor 25 Jahren in der Rolle des Prinzen Hamlet von Dänemark, einer Figur des Bühnendichters Shakespeare. Endlich spricht der Führer von der Eroberung des verrotteten Staates. Vom Marsch auf Berlin. Die Zuhörer setzen die Maßkrüge ab. Kajatan Lechner hält mitten im Schnäuzen innen. Allein der Führer drückt sich nicht grob und klar aus, wie die Kursnotiz des Dollars. Er sagt es poetisch. Noch vor der Baumblüte. Er weist auf die Fahnen. Noch vor der Baumblüte werden diese Fahnen sich bewähren. Noch vor der Baumblüte. Diese Verheißung schallt den Münchnern dreuend, lieblich, verlockend in die Ohren. Alle im Saal lächeln und jetzt das gleiche nachdenkliche Lächeln wie der Führer. Sie sehen ihre Gegner am Galgen hängen oder an Bäumen mit blauen vorquellenden Zungen. Der Lechner sieht den Galizier hängen, der Hautzeneder die beiden Reisenden, die beiden Reisenden den Hautzeneder und alle trinken tief und befriedigt aus dem großen, grauen Krügel. Der Altmöbelhändler Kajatan Lechner nimmt sich vor, auf dem Rückweg doch durch die Barastraße zu gehen, sich das gelbe Haus wieder anzuschauen. Jetzt weiß ich. Er beschließt, in die Partei einzutreten. Ewig, weil er sich nicht drin breit machen könne, der Jut. Und der Fotografie seines Schreins einen Ehrenplatz im Laden zu geben. Ewig nicht. Noch vor der Baumblüte greppt es sich in sein Herz. Der ehemalige bayerische Justizminister Dr. Otto Klenk geht den kurzen Weg zum Haus des Industriellen von Reindl am Karolinenplatz zu Fuß. Den Lodenmantel, den er liebt, um die Schultern, die Pfeife im Mund, trottet der kräftige, hochgewachsene Mann vergnügt durch den gleichmäßigen Regen. Der Wind ist umgeschlagen, er kommt aus dem Süden, er bringt den Frühling in die bayerische Hochebene. Schön ist sein Land. Es hat Höhe und Weite, Berge, Seen, Flüsse. Seine Himmel sind bunt, seine Luft macht alle Farben frisch. Von diesem Land Bayern soll also die Erneuerung Deutschlands ausgehen. Er, Klenk, ist dabei. Ist es gut, dass er kaum aus dem Amt mit den Wahrhaft Deutschen faktiert? Die Augen haben es aufgespürt. Alle miteinander. Otto Klenk, von großbürgerlicher Herkunft ein guter Kopf. Natürlich, der begeisterte Rupert Kutzner ist ein großartiger Trommler, aber von Geburt ein blühendes Rindvieh. Der andere Pfeiler der Patrioten, der General Fesemann, ist durch seine Niederlage im Krieg spinnert geworden. Vorläufig sind in dem großen europäischen Trauerspiel, das vor nunmehr acht Jahren mit dem Ausbruch des Krieges begonnen hat, die wahrhaft Deutschen, die komische Figur. Das alles sieht er klar wie Kletzenbrühe. Gut, jetzt passt's mir. Gut, weiter. Das Fallende soll man stoßen. Wäre er im Amt geblieben, er hätte vielleicht verhindert, dass seine Münchner so gottverlassenen diesen hundsordinären Stumpfsinn versinken. Aber jetzt, wo Sie ihn auf so kleine, gemeine, niederträchtige Art davongejagt haben? Jetzt bin ich frei. Jetzt redet mich keiner mehr schwach an. Jetzt dreh ich's eben gegen Sie. Schließlich hat er mehrmals erlebt, dass es politisch besser geht, wenn man seinem Instinkt, als wenn man seinem Verstand folgt. Jetzt mach ich den Wind, wie es mir beliebt. Es wird ein gewaltiger Wind sein, ein Mordswind, ein Riesenfurz, an den mancher erstickt und verreckt. Vor allem schmeckt gut die Mordsangst seiner früheren Kollegen im pfäfischen Kabinett. Oh, so scheiße. Hinterfurzige. Hin müssen's werden, denkt er das alte Zornwort seines Landes. Da kurbelt er also seine ganze Schlauheit und Politik an für einen Haufen Narren und Brandstifter. Vielleicht wird es für sein Land Bayern wirklich nicht gut ausgehen. Vielleicht aber auch, wenn er seine ganze wilde Kraft hineinschmeißt, macht er die Narrheit zum Segen. Zeigt nicht der Mussolini, der sich jetzt zum Herrn Italiens gemacht hat, dass es auch gut hinausgehen kann? An der Feldherrenhalle enthüllen Sie eben ein neues Mahnmal für die Gefallenen des Krieges. Viele sind gekommen, die Toten zu ehren, Trauer zu zeigen und Zorn gegen die Sieger. Vorne an scharen buntbemützter Studenten, die durch tiefes, eckiges, scharf gemessenes Abziehen ihrer Kopfbedeckung grüßen. Auch auf diesem Boden wächst der Nationalismus. Er, Klenk, besorgt den Dünger, besorgt Geld. Sie nehmen es doch hoffentlich nicht für unhöflich, dass ich Sie in Gegenwart des Masseurs empfange. Ich habe so vertragt wenig Zeit. Aber tun Sie sich keinen Zwang an, Herr Nachbar. Der Baron Andreas von Reindl, Herr der südostdeutschen Industrie, genannt der fünfte Evangelist, empfängt den Organisator der Patrioten auf dem Bauch liegend massig fettbeschmiert, während der Masseur Zwölfinger an ihm herumknetet. Mächtig zu Füßen des Lagers sitzt Klenk auf einem zierlichen Plüschhocker, ärgert sich über die Ausgeschämtheit des Mannes, die ihn imponiert. Ja, lieber Klenk, fast finde ich, dass die wahrhaft Deutschen doch nicht genug leisten für das viele Geld, das die Industrie in sich steckt. Ah. Wenn man bedenkt, was Italien leistet, der Duce, für das Geld der Industrie, dann stinkt der Herr Kutzner beträchtlich ab. Aber sehr beträchtlich. Aber das, lieber Reindl, liegt doch nicht nur an uns. Ach. Unser Anhang im Volk ist ungeheuer. Aber die Männer von Einfluss? Kaum einer unserer vielen Sympathisanten bringt den Schneid auf, sich offen zur Partei zu bekennen. Der Klenk sitzt riesig, gewalttätig, sagt sich, dieser Reindl sei und bleibe doch ein zwiderer Kerl. Natürlich. Sein Geld könnten wir brauchen. Und vor das andere pfeife ich. Von mir aus soll er mich auf dem Lukus empfangen. Der Reindl liegt wohlig unter den Griffen des Masseurs. Ihre Parolen kann man natürlich brauchen. Gerade jetzt. Genial, wie Sie das Volk gegen die Juden und Marxisten hetzen. Während wir in Ruhe den Inflationsgewinn abschöpfen. Und das Geld werde ich Ihnen schon entsteißen. Geradezu unbezahlbar. Noch besser wäre es natürlich. Er gebe endlich auch seinen Namen. Darauf käme es an. Es ist schon unglaublich, was für einen Einfluss dieser Knallprotz hat. Aber wenn die Inflation aufhört, ist es mit den Wahrhaftdeutschen aus. Das liegt doch auf der Hand. Wann das geschieht, das entscheidet übrigens keine Regierung, lieber Klenk, sondern allein die internationale Schwerindustrie. Aber wenn wir marschieren, mein Lieber, dann marschieren wir vielleicht nicht gerade in der Richtung, die Ihr Herrn wünscht. Er wird vielleicht mancher Mann manches blaue Wunder erleben. Er weiß ja noch, wer da der Geschwenkte wäre. Oder lohnt sich womöglich doch eine längerfristige Investition die Roten vernichtet, Bearbeiterschaft, Ruhe verordnet, Kriegsindustrie. Das wären Träume. Herr von Reindl dreht den Kopf zur Seite, lächelt, klenkt, träumerisch von unten her an. Sie werden also noch heute einen Scheck erhalten. Ich gedenke übrigens, nicht kleinlich zu sein. Nicht alle machten die Gaudi und Kutzner mit. Die wahrhaft Deutschen fanden beharrliche Gegner in den Sozialdemokraten, den Kommunisten. Sie stemmten sich gegen den immer stärkeren Druck, schrieben gute, klare Aufsätze in ihren Zeitungen, ließen sich auf Straßenschlachten mit den Patrioten ein. Dazu gehörte Mut, denn die Behörden schauten der sich ausbreitenden Gesetzlosigkeit mit unverschämter Blindheit zu. Arbeiter bildeten gegen die Überfehle der wahrhaft Deutschen proletarische Hundertschaften, stellten sich den Hakenkreuz verwenden. Es war ein ungleicher Kampf. Grüne Polizisten nahmen ihnen die Waffen ab. Den Patrioten beließen sie Stöcke, Gummiknüppel, Messer, Revolver. Bewaffnete Abteilungen der wahrhaft Deutschen zogen in Bayern umher, um Justizexekutionen von einem Missliebigen vorzunehmen. Ihre Kompanien veranstalteten organisierte Jagden auf alle Gegner. Die Krankenhäuser füllten sich mit Verwundeten, die Leichenhäuser mit Toten. Die Behörden verfolgten die Arbeiter. Polizisten begleiteten die Aufmärsche der Patrioten, sicherten sie ab. Bei einer sozialistischen Demonstration dagegen entrissen sie den Bannerträgern die Fahnen mit den Farben der Republik, zertraten die Stöcke, zerfetzten das Tuch. Die Justiz klagte die Arbeiter an. Am gleichen Tag sitzt der Rechtsanwalt und Landtagsabgeordnete Dr. Siegbert Geier in losem, schlampigem Hausrock in seinem Arbeitszimmer. Er schreibt Die Sonne ist durchgekommen, liegt prall auf dem nicht aufgeräumten mit Asche überstäubten Schreibtisch, beleuchtet jedes Stäubchen in dem lieblos eingerichteten Raum. Er arbeitet an seinem Buch Geschichte des Unrechts im Lande Bayern. Seinen ganzen nervösen Fanatismus wirft er jetzt auf das Buch. Dr. Geier hat alle anwaltlichen Dinge abgegeben. Er sitzt hager, schlecht rasiert, mit dringlichen zupackenden Augen unter den dicken Brillengläsern. Wissenschaftlich zeigt er das Unrecht auf. Mit kalter, sauberer Logik beschreibt er dieses verhasste, verlogene System dieses System Gewalt, Willkür, Vorteil, Politik umzufälschen in Ethik, Gesinnung, Christentum, Recht, Gesetz. Er schreibt, Er schreibt, lächelt, streicht, überprüft. Niemals im Leben hat er sich so glücklich gefühlt. Seit wann eigentlich hat er sich so zurückgezogen aus der Betriebsamkeit zwischen Tagespolitik und Advokaterei? War es nach dem Überfall damals, von dem er immer noch leicht hinkt? Welches war sein letzter Prozess? Das Meinheitsverfahren gegen den Dr. Krüger, den Leiter der Staatsgalerie, angezettelt von dem Klenk, um den Mann aus dem Amt ins Zuchthaus zu bringen? Auch eine schreiende Rechtsbeugung. Meine Absicht ist es, aktenmäßig dieses Unrecht zu beziffern, es weiterhin sichtbar in scharfe Licht zu stellen. Herr Doktor! Seit damals geht er nicht mehr aus der Wohnung. Herr Doktor! Ist, was die Haushälterin Agnes noch für ihn auftreibt, denn die Geldaufblähung verpflichtigt sein gespartes Kapital zur Luft. Herr Doktor, das Abendessen ist doch schon lang fertig und wird kalt. Ja, ja. Und glauben Sie, das bekommt Ihnen ein bisschen jetzt rauchen es doch nicht allebei, was doch so ungesund ist und so viel Geld kostet in den notwendigen Zeiten. Es reicht ja eh fast nimmer fürs Essen und das Gewand. Ja, ja, es ist gut, Agnes. Ja, und wird es wieder ausschauen. Schon dreimal habe ich es zu den Lumpen gegeben, aber, mei, da kann man reden und reden und es nutzt alles nichts. Der Anwalt Doktor Unrecht, das Gesicht mit kleinen vergnügten Augen mit der Pfeife im Mund, das große gewalttätige Gesicht seines Feindes klenk. Agnes? Agnes! Ja, natürlich. Er schwankt. hält den Mund auf, schnappt gierig nach Luft. Er ist gekommen. Zu ihm. Erich. Der Junge ist gekommen. Darf man herein? Ja, natürlich. Der Junge geht hinter ihm ins Zimmer, immer das gleiche Lächeln auf den Lippen. Bitte, komm doch. Sieht sich um, verbirgt nicht seine Geringschätzung. Es ist das erste Mal, dass er hier ist. Bis jetzt immer hat der Anwalt ihn aufgesucht. Es ist ein großes, ungeheures Ereignis, dass der Junge zu ihm kommt. Wichtiger als die Geschichte des Unrechts, wichtiger als irgendetwas in der Welt. Und es ist ein ungeheures Unglück, dass er jetzt so unvorbereitet dasteht. Er hat sich die Situation oft vorgestellt, sich oft ausgemalt, was alles er dem Jungen sagen will, Gutes und Böses. Aber jetzt ist ihm alles entfallen. Verwahrlos, blöd, ratlos und endlich armselig steht er vor seinem Jungen. Nur dieser zum ersten Mal zu ihm kommt. Wollen wir uns nicht setzen, soweit es hier möglich ist. Ja. Jan, natürlich. Bitte. Es ist hier ein bisschen ungemütlich. Noch niemals hat er einem Besucher derartiges gesagt. Erich Bornhag sitzt auf einem der lieblos hingestellten steiflenigen Stühle mit gekreuzten Beinen. Lebemännisch. Während der Anwalt demütig, verfallen, unbeholfen vor ihm auf der Kante des Stuhls hockt, wartend. Du wirst dich wundern, dass ich dich aufsuche. Ja. Du kannst dir denken, dass ich nicht gerade gern mit dir zusammentreffe. Und hier schon gar nicht. Ich weiß es schon. Dr. Geier betrachtet die Hosen, in denen die gekreuzten Beine des Jungen stecken. Denn zu seinem Gesicht wagte nur selten aufzublicken. Es sind aber karierte Hosen aus einem festen englischen Stoff streng gebügelt. Die Schuhe sitzen ausgezeichnet, schmiegen sich stark und bequem. Sicher sind sie nach Maß gefertigt. Und Erich Bornhag entwickelt Pläne, spricht von Geschäften. Gute Geschäfte übrigens. Die politischen, du verstehst. Für Leute, die keine Tapperkreise sind, ist jetzt eine gute Zeit. Ja. Dieser Rupert Kutzner ist doch wirklich ein fabelhafter Mann. Dr. Geier hört nicht recht hin, wie der Junge jetzt seine Beziehungen aufzählt. Und Fesemann, der Kriegsheld, eine fabelhafte Galionsfigur. Da wird es nicht denken, dass ihm alle diese Namen geradezu körperlich verhasst sind. Klenk, den kennst du ja auch. Gewaltnatur und verächtlich. Riedler, der Landsknechtführer. Hundertfacher Mörder, keine Menschen mehr, näher am Tier. Mit all denen machen wir unsere Geschäfte. Vielmehr denkt er, was wohl die Mutter, was wohl Alice Bornhak dazu gesagt hätte, dass jetzt der Junge doch vor ihm sitzt, in seinem Haus, trotz allem. Alice. Verkapseltes springt in ihm auf. Er sieht, das große Mädchen Alice, wie er es zum ersten Mal gesehen hat, damals, als er nach bestandem Examen die paar Wochen an dem österreichischen See verbrachte. Komm. Alles in allem ist es ihm heute noch ein Rätsel, wie er das große, schöne Mädchen so rasch zu sich hat, herüberziehen können. Hier im Moos, ach, das ist weich. Die warmen Nächte im Wald am See, wie sie zusammenlagen, faul, glücklich, sich amüsierend über die Unbequemlichkeiten. Ameisen. Alles voller Ameisen. Wir haben unsere Kleine auf einen Ameisenhaufen gelegt. War das wirklich er, der damals lag mit dem Mädchen? Dann, wie die Verwicklungen kamen. Ich bin schwanger. Der Krach mit ihrer bürgerlich strengen Familie. Ich glaube, ich will es nicht haben. Wie sie dann doch zu ihm hielt. Wie er glücklich war. Danke, du. Ihr das bisschen Geld zu geben, über das er verfügte. Wie sie zweifelte. Nein, wir heiraten nicht. Schwankte. Ja, wir könnten schon heiraten. Wie sie seine dringlichen Vorstellungen schließlich abwies. Nein. Ihn plötzlich verachtete. Dich heiraten? Was bildest du dir ein? Wie sie anfing, warum weiß er bis heute noch nicht, ihn zu hassen. Dich fahrige, schlampige, zwinkernde Kreatur. Wie sie nach Norddeutschland fortzog. Lass mich in Frieden. Jut. Sich lieber elend und überaus mühevoll durchschlug. Ich nehme kein Geld mehr von dir. Jut. Ihr Kind großzog in wachsendem, bösartigem Hass gegen den Mann Geier, den sie einige Wochen geliebt hatte. Der vor diesem Hass ratlos stand. Stinkendes, widerwärtiges Service, du Jut! Wie dann der Junge freiwillig ins Feld ging. Wie er zurückkehrte, verlottert, windig, nicht mehr tauglich zur ernsthaften Arbeit. Wie er, der Anwalt, ihm seine Hilfe anbot, immer dringlicher. Wie der Junge sich zusammenschloss mit diesem peinlichen Frontkameraden von Dellmeier, dessen Gesicht er bei dem Anschlag damals erkannt hat. Im Dunkeln. Nur den Bruchteil eines Augenblicks. Das höhnische, windige, widerwärtige Gesicht. Wie der Junge ihn verhöhnte. Wie der dumpfe, unerklärliche Hass der Mutter ihm immer wieder entgegensprang aus Erich, dem Jungen, seinem Sohn. Tja, Junge. Mein Sohn. Übrigens habe ich eine Bitte an dich. Ja? Mein Kompanion Dellmeier sitzt nämlich seit ein paar Wochen im Gefängnis. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass du ein guter Anwalt bist, aber du könntest trotzdem versuchen, ihn herauszukriegen. Nein, der Anwalt Geier ist nicht willens, den Fall zu übernehmen. Er soll unsere Hunde vergiftet haben und die Versicherungsprämien zu kassieren. Er wird Geld für den Jungen verdienen. Viel Geld. Das Buch wieder liegen lassen. Wieder Fälle übernehmen. Große Prozesse. Eine gemeine Lüge. Aber von diesem Dellmeier soll er los. Jetzt wird er zu ihm reden. Er hat ihm so viel zu sagen. Jetzt ist die Gelegenheit. Es tut mir leid. Nein? Der Anwalt kann nicht wissen, wie hart seinen Jungen diese Antwort trifft. Ich hätte die Vertretung sehr gern übernommen. Glaub mir aber, mir ist etwas dazwischen gekommen. Nicht einmal über diesen armseligen Mann vermag er es, dass er handelt nach seinem Willen. Ein Kollege hat sein Reichstagsmandat zurückgegeben. Ich soll es übernehmen. Ich muss wohl... Ich wusste, dass du versagst, wenn man dich einmal um einen wirklichen Gefallen bittet. Der Anwalt sieht die Miene des Jungen sich verzerren, kalt, in einer Verachtung ohne Maß. Seine Augen werden ganz hell vor Ruhen. Er sieht den Jungen aufstehen, zur Tür gehen. Er sucht, wie man wohl im Traum etwas sucht, das immer wieder entgleitet nach einem Satz, einem Wort, das ihn halten könnte. Jetzt wird er jetzt gleich und wohl für immer fort sein. Geld, ich kann dir Geld... Ich brauche dein Judengeld nicht. Lass es mich überlegen. Lass es mich drei Jahre! Warte noch! Vier... 24 Stunden. Anderen Tages, in aller Frühe, teilt er dem Jungen in einem höflichen, fast demütigen Brief mit, er übernehme die Vertretung des Herrn von Delmayer. Aber am gleichen Tag noch erhält er den Bescheid, Herr von Delmayer verzichte auf seine Dienste. In einer großen Limousine fahren drei Männer durch den dünnen, weiten, menschenleeren Pfosten in der Park. Sehr verschiedene Männer, entschlossen sich, Ruhm zu erwerben durch eine Tat. Strahlen muss sie, am besten finster strahlen. Eine finster strahlende Tat. Erich Bornhag am Steuer will sich Ruhm erwerben unter den Patrioten, damit sie seinen Freund aus dem Gefängnis holen. Alois Kutzner, schwer, ungeschlacht neben ihm, der Boxer, Bruder des Führers, will sich Ruhm erwerben, um den König Ludwig II. von Bayern aus dem Kerker zu befreien. Simon Staudacher, der Sohn des Klenk, riesig wie sein Vater, im Fond des Wagens, will sich Ruhm erwerben zur Gaudi. Darum hat er sich an das Dienstmädchen Amalia Sandhuber herangemacht, das Drall Resch, sonntäglich angezogen, neben ihm sitzt. Ach, eine feine Idee von dir war das, Simon, dass wir jetzt nach Sternberg fahren. Sechst, maler. Denn Amalia Sandhuber ist eine Verräterin. Verräter verfallende Feme. Der romantisch-mittelalterlichen Gerichtsbarkeit, durch die mehrere hundert Menschen schon ihr Ende gefunden haben. Stimmte das heimlich am See? Das Dienstmädchen, eine gutmütige, rätselige Person, Männerbekanntschaften nicht abgeneigt, hat ihren Herrn, den General Fesemann, ausspioniert, in dem sie ein Gspusi mit einem roten Metzger gesellen hat. Es liegt auf der Hand, dass sie das heimliche Waffendepot in seinem Haus denunziert hat, so dass die Vertrauensleute der Patrioten bei der Polizei die Waffen kaum mehr rechtzeitig für die Partei retten konnte. Schade ist, dass die anderen dabei sind. Meinst? Ja, du nicht. Was uns den Wagen verschafft haben? Ja, schon. Geweide. Größere Gesellschaft ist doch über für die, da. Ja, schon. Aber schade ist doch. Es ist Abend. Der Wind ist ungeschlagen, es ist warm. Er legt sich schwer in die Glieder. Das Fräulein Sandhofer sitzt neben ihrem Siemann, schiebt ihre Hand in die Seine. Aber er reagiert nicht recht, ist immer so genannt. Im Gegensatz zu den landesüblichen Sitten geht er so gar nicht aufs Ganze. Die Straße ist leer an diesem Föhnigenabend. Jetzt, kurz hinter einem Forsthaus, liegt der Wagen gar noch ab in einen Seitenweg. Aber wo fährt's denn hin? Wie? Wir wollen doch nach Starnberg. Achman. Starnberg. Ja. Alles aussteigen, die Herrschaften. Sie werden sehen, Freunde, hier ist es viel heimlicher. Freilich. Starnberg. Starnberg. Kommst weiter. Da wird's zünftig. Man steigt aus, steht zwischen schmutzig, schimmernden Pfützen. Überall tropft und rinnt es und glitscht unter den Füßen. Das soll heimlich sein? Das ist doch nicht möglich. Soll man's da vielleicht in einem Dreckli sitzen? Der Simon zieht jetzt ein Papier aus der Tasche. Simon. Die Hausgehilfin Amalia Sandhuber hat vaterländische Geheimnisse verraten. Verräter vor allem der Femi. Die Amalia schaut ihn an, begreift nicht. Sie hält es für einen Spaß. Du bist mir aber gespaßiger. Amalia Sandhuber schaut sich etwas ratlos nach den anderen um. Die aber schauen nicht recht her. Infolgedessen bekommt sie keinen Blick mehr von einem anderen Menschen, sondern das letzte Menschenantlitz, das sie sieht, ist das des Alois Kutzner, der jetzt auf sie zukommt und ihr, bevor sie schreien kann, einen Schlag versetzt. mit einem großen Hufeisen, das er neuerdings als Glückszeichen bei sich trägt. Verräterin. Dann kniet er neben sie. So müssen sie alle hier werden. Betet ein rasches Vaterunser, dass Gott ihm die Kraft verleihe, sie vollends zu erledigen. Ganze Verräterbagage und erwürgt sie. Erich Bornhag aber gräbt einen dürren Ast in den Boden neben dem Leichnam. Daran steckt er einen großen Zettel mit einer primitiv gezeichneten schwarzen Hand und der Inschrift Verräter hütet euch. Die Stadt München fieberte. Es kostete der Dollar 250 Millionen, die Semmel eine Million, die Mars Bier 12 Millionen Mark. Blutrote Plakate luden zum Parteitag der Wahrhaft Deutschen. Die Stadt war voll von Landsknechten mit der Hakenkreuzbinde am Arm, bewaffnet aus Beständen der sympathisierenden Reichswehr. Dann nahm unerwartet der bayerische Staat den Kampf an. Es war ein kühnes Unterfangen. Die Regierung verbot Versammlungen unter freiem Himmel. Die Patrioten in aller Öffentlichkeit erklärten sie Schissen auf das Verbot. Es sah aus, als sei diesmal Gemetzel und Bürgerkrieg unvermeidlich. Die Regierung blieb unerwartet fest, verhängte den Ausnahmezustand. Auch Klenk arbeitet jetzt stark. Mit französische Soldaten an der Ruhr lümmeln arrogant vor ihren Panzerautos Hände in den Taschen vergnügt Sieger. Herren über Leben und Tod der Unterworfenen. Ein nie erhörter Akt der Gewalt. Loschlungen müssen wir. Es ist ein empörendes Bild und er empört daran sein Herz und das der anderen. Aber Beut muss es sein bald. Jetzt ist die Baumblüte. Otto Klenk prüft ein guter Koch die kochende Volksseele, ob das Gericht gar ist. Es ist gar. 51% Genau die 51% Sicherheit müssen die wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse bieten, dass es gelingt. Nicht mehr und nicht weniger. Noch unterstützt sie die Industrie, der feine Herr von Reindl. Aber das träumerische Lächeln des fünften Evangelisten im Herrenclub neulich. Vor diesem Lächeln ist der Klenk kein furchtsamer Mann erschrocken. Er spürt mit gutem Instinkt, sie sind auf dem Weg, sich an der Ruhr zu einigen. Dann ist die Gelegenheit verpasst. Futsch sind dann die 51%. Und kein Reindl stellt mehr die Musik zu dem Marsch nach Berlin. Der Parteitag, die große Fahnenweih, da muss es losgehen. Das ist die rechte Zeit. Täglich jetzt hat er dringliche Unterredungen mit Kutzner. Aber der Führer zeigt sich merkwürdig flau, geradezu schlapp. Herrschaftszeiten. Alles was er tut, ist mit großer Geste auf die Schublade seines Schreibtisches zu verweisen. Dort liege der genaue Plan des neuen Reichs. Aber den Marschbefehl, den kriegt man nicht aus ihm heraus. Sollte ich es auf eigen heraus probieren, könnte man statt den lahmarschigen Kutzner nicht auch den Fesermann vorschlagen. Erklenk weiß, dass der Fesermann den Krieg verloren hat. Und nicht Juden und Marxisten. Aber das Foto in der Tasche glaubte er es manchmal schon selber, dass es Marxisten und Juden waren. In seinem hübschen, gelben Biedermeierpalais sitzt der Ministerpräsident, jetzt Generalstaatskommissar Dr. Franz Flaucher, den Dackel Waldmann zu seinen Füßen, schwer, massig, mit breitem, eigensinnigem Schädel, igelt sich ein, wittert. Seinerzeit war er der Erste im Kabinett, der den wahrhaft Deutschen das Wort redete. Sie schnappen den roten Leute weg. Man kann sie brauchen. Verteidigen wie er selbst die alten, wohlbegründeten Sitten und Gebräuche gegen das neumodische Gift. Ausgezeichnet brauchen. Dienen als sich auf, achten nicht mehr die Autorität des Staates. Und jetzt ist seine, Franz Flauchers gewünschte Stunde gekommen. Jetzt wird's geschnaggelt, Herr Nachbar. Fang uns nur an mit Ihrer Baumblüte. Denn Gott war mit Flaucher, hat sein Angesicht leuchten lassen über ihm, hat ihm einen Trumpf in die Hand gegeben, mit dem er erst die heimlichen Regenten, dann das offizielle Kabinett des Landes hinter sich gebracht hat. Eine dicke Anleihe aus Amerika, aufgelegt von dem Millionär Potter, in diesen schwersten Zeiten der deutschen Wirtschaft ein weithin strahlender Erfolg. Zwar ein bitterer Tropfen ist dabei. Der Krüger. Eine Andeutung hat dieser Amerikaner gemacht. So lange hat man warten müssen, bis man losgeworden ist, mit seiner verderbten Kunst. Manchmal verlangt das Vaterland schon viel Entsagung von einem treuen Diener. Jetzt muss ich den Schädling Krüger womöglich benadigen. Der General Staatskommissar Dr. Flaucher duckt den wulstigen Schädel, seufzt tief, dass der Dackelwaldmann aufschaut. Aber hat er nicht damit den Kutzner besiegt? Den Mann, der sich der gottgewollten Ordnung nicht fügen wollte? Gekniet hat er. Hier, vor seinem Schreibtisch, der gefürchtete Führer. Kniefällig hat er um seine Fahnenweihe gebettelt. Gekniet? Das war ein großer Tag für den vierten Sohn des Konzipienten des königlichen Notars in Landshute Niederbayern. Nur schade, dass der Klenk nicht dabei war. Der Kollege, der Feind, der ihn so oft gefrotzelt und gedemütigt hat. Du hättest geschaut, Kollege. Jetzt endlich hätte ihn auch der Klenk, der draußen im Vorzimmer wartet, für voll nehmen müssen. Musik Womit kann ich Ihnen dienen, Herr Kollege? Ich nehme an, Flacher, oder muss ich Herr Staatskommissar sagen? Aber ich bete Sie, Herr Kollege. Ich nehme an, dass Ihr großartiger Lass eine Geste ist. Wir lassen Ihnen gern Ihre Titel, Herr General Staatskommissar, aber in der Sache bedauern wir, Ihnen keine Konzessionen machen zu können. Der Parteitag findet statt, die Fahnenweihe findet statt. Klenk sitzt riesig da mit seiner Lodenjoppe und den braunen, gewalttätigen Augen. Der Flaucher, mit seinem viereckigen Schädel, so massig er ist, hockt klein vor ihm, reibt sich zwischen Hals und Kragen. Auch ich muss bedauern. Ach so. Dann wären wir die... Heute früh, Kollege, war schon Ihr Herr Kutzner bei mir. Ach. Aber es gibt Grenzen, über die ich nicht hinaus kann. Und wenn mich einer kniefällig drum bittet. Wer bittet kniefällig? Trotz allem ist dem siegreichen Flaucher ein bisschen unheimlich vor dem Klenk. Allein er denkt an seine Sendung. Hat sie einer kniefällig gebeten? Jawohl. Gott hat den Hochfahnden vor mir in den Staub geschmissen. Ich war väterlich und habe ihm sieben von seinen 14 Veranstaltungen erlaubt, aber seine Fahnenweihe habe ich ihm doch nicht genehmigen können. Klenk in seinem Inneren flucht. Aber zu mir werden sie brüderlich sein und mir werden sie sie nicht abschlagen. Flaucher findet, die Gefahr sei vorbei. Die Fahnenweihe kann also stattfinden? Nein. Der Generalstaatskommissar Flaucher trotzdem immer gelassen sitzen bleiben wollte, steht auf, massig triumphierend. Klenk bleibt sitzen. Sie wissen, wie stark unsere Verbände sind? Ja. Sie wissen, dass die Wirtschaft auf unserer Seite ist? Ja. Dann wissen Sie auch, dass die Fahnenweihe in jedem Fall stattfindet? Ich glaube, schwerlich. Ich glaube, mit Ihrem Kutzner werden Sie sie nicht steigen lassen können. Sie müssen einen Trumpf in der Hand haben, Flaucher, dass Sie so frech daherreden. Der Klenk steht jetzt auf. Von seiner Riesenhöhe schaut er hinunter auf den Flaucher. Wenn der andere jetzt heftig wird, dann wird er es drauf ankommen lassen. Dann wird er den Absprung wagen, trotzdem Schisser von einem Kutzner. Aber Flaucher bleibt sanft. So sanft, dass es dem Klenk alles Blut in den Kopf treibt. Sagt nur ruhig wägend mit einem kleinen Lächeln, vielleicht habe ich einen Trumpf in der Hand. Der Klenk blass vor Wut fährt zum Kutzner. Mag sein, dass der Flaucher nicht leer daher redet. Aber dies ist die letzte Gelegenheit. Das weiß er genau. Doch der Führer verbeißt sich, zuckt die Achseln, sagt nicht ja und nicht nein. Noch am gleichen Tag tritt Klenk aus der Partei aus, fährt ein paar Bücher zur Rechtsphilosophie im Gepäck auf seine Jagd nach Berchtoldszell. Am Tag der Wahrhaftdeutschen war die Stadt in großer Bewegung. Das erste Regiment der Partei in Stärke von etwa 10.000 Mann marschierte auf. Rupert Kutzner hielt den Tag als Generalprobe. Allein das war leeres Schaugepränge. Das Kabinett hatte auswärtige Reichswehr anrücken lassen. In den Stadtteilen, die sie ihnen freigab, verübten die wahrhaft Deutschen allerlei Unfug, erbeuteten Fahnen der Arbeitervereine auch eine Trommel. Weitere Siege erfochten sie nicht. Es war kein Erfolg. Die Baumblüte war da, aber der Tag der Befreiung war nicht da. Johanna Krein beobachtet den Aufmarsch der Patrioten vom Fenster ihres Zimmers in der Steinsdorfstraße. Das große bayerische Mädchen steht, das breite Gesicht zornig, drei Furchen über der Nase in der sonst sehr glatten Stirn. Die Pfaffen, die Minister der herrschenden Klerikalen, haben den Mann ins Zuchthaus gebracht, Martin Krüger, den sie geheiratet hat. Jetzt sind es Sie verletzt, verletzt, sie frei kriegt. Die einen nennen ihn gottlos, weil er moderne Kunst für die staatliche Galerie gekauft hat, die anderen degeneriert und entsittlicht. Zwei Jahre ist sie jetzt herumgelaufen bei den Verwaltern der Gerechtigkeit, hat diese verfluchten gesellschaftlichen Beziehungen gesucht, hat vor den offiziellen und heimlichen Regenten getrotzt und gebarmt. Dr. Geier, jetzt Reichstagsabgeordneter in Berlin, hat eine Rede in die Ohren Deutschlands gehalten. Jacques Tüvelin, der Schriftsteller, hat einen kaltbrennenden Essay geschrieben. Wenn die beiden Männer nichts ausgerichtet haben, wie soll ich die Welt überzeugen, eine Frau mit einem Alltags Gesicht? Es wäre gut, wenn Jacques Tüvelin jetzt hier wäre, ihr Freund. Sie sehnt sich nach seinem scharfen, zerknitterten Gesicht, seinem lockeren, schlenkrigen Körper. Dass er abgefahren ist, ohne ein Wort. Er ist nach Amerika gereist. Ein Millionär namens Potter hat ihn eingeladen. Ohne ein Wort über Martin. ein Mr. Potter, der angeblich Geschäfte mit dem Bayerischen Staat macht und vielleicht nur nebenbei mit einem einzigen Satz. Telegram bitteschön. Danke. Infolge des freundlichen Interesses, das mein Freund Potter für Bayern bekundet, ist die bayerische Regierung bereit, Krüger zu amnestieren. Er wird in längstens drei Monaten frei sein. Frei sein. Frei sein. Frei sein. Schack. Er hat es also doch erreicht, was sie sich so gewünscht hat. Nicht mit seinem Essay, weil einem Dollarscheißer sein Gesicht gefallen hat. Das heißt, weil eine Revue, die er einmal geschrieben hat, weil ein Lied aus der Revue dem Amerikaner gefallen hat. Da ist Pech, da ist Glück. Glück ist also doch eine Eigenschaft. Die Gedanken rennen ihr davon, überpurzeln sich. In drei Monaten werde ich also in Odelsberg stehen vor dem Tor und auf ihn warten. Was soll werden, wenn er heraus ist? Soll ich ihm einen Anzug mitbringen? Und wie weit ist das mit Jacques? Was ist, wenn Martin freikommt und Jacques ist nicht da? Was hat sie eigentlich davon, wenn Martin jetzt frei wird? Er ist mehr im Weg. Sie erschrickt, wie sie merkt, dass sie diesen Gedanken denkt. Es stimmt nicht. Sie erstickt ihn auch gleich wieder. Ich freue mich auf ihn. Allein gedacht hat sie ihn. Auch später leugnet sie nicht ab, dass sie ihn gedacht hat. Johanna hätte sich nicht mit der Angst ablagen müssen, wie das sein wird, wenn der Mann Krüger freikommt. Denn der Mann Krüger kommt nicht frei. in der Nacht nach diesem Tag findet auch er keinen Schlaf. Er liegt auf seiner Pritsche, wird den Föhn um das große Haus in seinen Schächten, Röhren, Kaminen. Für den Strafgefangenen Nummer 2478 sind die schlimmsten Tage vorbei. Der kaninchenmäulige Zuchthausdirektor Förtch hat aus München endlich den rechten Winter schnuppert. Der Justizminister Dr. Hartl, der Mann der Patrioten, hat ihm die Beförderung zugesichert. Endlich wird er in die ersehnte Gehaltsklasse 13 aufsteigen. Strahlen der eigenen Zufriedenheit lässt er auch auf seine Gefangenen fallen. Martin Krüger darf wieder Gänge machen zwischen den eingemauerten sechs Bäumen im Hof. Darf manchmal schreiben. Seitdem er als Kunstwissenschaftler vom Ausland entdeckt ist, wird seine Post immer dicker. Tagsüber schreitet er den kleinen Raum auf und ab, vier Meter Länge, zwei Meter Breite, eifrig lesend, was Schreiber mit flüchtiger eleganter Feder über ihn verfasst haben, sitzt in seiner kahlen Zelle unter dem Fenster mit den fünf senkrechten zwei waagerechten Stäben im Gestank des weißen Kübels, an den sich Haut und Lunge jetzt gewöhnt haben. Ein sorgfältiger Buchhalter seines Ruhms, seiner Erfolge und seiner Wirkung in der Welt. In den Nächten freilich hält der Glanz nicht vor. Man liegt in einem kurzen Hemd, das kaum zur Scham reicht. Zwölf Stunden dauert eine Zuchthausnacht. Die Zeit vor Mitternacht ist die bessere, denn da hört man noch Quält die Bedrängnis des Geschlechts. Nur die Hitze. Was wird Zeit? Nur die ist vor Mitternacht schlimmer. Wenn ich vollkomme. Wird er weiter Bücher schreiben? Sinnlos. Was soll schon kommen? Man könnte nach Russland gehen, wo jetzt das Bild hängt des Malers Landholzer. Josef und seine Brüder. Aber es kotzt ihn einfach an. Man könnte noch Madrid fahren, den Prado. Gorja. Aber was werden die Bilder des Gorja schon sein? Farbe auf der Leinwand werden sie sein. Was wird er, wenn er herauskommt? In der Luft schweben werde ich. Da ist dieses Mädchen, Johanna Krein. Johanna Krüger, sie ist ja seine Frau. Die redet sehr überzeugt daher. Aber ist sie damit weiter gekommen? Er hockt immer noch hier. Ich hätte nicht so viel von ihr einreden lassen sollen. Ich hätte nicht so viel Zeit mit ihr vertun sollen. Ein Idiot bin ich. Wenn er denkt, wie viel Weiber er ausgelassen hat, für diese Johanna Krein. Es ist die Hitze zu spüren. Er hat sein Atem auslässt. Er müht sich krampfig an tausend andere Dinge zu denken. Das ist, auch wenn er nicht vor der Zeit herauskommt, das vorletzte Frühjahr, das er in Odelsberg sitzt. Die längere Zeit ist vorbei. Jetzt seitdem weniger als 500 Tage bleiben. Jetzt kann man schon gute Tage zählen. Wenn er sich jetzt so verflucht unbehaglich fühlt, dann ist das durch die Hitze. Es ist nicht das Herz. Er hat lange keinen Anfang gehabt. Ich will es nicht. Ich erlaube es nicht. Er will nicht mehr dieses schauerliche Gefühl der Vernichtung erleben. Als drückten sich Maschinen ineinander und man ist in der Mitte. Er will nicht mehr herumtaumeln mit grauem Gesicht nach Luft japsend für die anderen Sekunden für ihn eine Ewigkeit nicht mehr das schreckliche herauftauchen aus diesem Zustand in der Hilflosigkeit des Alleinseins. Er steht auf. Atme. Noch 427 Tage. Zwergfell. Brust. Natürlich werde ich diese 427 Tage durchhalten. Leichte Turmbewegung. Wenn 1669 durchgehalten hat, dann macht er auch für diese kleinere Zeit nicht schlapp. Nicht nach Spanien? Was hat er sich da zusammengefaselt? Das erste Flugzeug so wie er heraus ist, wird er nehmen. Besaufen wird er sich an den Goyas? 427 zu 669 sicher. Wie verhält sich das? Gott verflucht heiß bleibt es heute. 4. 10 6 zu Sonst um diese Zeit war die Temperatur schon lange passabel. Es geht nicht auf. Eine prachtvolle Frau, diese Johanna. Er sieht sie vor sich leibhaft in der Zelle. Er glaubt, die kleine altmodische Melodie zu hören, die sie vor sich hingesummt hat zwischen Lippen Zähnen. Es werden keine 27.000. Johanna wird dafür sorgen, dass es gleich 27.000 sein wird. Es ist nicht das Herz, aber es ist ihm verdammt schlecht. Es wird sicher besser, wenn er sich erbrechen kann. Er wirft die Arme hoch mit erhobenen Armen, die Handflächen zur Decke gekehrt, taumelt er zum Kübel. Hin und her wackelnd wie ein Besoffener. Stürzt er nach vorne halbschräg den Kübel umreißend. Liegt die Arme nach vorne, im Hemd, kaum bis zur Scham reicht. Der Kot des Kübels rinnt um ihn. Langsam dann hält er an. Viele denken jetzt nach über Martin Krügers Schicksal. Seine Geschichte und seine Meinungen, viel Papier und viele Drähte, die um den Erdball gehen, füllen sich mit Berichten, Vermutungen, Ansichten über ihn und sein weiteres Leben. Während er erkaltend liegt, in der dunklen Zelle in Odelsberg, die Arme hilflos und ein wenig lächerlich nach vorn geschleudert im Kot des umgestürzten Kübels. Die Berliner Regierung musste den passiven Widerstand gegen die Ruhrbesetzung aufgeben. Ausnahmezustand über das ganze Reich wurde verhängt. Der Dollar-Kurs kletterte in Ziffern, die für den Mann von der Straße leere Begriffe waren. Das Puntbrot kostete Milliarden. In München die Patrioten triumphierten über die Schwäche des Reichs. Allein die bayerische Regierung und ihr Generalstaatskommissar arbeiteten nicht schlecht, nützten die Lage für ihre eigenen Zwecke. Rupert Kutzner blühte auf, sein Führerinstinkt hatte ihn nicht betrogen, nicht die Baumblüte, der erste Schnee war die rechte Zeit. Der Generalstaatskommissar Flaucher indes wagte den großen entscheidenden Schlag. Er ließ die Truppen der Bayerischen Reichswehr neu vereidigen. Auf sich Flaucher. Feierlich im Rundfunk erklärte er die bayerische Staatsregierung zur Treuhänderin des deutschen Volkes. Bayern nehme den ihm aufgedrängten Kampf an. Kutzner wütete. Nicht genug, dass der Flaucher ihm seine Parolen stahl, Juden verjagte, den Bierpreis senkte. Jetzt wollte er ihm auch noch die Krone seines ganzen Plans vor der Nase weg schnappen, den nationalen Putsch. In Flaucher sang es, jubelte es, Tedeum Laudamus. Kutzner hatte für die nationale Sache Sprüche gemacht, er hatte ihr ein Heer geschafft. Gefehlt, Freilchen, so schnell gibt es der Kutzner Rupert nicht auf. Jetzt ist es halt ein Wettrennen, wer zuerst mit seinen Vorbereitungen fertig wird. Wer zuerst putscht, hat die Führung. Die Wahrhaft Deutschen waren weit vorgetrieben. Ein neuer Tag der Befreiung war festgelegt, der 9. November, der Tag, an dem vor fünf Jahren die roten Hunde das alte Reich zusammengeschlagen hatten. Der Generalstaatskommissar als erstes wollte Zeit gewinnen, beschwor die Patrioten noch eine Woche bis zum 16. zu warten. Der Führer, obwohl seine Unterführer knurrten, gab nach, sagte dem Generalstaatskommissar zu, bis zum 12. zu warten, er tat dies aber mit nordischer List. Der Generalstaatskommissar sagte dem Führer zu, am 12. gemeinsam mit ihm vorzugehen, auch dies war Angebung am 8. November auf einer großen Versammlung im Kapuzinerbräu die entscheidenden Verordnungen gegen die Wahrhaftdeutschen zu verkünden. Der Führer seinerseits hatte die Erleuchtung, in eben dieser Versammlung in der Nacht vom 8. zum 9. November die nationale Revolution zu verkünden. Der Generalstaatskommissar Flaucher arbeitete zielbewusst auf den 8. November hin. Es wird sein bester Tag sein, der Tag, an dem sich seine göttliche ums Leben gern hätte er den Klenk wissen lassen von seiner wahrhaft staatsmännischen Idee. Auch die Wahrhaftdeutschen bereiteten sich umsichtig auf den 8. November vor. In der Nacht vor dem alles entscheidenden Tag schlief Franz Flaucher gut, traumlos. Meine Herren! Am Abend des 8. November hält der Generalstaatskommissar seine große Rede zur Lage. Alle vaterländischen Vereine sind geladen. Der riesige Saal des Kapuzinerbräu ist gefüllt bis auf den letzten Platz. Man hat uns gesagt, wenn die Regierung schießen lassen, der erste Schutz wird einen roten Schutz auslösen. Ich aber sage, einzige Gesichter gegen diese Verdeckung der von Gott gegebenen Werte durch die matematische Rundkultur erliegt, einzige Gesichter zur Verdeigung unserer reiligen Schuppe ist Ordnung und die Wichtigste Frieden. Meine Herren, die Beinische Regierung hat den Kunden und der Vorschach gegenüber eine außerordentliche Anmut an den Tag gelegt. Jetzt aber da an der entscheidenden Stelle wird er unliebsam unterbrochen. Mit rauchender Pistole auf einmal die Hand hoch erhoben steht neben ihm auf der Redner Tribüne der Führer Rupert Kutzner. So stand auf der Bühne des Münchner Hoftheaters der Schauspieler Konrad Stolzing vor dem Adel Genuas verkündend den Sturz der Tyrannei in der Rolle des Grafen Fiesco einer Figur des Bühnen Licht das Schiller. Den bestürzten erbitterten Flaucher leicht beiseit schiebt der Kutzner erklärt der Saal sei umstellt verkündet den Tag der Befreiung befiehlt mit starker Stimme Marskrug her dringt tief Die Menschen brechen in Begeisterung aus viele haben Tränen in den Augen Jetzt endlich bringt ihnen der Führer die lang erwartete Erlösung aus allen Nöten Das Podium ist jetzt voll von jungen Menschen in Windjacken schwer bewaffnet das indische Fruchtbarkeits Emblem am Arm Auch Fesemann der General reckt sich Herr Risch Auch der Gauleiter Erich Bornhag ist Amt im Erneuerten Reich Außen spricht der Führer zum Volk Der Flaucher als er den Schuss hörte als er den pomalig gescheitelten Mann sah als die Stimme hinaus trompetete unter dem winzigen Schnurrbart hat blitzklar erkannt dass jetzt sein Plan hinunterschwimmt Er steht die Schultern schlaff das Gesicht verbissen den leise winselnden Dackel Waldmann zu Füßen der die Betrübnis seines Herrn ängstlich spürt Soll er mittun bei dem Putsch des Kutzner Das ist aller Vernunft zum Trotz eine große Versuchung Wenn auch die Geschichte höchstens 14 Tage vorhalten kann Sein eigener Plan ist verhunzt sein Leben versaut Für ihn ist das Beste ein großartiger Abschluss Eine große Versuchung Außen schmettert Rupert Kutzner Die Bayerische Regierung und die Reichsregierung seien abgesetzt Der Morgen finde entweder eine deutsche nationale Regierung oder ihn tot 14 Tage Volksheld sein und dann im Kampf gegen Berlin als bayerischer Löwe dann als Volksheld fallen Aber für sein Land Bayern ist es nicht das Beste Denn die Aussichten des Putsches sind wirklich 0,0 Die Norddeutsche Reichswehr ist dagegen Die Industrie ist dagegen Der Putsch muss an der bayerischen Grenze zusammenbrechen Wenn ich mit tu Anstatt nicht doch in dieser Nacht den Putsch im Keim abzudrosseln Wenn ich mit tu dann wird das damische Preußen den Süden endgült schlucken Das Das alles erkennt Flaucher noch während Bornhag und Fesemann auf seine Antwort warten In einer Minute erkennt dieser alte bayerische Mensch mehr als in all den Jahren bisher In dieser Minute des Schmerzes der Zerrissenheit des Zusammenbruchs des Entschlusses lebt er zum großen Mann Ich hab die Dinge so weit kommen lassen Ich hab die Schuld An mir ist es wieder gut zu machen Ich werde mich opfern Mit seiner Bauernschlauheit aber findet er in der gleichen Minute des Entschlusses auch das Mittel um seinem Land Blut vergießen und Demütigung zu ersparen Er wird sich den Narren scheinbar fügen aber dann wenn er erst hier heraus ist wird er mit den heimlichen Regenten telefonieren mit der Münchner Reichswehr mit Berlin Der Putsch wird wenn er es so macht schon vor dem nicht nur für einen Trottel sondern auch für einen Schuft gelten Ich werde der Lächerliche sein der Verächtliche und der Verräter der die große Idee in der entscheidenden Stunde von hinten erdeucht hat Kein anständiger Hund mehr wird ein Bein vor ihm heben Das ist unangenehm aber ein bayerischer Beamter tut seine Pflicht Er sagt also bauernschlau und traurig Herr General Herr Gauleiter ich sehe nur das Wohl des Vaterlandes und ich gehe mit Ihnen und dies ist wahrer als Sie wissen Außen beschwört Rupert Kutzner mit großer Gebärde die Leichen der Verräter wie sie an den Laternen fählen hängen werden So hat vor 25 Jahren Konrad Stolzing den Römern die Leiche des Gaius Julius Cäsar gezeigt in der Rolle des Mark Anton einer Figur des englischen Bühnendichters Shakespeare In der 14. Reihe des Demonstrationszuges vom Kapuzinerbräu ins Zentrum Münchens marschiert das Gewehr über der Schulter die Hakenkreuzbinde am Arm der Altmöbelhändler Kajetan Lechner Es ist ein ansehnlicher Zug bestehend zumeist aus jungen Leuten Doch Kajetan Lechner stellt seinen Mann Er saß im Kapuzinerbräu als dort die Revolution ausbrach Das Herz ging ihm auf Schon sieht er wieder den Schrein im deutschen Besitz Träumt das gelbe Haus befreit von seinem fremdrassigen Räuber Gewaltig in sein blau gewürfeltes Taschentuch schnäuzt er mächtig aus dem kropfigen Hals schreit er Heil Man marschiert in zwölfer Reihen hinter den blutroten Fahnen Kutzen und Fesemann schreiten voraus Der alte Mann mit dem weißlichen Schläfenbart redet laut vor sich hin begeistert Die Nachbarn in der eigenen Begeisterung hören ihn nicht Heute erobert man München morgen Bayern in einer Woche das Reich in einem Monat die Welt Auf der Ludwigsbrücke steht Polizei Das sind schäbige zwölf Mann Die ersten zwei Reihen werfen sich auf sie spucken sie an überwältigen sie führen sie ab geschwellt marschiert man weiter Man in Mauern Plakate Proklamationen Flauchers Wer sich Kutzner und Fesemann anschließe werde als Hochverräter behandelt Man zerreißt sie sowieso ist es nur ein jüdischer Dreh Was in der Residenz liegt Landespolizei will absperren Wäre er noch schöner Die kamen uns gerade recht Die Saab Asi Die Erledigen Man staut sich schreibt und furchtelt Mit der Altmöbelhändler Lechner kann nicht erkennen was eigentlich los ist So viel sieht er Reichswert die Feldhalle herum kommt Reichswert Man schmeißt sich hin in die Dreck Er selber schmeißt sich einfach hin Trotzdem er seinen schönen Sonntagsrock anhat Es wird ihm weh und weich am ganzen Leib Er sieht vom Boden aus schreck hinauf flübsend wie die Kugeln an der Mauer zu spritzen Er sieht das graue Auto des Führers wie es umdreht wie es mit Vollgas rücksichtslos durch die dichten Menschen davon fährt Wie gern sehr sehr darin So ist das mit Krieg und Schlacht und Vollstürmer Verflucht ungemütlich Herr Nachbar Einige richten sich hoch laufen fort duckt trampeln über ihn hinweg Eine Mauer her eine gute steunene Mauer und eine Mauer zu den Kugel Jetzt ist schon wieder einer auf seinem Rücken Er richtet sich hoch mit reißt es ihn mit in eine seiten straße Gott sei dank Hier Gott sei Dank ist es still Er steht zitternd gepresst an einer mächtigen Haustür Er ist sakrisch erschöpfert Aber er lebt Er lebt Eine gute Tür Die las gar konnte durch Wenn das Gewehr so merkwürdig um ihn herum baummelte Dann wäre die ganze Sache los und hätte mit den Kugeln nichts mehr zu schaffen Im ersten Stock sieht er ein Schild Doktor Heinrich Baum Doktor Siegfried Innsburger Rechtsanwälte Ja Das ist es Ja bitte Ja mein Ja mein Ich Ich weiß was ich zum Herrn Rechtsanwalt bitte Man lässt ihn ein Ein jüngerer hagerer Mensch sitzt da mit nicht unguten bebringten Augen Was wünschen Sie bitte? Ja mein Ja mein Er nimmt das baumelnde Gewehr von der Schulter lehnt es an ein Aktengestell Es will nicht stehen Schließlich leise sehr vorsichtig legt er es quer über den Schreibtisch Ja Ja Herr Doktor Ich hätte eine Bitte Dürfte ich austreten Ja natürlich Darf ich Ihnen den Weg zeigen Kajetan Lechner die Tür hinter sich verriegelnd atmet auf Das ist ein hartes Rennen gewesen aber er hat es gemacht und jetzt ist er in Sicherheit Er nimmt die Binde mit dem Fruchtbarkeitsemblem vom Ärmel wirft sie in die Schüssel Ich bin der will nicht hinunter Er nimmt eine Art Besen und stopft sie vollends hinein Dann hockt er da atmet bleibt lange Ja Wo ist dann verkehrt sie gut Ihr Gewehr wollen sie es nicht mitnehmen Na Na Vor der Tür steht er lange und schaut das weiße Schild an mit den schwarzen Buchstaben Dr. Baum Dr. Ginzburger das sind Juden stellt er fest Auf Auf der Straße liegen viele Verwundete einige Tote Unter ihnen auch einer der Führer Erich Bornhag der an Punkten der Erde gewesen ist wo es Kugeln gab wie Regentropfen liegt tot am gemächlichen Odeonsplatz blutlos die eben noch sehr roten Lippen keine Augenweide mehr Dr. Geier die rechte Hand mit dem Zeitungsblatt in die Tasche gestopft schleift sich in sein kahles Zimmer er hinkt erbärmlich ihm ist als da sein Rücken zerbrochen mit Mühe denn er kommt nicht auf den Gedanken die Hand von dem Zeitungsblatt zu nehmen zieht er die Vorhänge vor die Fenster verhängt den Spiegel dann sucht er schließlich findet er zwei Kerzen eine ziemlich große und eine schon weiter runtergebrannte er steckt sie an dann holt er aus einer Ecke einen niedrigen Schemel stellte ihn ins Zimmer mit Mühe entsetzlich müde jeder Gang ein schrecklich langer weg weg in dem dunklen Zimmer dann vor den Kerzen und dem verhängten Spiegel bemüht er sich sein Kleid zu zerreißen aber seine Hände sind dünnhäutig und schwach er holt eine Schere und schneidet in die Jacke und das ist schwierig doch schließlich gelingt es und dann reißt er weiter dann setzte er sich auf die Erde auf den Scheme dort bleibt er hocken den Kopf nach vorne herunterhängend ohne Bewegung wie eine Blume verwelkt wie das Gras verdacht welken wir aus dem Licht hockt bis die Kerzen ausgehen er hat keine neuen hockt in dem dunklen Zimmer bis zum Morgen der Prozess gegen Rupert Kutzner den General Fesemann und acht andere Führer der Patrioten dauerte zwei Wochen vor vielen Zuhörern sprach der Führer zu seiner Entlastung den Kopf über dem hohen steif im Kragen reckte er sammelte alles Licht auf sich das Gericht obwohl das Strafgesetz lebenslange Haft vorschrieb sprach den General Fesemann frei die anderen Angeklagten verurteilte es zur Festungshaft von einem Jahr bis zu fünf Jahren zumeist mit einer Bewährungsfrist nach der Verkündung des Urteils erhoben sich die Zuhörer und brachten stürmische Huldigungen da Johanna sitzt an ihrem großen Arbeitstisch nachdenkend das Kinn in die großporige Hand gestützt vor sich die Totenmaske des berühmten Kunstwissenschaftlers Dr. Martin Krüger dessen Werke jetzt in viele Sprachen übersetzt werden auch ohne Maske wird sie das Gesicht nicht vergessen bis zu ihrem letzten Tage nicht wie sie es gesehen hat in dieser winzigen grünlichen sarghaften Zelle die Augen das harte gelblich graue bösartige Gesicht mit dem strichschmalen Mund da ist eine Rechnung aufgemacht die sie niemals zahlen kann bin ich schuld an seinem Tod ja ich 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 bin schuld ich will mich nicht davor drücken so viel sie für Martin unternommen hat mehr hätte sie tun müssen damit nicht ein unschuldiger qualvoll verreckt Tod ist Tod und der Prozess Krüger ist aus und eine Wiederaufnahme ist ausgeschlossen und verurteilt ist Johanna Krein nur eines jetzt kann sie tun muss sie tun sie muss Zeugnis ablegen hingemacht hat diesen Mann das Land Bayern wir alle in diesem verfluchten Land Bayern haben ihn hingemacht es darf nicht sein dass diese Gemeinheit vergessen wird und versinkt Tüvelin aus den Staaten zurück bedeckt mit viel Ruhm und mancher Erkenntnis sichtet jetzt Martin Krügers letzte Manuskripte den wilden rebellischen Versuch über Goya herrlich ergänzt durch den stillen mildglänzenden Aufsatz über das Bild Josef und seine Brüder Johanna wie sie wieder vor ihm stand wusste sie liebt diesen Mann maßlos aber dazwischen ist dass er Martin Krüger beinahe befreit hätte und dass Martin Krüger gestorben ist und sie weiß dass so läppisch und dunstgleich ihre Hemmungen sind sie niemals mehr wird mit ihm schlafen können Jacques Tüvelin sieht wie es um sie bestellt ist beklagt sich nicht hilft ihr das Werk Martin Krügers rundet sich wächst aber das bedrückt Johanna der Mann verschwindet hinter seinem Werk das Werk verdeckt den Mann er soll reden aus einer Unterredung der Verantwortlichen im Ministerium wird das Wort kolportiert die Toten sollen das Maul halten er soll den Mund aufmachen wie einer wohl in einem Traum eine Aufgabe hat er kann sie nicht erfüllen aber er muss sie doch erfüllen so kurbelt Johanna ihr Gehirn an immer von Neuem und quält es ab wie man erwirken könnte dass dieser Tote den Mund aufmacht der Schriftsteller Jacques Tüvelin trägt vergnügt im Lärm der Auer Maidund ganz München drängt sich zwischen den Buden vorne an die Künstler und die Kinder er sieht manches bekannte Gesicht hoppla Herr Nachbar aber Herr Klenk da ist der Klenk der sich auf seinen Jagdsitz Bergdolts Zelt zurückgezogen hat wozu Herr Tüvelin machen sie eigentlich Bücher ich drücke mich aus ich habe mich durch Justizpflege ausgedrückt sie haben sich aber nicht immer gut ausgedrückt Herr Klenk was haben sie an meiner Justizpflege auszusetzen sie war nicht fair denkens da an ihren Freund Krüger er war nicht mein Freund aber vielleicht denke ich an ihn tot ist tot darf ich widersprechen tot ist nicht tot nein es kommt vor dass Tote den Mund aufmachen überheben sie sich nicht wollen wir wetten dass er sprechen wird worum wollen sie den wetten ich wette den ertrag meines nächsten Buches Klenk gegen zwei Beinknöpfe von dieser Ehrloden Jumpe dass der tote Martin Krüger den Mund aufmachen wird listig munter steht Tüvelin vor dem riesigen Mann mit einem Mal weiß er wie er Johanna helfen wird die wette geht Johanna ja mein Mr. Potter hat eine merkwürdige Idee ich wollte dir gleich davon erzählen die Bücher Martin Krügers haben es meinem Amerikaner angetan er will das ist sein Leben und sein Ende in einem Tonfilm erzähle der Film Martin Krüger wird zum ersten Mal in Berlin aufgeführt Tüvelin sitzt in einer Loge hinten im Parkett er rutscht nervös auf seinem blauen Stuhl ist gespannt mit allen Fiebern er weiß um das zufällige jeden Erfolgs das ganze Maß an Unrecht und Heuchelei wie es in diesem Staat geübt wird kann ich Ihnen nicht zeigen aber wir alle wenn wir die Ohren nicht zusperren können helfen solche Geschehnisse zu verhindern können bewirken dass es besser wird in unserem Land Auf der Auf der Auf der Leinwand erscheint Johanna Krein sie ist sehr groß doch ihr Gesicht scheint nicht so breit wie im Leben Die Toten sollen das Maul halten hat einer von den Regierenden damals gesagt Ich aber will nicht dass der Tote den Mund hält Der Tote soll den Mund auch machen Es darf nicht ungesagt bleiben was diesen Mann hingemacht hat Das ganze Land wird krank an dem verhaltenen Wort Die Krankheit des Landes muss mit Namen genannt werden Es erzählt die Frau auf der Leinwand von ihrem Kampf um den Mann Krüger Manchmal verschwindet ihr redendes lebendiges Gesicht und statt seiner erscheinen die Köpfe der Männer von denen sie spricht in der riesenhaften Vergrößerung des Films Der massige viereckige Kopf des Franz Flaucher rückt hin und her über einem unbequemen Kragen auf einmal gar nicht lächerlich eher peinlich und voller Gefahr Dann der lange gewalttätige Schädel des Klink Seine die berge gut seine Menschen seine Elektrizität seine Lederhose sein frisch und sein Bier wollen wir also gemeinsam die Verantwortung übernehmen und ruhig schlafen Der glatte Kopf des Ministers Hartl lächelt, verbindlich, aber jeder sieht, wie kalt und höhnisch seine Höflichkeit ist. Es ist nicht lang her, da versuchten sie von München aus das Land mit Gewalt zu ändern. Wir haben gesehen, diese lauten Versuche halten nicht vor. Ich glaube, das einzige Mittel, die Welt zu verändern, ist, sie zu erklären. Was dem Mann Krüger geschehen ist, geschieht an Tausenden. Schlimmeres geschieht. Auch der Kopf Rupert Kutzners zeigt sich. Er besteht aus einem aufgerissenen Mund mit einem winzigen Schnurrbart und aus ach so wenig Hinterkopf. Der Schatten Johannasawa redet weiter. Man kann sich schwer vor der Echtheit ihres Tons zusperren. Und seitdem ist mir das Essen verekelt und das Schlafen und meine Arbeit und das Land, in dem ich lebe. Das Unrecht, das ich sah, ist nicht gestorben mit dem Mann. Nein, es ist immer da. Es ist rings um mich. Es ist nur der Schatten einer 28-jährigen Frau, der spricht. Aber dieser Schatten streckt die Arme so drohend in den Raum. Und die großen Augen des Schattens schauen so zornig, dass manches lebendige Auge wegsieht. Tüverlin, wie der Film Martin Krüger zu Ende geht, spürt die Erschöpfung so, als wäre er niemals von seinem blauen Stuhl aufstehen können. Das ist nun da, das ist in der Welt, das einleuchtende Bild eines großen Gefühls. Martin Krüger ist auf diesem Jahrmarkt an einem der schäbigsten Buden geraten. Sagen Sie nicht, er ist tot und seine Sache ist abgelebt. Sie alle sind gezwungen, dort einzukaufen. Am Tag, als sich der Tod Martin Krügers zum zweiten Mal jährt, trifft ein Brief ein aus Berchtolzzell. Der ehemalige Minister Klenk teilt dem Schriftsteller Tüverlin in trockenen Wendungen mit. Er habe das Buch gelesen, er habe auch den Film Martin Krüger gesehen. Beigelegt sind zwei Knöpfe seiner Joppe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017